So. Diesen Bug wieder... Ne, ich locke ja nie im Bett aus. Deswegen, äh, diesen Bug gibt's halt immer noch die ganze Zeit, der war nicht weg. Ähm, dass man dann ganz normal in dieser Perspektive hier ist. Ah, wunderbar mit der Maske. Das kommt richtig gut. So. Es stockt, echt? Also... Eigentlich müsste der Chat dann davon voll sein. Stockt es gerade? Mein Auto ist hier, hier, geil. Echt, ich mein, den gab es eine Zeit lang nicht. Ey, wie gesagt, ich hab nie auf dem Bett ausgelockt. Oder auf Möbel extra, damit ich den nicht hab. Passt alles, passt alles, super, perfekt. Komm mal kurz zu uns nach Hause. Ich musste mal ein bisschen hier umstellen, gerade wieder. Oh, schon mal. So, wie gesagt, ähm, Horror beim Erik. Ja. Spiele im Bett. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin froh, jetzt auch mal kein Horror mehr spielen zu müssen. Weil, wir hatten jetzt die ganze Zeit bis Oktober und irgendwann ist auch mal genug, weißt du? Da will man auch mal wieder, ich weiß, wir spielen ja Samstag auch das eine Horrorspiel weiter. Samstag spielen wir das neue... Das ist ganz, das ist ganz traurig. Das neue Spiel von Chillers Art kam gestern ein paar Stunden nach meinem Stream raus. Also, so lange hätte ich eh nicht mehr gestreamt. Aber, ähm, ja. Es kam raus und der Erik ist diesmal der Erste, der spielen wird. Der wird auch ein paar andere Chillers Art Spiele heute spielen. Aber, da haben wir halt Samstag wieder was, auf das wir uns freuen können. Und ich will mich auch auf keinen Fall spoilern. Boah, krass. Boah. Das neue Didis wird geil. Dieter meiner Verbindung. Ah, super. Achso, schlecht. Tut mir leid. Also, ne, ich meine, das ist nicht am hier richtig super. Entschuldigung. Das war echt bitter, Alter. Du hast mir das glaube ich sogar auf Twitter geschrieben, kann das? Ich glaube, du hast mir das geschrieben. So, die Musik ist ziemlich laut. Warte mal. So, dann bin ich auch ein bisschen hier. Und ich merke grad, ein bisschen Sound finde ich auch. Ach guck mal, da sind schon... Ne, da raucht einer. Ich dachte, da hätte jemand eine Zombie-Animation gehabt. Irgendwann denke ich mir so, boah, auszusehen im Walter Weiß Auto reinfahren und dann Fahrerflucht begehen. So das, und er wird's nie merken. Also, er wird's nie merken und er kann's nie merken und er darf es nicht ausspielen, auch wenn er's dann im Stream sieht. Boah, das ist mein großer Traum irgendwie voll. Das ist wirklich mein großer Traum. Einfach weiter weiß, Auto schrotten. Also nicht schrotten, aber einmal... Das will ich wirklich nicht machen. Aber einmal so in die Seite reinfahren, ey. Aus Versehen. Also wirklich aus Versehen. Das musste mir dann wirklich aus Versehen passieren. Das meine ich. Also Ariane wird's aus Versehen passieren. Sagen wir mal so. So, genau. Wir gehen in die Pause. Wir gehen in eine Pause um 20 Uhr... Ja, zwischen 20 Uhr und 20.15 Uhr. Weil da kommt nämlich die neue X-Faktor-Folge mit Jonathan Frakes. Also es gibt neue Folgen und in einer davon spielt nämlich... Also in einer der Geschichten spielt nämlich der Erik mit. Deswegen würde ich die natürlich auch gerne gucken. Da machen wir im RP auch ne kurze Pause und danach geht das RP ganz normal wieder weiter. Es wurde jetzt auch... Ich hab jetzt auch im Chat gelesen, dass viele die Folge auch gucken wollten und happy sind, dass wir da die Pause machen. So. Wir werden mal gucken, ne. Was wir heute so hier optisch machen. Ja, was könnte... Was könnte man denn machen? Wir haben ja Poison Ivy, aber ich würde gerne was mit... Das würde ich... Ich will ungern ihre Haare und sowas alles ändern. Aber... Krass, dass trotzdem Leute heute hier im Chat sind. Die hat damit nicht gerechnet. Die kommt auf... Schau mal am besten auf mein Twitter. Da habe ich das jetzt zweimal heute retweetet. 2015 RTL 2. Aber da sind auch alle Infos. Genau. Oder die Motz. Ach, vielen, vielen Dank liebe Motz. Dankeschön. Wir haben die halt auch noch nicht gesehen. Ne. Ich habe den Erik nur gehört tatsächlich. Der hatte natürlich die Tür zu bei der Aufnahme. Oh ja. Schaut mal. Schaut mal. So. Dann sind wir mal wieder zu Hause. Wobei, warte mal. Wir können ja das eine Outfit wieder anziehen. Warte, warte. Das passt ja jetzt voll gut zum Einhorn. Eine Sekunde. Das Outfit hat sich so hart gefühlt, da war das irgendwie mal so eine süße Arriva. Warte. Warte. Äh. Boah, ich muss die wirklich wieder aufrollen. Hey, 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 hey. Was da hin? Warte, ich will hier hin. Das hatte ich glaube ich sogar noch zusammengestellt irgendwie, ne? Das macht mich wahnsinnig sowas. Ähm. Wo war es denn? Wo war das denn? Hä? Wo hatte ich das? Oh, warte mal. Also auf jeden Fall hatte ich diese Perlen. Ah, die beiden Röcke sind es nicht. Okay, ich habe es oben irgendwo. Schade. Ähm. Warte mal. Warte mal. Ich dachte, ihr könnt das jetzt einfach so rausziehen. Das war der Blümchenrock. Sekunde. Sekunde dauert mal kurz ein bisschen. Ducke Blau. Hm. Wir gucken gleich auch aufs Handy. Ja, war es das hier? Ja, das war's. Und dazu hatten wir dann ja noch die Schuhe. Diese weißen. Geh hier. Ja, also ich muss sagen, wir sind ein ziemlich cooles Einhorn, oder? Ich kann die jetzt erstmal hier drin abnehmen. Ah, wie scheiße soll das alles aussiegel? So. Ahem. Dödödödödödödödöd. Was kann sie denn mitten im Möhreneintopf? Nehmen wir mal einen davon mit. Ähm. Und dann kann sie noch zwei Flaschen Wasser mitnehmen. So, okay. Dann gucken wir mal. Weiter war ich, ja natürlich. Und David haben angerufen. Aber auch Nachrichten. Ariane, ich habe... Oh, was ist das für dich? Max, ah, du hast dran gedacht. Wir haben die anderen Farben auch von den Agnes-Tops bekommen. Jetzt kann ich... Ja, juhu. Cool. Max war wohl heute schon bei euch und hat mir da was mitgebracht. Wegen die habe ich mir jetzt wehgetan. Danke, Ariane, danke. Was, wie, wo, was? Was hast du getan? Ach ja, oh nein, Brian Gamble. Ich habe gar keinen Bock darauf. Oh nein. Ach so, warte. Ihr wollte ich noch zurückschreiben? Hey, äh, hey, Kat. Ähm, ja, ich habe deine Daten weitergegeben. Haben sie sich bei dir noch nicht gemeldet? Mir geht es ganz okay. Und dir? Bin in der Mine nach links gelaufen und bin gestürzt. Links. Oh nein. Das tut mir leid. Ist es wegen dem Zuge gewesen? Entschuldigung. Irgendwie gestürzt. Ey, pretty Oma, ey. Ja. Oh, meine Güte. Das schreckt mich nicht so. Oh, Entschuldigung. Was machst du denn gerade? Wieso habe ich dich erschrocken? Ich sitze auf einem Dach und schreibe in der Richtung. Du sitzt auf einem Dach? Oh, mein Gott. Merkst du ganz... Ist das gefährlich da? Ja. Auf welchen Dach sitzt du denn? Von der Anwaltskanzlei. Äh, okay. Äh, ja, dann mach mal... Soll ich dir kurz sagen? Warte mal, arbeitest du? Aber ist Hauke wieder da? Nein, ich glaube, ich gehe heute zum Pity und meld ihn als vermisst. Scheiße. Hat was... Wo wollte der denn noch mal hin? Der hat gemeint, er zieht sich in der Wohnung zurück. Aber das letzte Mal, als wir geredet haben, war er ziemlich depressiv drauf. Ja, okay, soll... Sollen wir dann gleich zum Pity fahren? Ich glaube schon. Scheiße, du... Hat denn sonst noch jemand groß mit ihm zu tun gehabt? Naja, eigentlich nur noch ich. Oh nein. Okay, ja, dann machen wir das mit der Vermisstenmeldung, ja? Das ist eine gute Idee von dir. Ach, der hat gemeint, der ist zwei, drei Wochen weg, aber ich habe jetzt noch mal nachgeschaut, der hat sich zuletzt am 23.09. mit mir unterhalten und danach, soweit ich weiß, war er noch bei sich zu Hause. Ja, vor allem, du bist ja noch bei ihm angestellt, das ist natürlich schwierig für dich, ne? Ja gut, das ist mir relativ egal, aber ich mache mir halt Sorgen um ihn. Oh Gott, du meinst doch nicht, dass er... Ja, wir machen das gleich. Wir fahren da... Ich fahre dich gleich dahin. Sag Bescheid, wenn ich vorbeikommen kann. Max, ich wollte nur... Ich muss um 20 Uhr noch mal in die Wohnung, weil da läuft eine Serie, die ich unbedingt gucken will. Die kannst du nicht aufnehmen, wie du es mir hier jetzt versagst. Das ist... Ich wollte... Ich will die... Ich will die live sehen. Aha. Es tut mir leid. Okay, dann weiß ich Bescheid. Okay. Sag Bescheid, wenn ich dich abholen kann. Warte, ich fahr zu dir, die Kanzlei ist näher an dir als an mir. Ah, okay. Ich warte an mir so lange. Bis gleich. Ja, tschüss. Ich will immer so ein... Nicole so lacht und es sich anhört, als wird er heulen. Ja, schön. Ah. Hm. Ich dachte jetzt echt, ich fall wieder, ey. Ich würde mal gerne zum Automaten gleich noch mal. Ich dachte erst, dass du mir merkst. Hä, das ist... Scheiße, wirklich schnell, was darfst du denn? Ich sag doch, die Kanzlei ist näher von an mir und hier. Ich sag jetzt wirklich schnell. Ja, ungekippt. Okay, ähm, kann ich bei dir mitfahren? Ja. Okay. Dann fahren wir erst mal zum Piddy und hast du... Hast du noch ein bisschen Platz in deinen Docktaschen? Ja, ich hätte noch zwei Täschchen. Ich hab meine Einhornmaske, die kann ich so lange aufsitzen, dann kann ich mehr halten. Okay, dann fahren wir nämlich gleich zu mir nach Hause kurz. Ja! Dann kannst du dir die Oberteile anschauen. Ähm. Willst du dich heute verkleiden? Äh, nee. Oh, ich werde in der Meerjungfrau ausziehen gemacht. Und wo bekommen wir die Flosse? Es gibt so einen, es gibt so einen Rock im Suburban, der sieht aus, als wäre das irgendwie so ein Meerjungfrauenrock. Und dann wird man die Haare in der gleichen Farbe irgendwie hinbekommen mit diesem Verlauf, der ist voll geil. Okay. Nee, aber dann, oh, äh, wohin soll ich denn in dem Aufzug? Ja, das war in mich auch. Sollte irgendwo eine Party oder so? Nee, die Alice-Party war gestern. Ach, aber jemand muss doch irgendwas machen. Komm. Hör auf, so einzuatmen, weil ich mach das auch mittlerweile. Hat John sich schon gemeldet? Nee, zum Glück nicht. Och, also so rein gar nicht. Hast du neue Hose? Nein. Nur das neue Oberteil. Sieht mit dem Oberteil so, so neu alles aus. Ist auf dem Oberteil was drauf? Äh, da ist was drauf, ja, aber nur auf, äh, der Version. Kannst du dir bitte kurz blaue Haare machen und ein Beanie tragen? Dankeschön. Wieso? Ach so. Okay. Ich muss doch gerade voll dran denken. Mach das Leben schon selbst. Was ist denn hier los? Polizei auflauf? Mit Käse. Dann habe ich irgendwie das Bedürfnis, Chloe zu nennen. Ja. Ich würde niemals von deiner Seite weichen. Ne, warte mal, du müsstest Chloe sein. Und ich bin hier schon Max. Ach, stimmt. Ach, stimmt. dann können sie antragen gehen. Ich freue mich dir. Oh. Hi, Santi. Hola, wie geht's? Ganz gut, Guten Tag, kann ich erkannt. auch so gut, weil sie ist. Ja, sieht immer noch gut aus, die Frisur. Ja, ich bin auch sozurellig zufrieden, muss ich sagen. Mir gefällt es mittlerweile auch sehr, sehr gut. Super, feierst du heute Halloween? Äh, bis jetzt habe ich keine Einladung für irgendwo, also wahrscheinlich nicht. Ah, wir gucken noch, ob irgendwo heute was läuft. Kannst du ja Bescheid sagen, wenn du was findest? Ein Kostüm habe ich. Geh, ehrlich? Ja. Verrätst du welches? Willst du es wirklich wissen? Nee, 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 warte, nein, ich spoilere mich nicht. Okay. Ich sag dir Bescheid, da warst du schon in Gruseldorf? Da war ich gestern Abend, da hatte Szene noch diesen Auftritt, aber die bringe ich jetzt nachher zum Flughafen, weil die fliegt jetzt ein paar Tage weg. Oh, wohin denn? Heimat, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Ah, okay. Das Gruseldorf war wirklich geil. Warst du in der Mühne? Nein, tatsächlich nicht. Wir haben eine, wie sagt man, diese Vorführungen an verschiedenen Stationen gehabt. Wir haben die Mine nur von außen gesehen. Oh, schade. Schade. Wenn du in die Mine irgendwann gehen solltest, wenn das noch da ist, geh auf jeden Fall die erste Abzweigung nach links. Sicher? Sehr sicher. Ja, ganz sicher. Okay. Mach das. Ich vertraue euch. Okay, wir melden mal jemanden von uns. Alles klar. Bis dann. Ja, wenn du passt, dann findest du es besser. Nicht so super, aber... Tschüss. 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 Ja, super. Die Idee ist aber gut. Ich hätte jetzt nicht daran gedacht, dass man jemanden vermisst werden sollte, weil ich denke immer, ah, die sind wahrscheinlich alle irgendwie im Urlaub oder sowas, aber ich dachte tatsächlich auch, der wäre im Urlaub. Ich wusste nicht, dass er sich in seine Wohnung irgendwie verkrümmelt hat. Er hat gemeint, dass... Okay, wollte eigentlich nicht, dass ich so viel Eindruck erziele. ähm, ja, also er hat gemeint, ich erzähle eh nichts weiter. muss ich erst mal fokussieren und so. Ah, okay. Aber es ist halt schon echt lange her und er hat sich für maximal drei Wochen äh, verabschiedet. Ach, scheiße. Wenn man das mal nennen kann. Vor allem auch noch maximal. Hallöchen. Äh, lächelst du mit? Ah. Guten Tag. Guten Tag, Mr. Single und Schwul. Ja, Sie haben sich gemerkt, sehr schön. Genau. Ähm, ich wollte jemanden als vermisst welchen. Oh, äh, das kann ich jetzt leider im laufenden Betrieb nebenbei nicht abhandeln, aber mein Kollege ist gleich wieder da, dann würde ich Sie an den bitte verweisen. Okay. Okay, dann warten wir. Genau, das wäre super. Dankeschön. Da steht ja richtig gut, das Oberteil. Dankeschön. Warte, ich guck mal kurz aufs Konto. Oh. Ich muss mehr Trinkgeld einnehmen. Ähm, Gerald ist heute nicht da und ich weiß nicht, wie lange Jodie noch da ist beziehungsweise ob sie noch da ist. Ah, okay. Ich hab ihre Nummer jetzt leider nicht, sonst würde ich mal nachschauen. also nachfragen. Scheiße, das, oh Mist. Ich schau mal, ob sie da vermerkt ist, irgendwo bei uns, bei den Mitarbeitern. Hat sie die, ah, sie hat die Nummer eingetragen, dann schreibe ich immer. Ach ne, warte, das ist Konto nur. Willst du heute den Laden aufmachen? Ähm, lass mir eine Kelle mitfrisen. Oh. Ich, weißt du was, ich nehme immer die Leitstelle weg, was soll's. Ich wusste nicht, dass Gerard diese Horrorfrisur, äh, fürs Varieté brauchte. Er meinte, wir sollen uns mal Horrorfrisur so überlegen und dann war er ja da und dann lieb alles drum, turnt drüber. Hab ich voll schlichte Gewissen gehabt, aber ich wusste es tatsächlich wirklich nicht, dass er es so meint. Na gut, ist auch ein bisschen schwierig, dir einfach so zu überlegen. Ja. Hinterbraucht man immer so ein bisschen Motiv, damit man so in die Richtung gehen kann. Ja, das stimmt. Ja, und ansonsten sollte ich für ihn eine Rechnung schreiben, da hatte ich gerade, weil er schreibt die ohne irgendwas, sag ich mal, ganz doof und ich wollte so extra so ein Dokument erstellen. Ohne irgendwas? Ach so, ja. Er schreibt es komplett quasi, tippt es quasi in die Mail ein, aber ich will dafür extra so ein Dokument erstellen. Oh, das ist eine gute Idee. Ich habe ihm so eine vorläufige, seine vorläufige Unterschrift, seine Signatur noch gegeben. Vielleicht kann er dir das Bild oder vielleicht kann ich dir das Bild zukommen lassen. Das war gut, ja, das kann ich dann nämlich mit draufpacken und dann irgendwann, wenn wir nochmal ein Logo haben, dann kann ich das nochmal ein bisschen schicker machen. Ja, ja. Boah, ich hatte jetzt so viele Aufträge in der letzten Zeit haben können, wegen den Grafiken, aber mich hat das irgendwie voll, ich weiß nicht, mein Laptop ist jetzt so langsam und das würde mich voll kaputt machen, wenn ich da ewig lange dran sitze. Verstehe ich. Ja. Oh, ich bin heute 11. Ich will die. Und was hast du heute alles so gemacht? Ich bin ja gelten, ich bin ja nicht so lange wach, ich glaube, eine Stunde oder wenigstens zwei. Ich war kurz beim Ah, bei der Yin-Yang-Tank-Stelle und dann war ich auf dem Dach und habe die Rechnung angefangen zu stellen. War die Aussicht denn schön? Die Aussicht ist richtig schön. Hey, oh verdammt, kann nur der CEO jemanden einstellen oder da jemand, oder etwas beim DOL ändern lassen? beim DOL ändern lassen? wie meinst du das? Wegen David, der ist als Praktikant und Gerald müsste zum DOL, meinte er, sonst würden die Ärger machen und ich überlege gerade, ob er das gemacht hat. das können wir auch machen. Ah, okay, super. Wollen wir da mal hin? Ist das der? Der Meterbrille ist übrigens pirated, hetero und ein Pilot. Max, was zur Hölle? Für selber Buch? Okay, was ist mit Honey? Was ist mit Honey? Honey ist, ähm, sie wollte es nicht eindeutig sagen, aber sie hat einen Freund, hat sich zumindest da angehört und ist hetero. Oh mein Gott. Ich müsste echt mit dem Weiß zusammen wie ekelhaft. Und der Weiß hat gesagt, er wäre hetero und, ähm, hätte eine Freundin, kann es mir aber nicht sagen, weil, wegen irgendeinem chinesischen Bullshit. Hä? Was? Ja, fack. Okay. Obwohl, okay, es kann natürlich sein, dass Honey eine Freundin und was es nicht, er weiß. weil, ganz im All. Denkst du also? Die wäre doch viel zu gut für den. Ich würde sie nicht verstehen können. Oh. Hast du Herr Heu eigentlich mal wieder gesehen? Nein, ich habe mich tatsächlich auch gefragt, wo der eigentlich ist. Jedes Mal, wenn ich an ihn denken muss, ich kann nur Red Pussy PD denken. Und nicht an Tittenfick. Er hat gesagt, er hat ihn gefragt, er hat ihn gefragt, er hat ihn gefragt, er weiß dabei, er weiß dabei, er hat einen Tittenfisch, ach, du warst ja dabei. Ich war dabei. Er hat Tittenfisch gemeint, aber er hat, ich weiß auch nicht. Ich bin super sympathisch, war schade. Ich hoffe, wir können ihn irgendwann nochmal sehen. Vielleicht hat er Innendienst irgendwie so was. Ich stelle mir das super chillig vor, wenn du so Büroarbeit einfach nur hier in Pedi machst und trotzdem sagen kannst, bist du voll der krasse Polizist. Oh mein Gott, so krasse ist man dann glaube ich nicht. Ich hoffe, ich begegne Brian heute nicht. Ich habe sogar keinen Bock auf die Gespräche. Du willst Brian heute begegnen? Nein, will ich nicht. Will ich tatsächlich nicht. Ja gut, wir gehen ja gleich wieder. Ja. Hallo Mr. Verheiratetäter und Pilot. Das muss irgendein Zeichen sein, dass ich sie die ganze Zeit treffe. Ich wollte jemanden vermisst werden. Ja, ich habe es schon gerade gehört. Um wen geht es denn? Hockey Peterson. Oh, Moment, da muss ich kurz telefonen. Wutz, ein Wunderstand, wie kann ich helfen? Ah, ich müsste gleich nochmal zurückrufen. Tatsächlich. Ich bin gerade noch am Arbeiten. Ja, tatsächlich. Ich melde mich gleich. Ciao, ciao. So. Wutz, sind Sie der Freund oder Mann von Kath? Mann von Katharina, genau. Ah, genau. Oh, cool. Sie war an die Frau Frau, 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 Frau Barnes. Achso, nicht ich. Und wir hatten mal einen Rundflug. Wir hatten mal einen Rundflug. Ja, Ewigkeiten. Mein Gedächtnis ist so schlecht. Entschuldigung. Mit ihrem Freund, Henskinner. Da sind wir damals geflogen. Ah, ja, okay, dann, da rein erinnern ich mich. Er ist schon ein bisschen länger her, oben in Graves, mit der Wellum. Ja. Also, zurück zum Thema. Ähm, Vermisstenanzeiger. Ja. Um wen geht's? Hauke Petersen. Hauke Petersen. Den hätte ich eigentlich auch selber vermisst melden müssen. Wieso das? Ja, weil der bei mir arbeitet. Und ich war arbeitend bei ihm. Ihr seid wann vermissen Sie ihn denn? Ah, das müsste seit dem 23.09. sein. Er hat gemeint, er geht jetzt für so circa zwei, drei Wochen, taucht da runter, sag ich mal. aber ich hab seitdem nichts mehr gehört. Okay, das ist jetzt halt schon auch über einen Monat her. Ja. Und ich mach mir wirklich Sorgen. Mhm. Äh, dann bräuchte ich nochmal von innen kurz den Personal auslassen, würde ich das dabei schreiben, dass sich die Kollegen, wenn wir den Herrn Petersen antreffen, dass sie, dass sie sich bei ihm melden. Ja. Ja. Frau Queen. Alles klar. Äh, dann trag ich das soweit ein. Ähm, kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Nein, alles gut. Alles gut. Doch, eine Frage. Ich denke fast nicht, dass es da zu ne an... Was denn, Ariane? Ich muss pinkeln. Äh... Alles gut, don't mind me. Ich werde gleich pinkeln. Ich kann sie gleich noch zur Toilette bringen, da hinten. Oh, danke. Wenn die VG noch... Genau, das Anliegen. Ich wollte nur fragen, ob es irgendwelche Neuigkeiten zu meinem Ausweis gibt, zu dem Fall. Aber ich glaube fast nicht. Äh, müsste ich nochmal nachgucken. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, das macht er aber auch nicht, das PD mehr. Das macht er jetzt mittlerweile die Staats... Also das DOJ. Und so weiter drumherum. Ist das so? Ja, also mit Ausweisen, meine Kenntnis ist es auf jeden Fall, dass wir dann nicht mehr die Finger mit im Spiel haben. Ein Ist das so ist gefallen. Das macht mittlerweile ja... Also neue Ausweise, ja, aber da gab es jetzt zu der Ermittlung, äh, neue Sachen wegen Telefonnummer, von der, die man Ausweis haben könnte, und so weiter und so fort. Ihm wurde der geklaut? Genau. Ja, aber vor Monaten und... alle Informationen geliefert, also wirklich... Haben Sie da eine Nummer von einem bearbeiteten Officer, der da die Akte eröffnet hat? Äh, nicht die eröffnet hat, aber ich habe da Frau Collins das letzte Mal eine Aussage getätigt. Ich habe auch leider keine Aktennummer, aber das müsste ja unter meinem Namen laufen. Okay, ich würde die Frau Collins vielleicht erst mal auf Toilette begleiten, dann könnte ich sie direkt mitnehmen, und dann können wir währenddessen mal gucken. Das wird bald gelb. Das wollte ich nicht wissen. Die eine muss auf Toilette und bei der anderen muss ich noch mal gucken, ne? Ich bin gleich wieder da. Ja, die Frau Queen kann auch gerne mit. So. Max, komm mit. Komm mal nach. Es sei denn, du willst ja eine Studie hier weitermachen. Ne, die ist doch hier schon erfüllt. Ich? Ich frage nicht. Das sind einfach Details, die will ich manchmal nicht wissen. Diese zwei Fragen, die kennen die ja schon. Mhm. Sie hat diese zwei Fragen auch einem Mörder gestellt. Das macht sie wirklich bei jedem. Einen Mörder. Ja, im Grusseldorf. So, ja, da war ich jetzt auch noch. Das hielt sich in den Rahmen. Waren sie da schon? Mhm. Oben im Norden, ne? Ja, aber auch in der Mine? Ja, auch in der Mine. Ah, okay. Mit Mama und Papa spinne. Ja, aber sind sie auch links abgebogen? Ja. Haben Sie den Geisterzug gesehen? Ja. Ah, der war cool, ne? Der war cool, da habe ich mich auch erschrocken. Ja, mich auch. So, da ist einmal die Toilette. Ich beeile mich. Und wir sind gleich wieder Okay. Ein Moment. Sekunde. Ich beeile mich. So, da bin ich wieder. Ich schütte mal direkt Trinken nach. Okay, geil, da geht's. Och, jetzt sind die einfach weg. Ich habe extra Haare, extra die Haare, extra die Hände gewaschen für, äh, für Max. X. Salon, David, können wir noch anrufen? Arianen! David, hey! Weißt du, wo heute was geht? Hochzeit. PD Hochzeit. Wie, wer heiratet denn? Den sind echt guten Fragen. Irgendwelchen PG-Leuten. Oh, ich würd gern heute auf der Hotzef. Wir überlegen heute den Laden zu öffnen, um Leuten noch eine Last-Minute-Halloween-Frisur zu verpassen. Hattest du Bock? Wie viel hoch? Ich wollte noch eine Serie gucken und würde dann kurz nach Hause gehen. So ab 21 Uhr oder 21.30 Uhr. Woher perfekt? Ansonsten, ich will auf diese Hochzeit. Ich hab nur wieder so Bock auf eine Hochzeit als Single, weißt du? Glaubst du, dass es dich gut tut dann? Ich werde, ich werde nur, wenn, dann würde ich nur flirten oder gucken, ob mich jemand anflirte, das reicht mir schon. Weißt du was, ich will nur gucken, ob mich jemand anflirte, ich flirte nicht zurück. Ja, es sind sehr viele Polizisten, sag ich mal so. Ach so, scheiße, ja, stimmt ja. Aber du darfst nicht vergessen, den halben PD ist ja schon miteinander zusammen. Also es gibt ja wenig Single, sag ich mal so. Das hört sich gerade wirklich unsexy an, außerdem hasst du die eh alle. Also die meisten, die meisten. Isabel liebe ich und April auch. Isabel ist auch hier, auch April auch. Ah, April und Isabel und Santi. Nachschieden. Obwohl Fee ist wie sie ist. Fee ist nicht da. Ja, aber Fee ist da. Aber Fee ist auch. Ja, Gott sei Dank. Was ist denn da los jetzt? Ich hab, also... Ich muss ja noch nicht drüber reden. Ja, ich muss... ach... Gember hat überall rum erzählt, dass Larry und ich nicht mehr zusammen sind, ohne uns zu fragen, ob das okay für uns ist. Also Larry konnte das nicht selber von sich aus erzählen, weil der ist ja im Krankenhaus. Und ich konnte das nicht erzählen, weil ich wollte das erstmal mit Larry absprechen, weil sie unsere Privatsphäre ist. Und Königin Mutter des Lästerns, äh, Gamble, hat das überall rum erzählt. Und hat nicht verstanden, wieso ich das nicht gut fand. Hat gesagt, also wenn ich eine Beziehung beende, dann erzähle ich das jedem. Ja, ist wirklich schön für dich, Brian, aber... Das ist ja... Wieso... Das... 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 Das ist schön für ihn, wenn du den machst, aber mach den doch nicht mit anderen. Ja, genau. Wie kann man so von sich auf andere schließen? In welcher Welt lebt der Typ denn? Deswegen ist... Da war ich mega enttäuscht, bin immer noch mega enttäuscht. Naja, das ist nicht cool, auf keinen Fall so. Und danach wollte er mich noch überreden, dass ich mich bei diesem Love-Ding anmelde. Aber ich habe entschieden, erst mal sehr lange Single zu bleiben. Charity. Charity, oder welchen Love? Äh, dieses Love, da gibt's irgendwie so ein Love-Projekt oder sowas. Oh, an Liebessachen? Ja, wo du dann den richtigen Partner finden kannst und so. Da hat er sich auch abgemeldet, weil der hat ja eine sehr gesunde Beziehung, äh, angemeldet, der hat ja eine sehr gesunde Beziehung, weißt du, da macht man das ja, wenn verheiratet ist, sich bei einem Singledienst anzumelden. Äh, was? Ganz toll, der Mann. Äh, was? Ja, das hat er gemacht. Aber Fee auch? Äh? Hä? Ich glaube, den Tick nicht verrückte ich den beiden irgendwie. Ne, er ist auf jeden Fall jemand, von dem ich mir keine Beziehungstipps geben lassen muss. Also ich glaube, die zwei haben sich auch gefunden, ich weiß ja nicht. Ja, bei Fee, weißt du, Fee ist Fee. Aber Brian hat mich ganz anders kennengelernt, da bin ich tatsächlich ein bisschen geschockt. Okay, dann, ähm, werde ich jetzt mal, äh, Max meldet gerade Hauke als vermisst. Äh, was? Ja, der, äh, ist nicht mehr aufgetaucht und sie arbeitet ja für ihn. Äh, wieso? Sohn? Also Hauke hat ihr gesagt, dass er, ja, also, dass er sie erst mal, dass er sich erst mal zurückzieht so in seiner Wohnung, weißt du, und es sind jetzt schon über einen Monat und es meldet ihn als vermisst und macht sich ganz große Sorgen. Okay. Ja. Oh, scheiß. Ja, ja. Nicht gut. Max und ich fangen gleich kurz zum DL und gucken, ob wir dich da als Praktikant offiziell nochmal eben eintragen können, ne? Sohn, woi, woi, woi. Ich habe den Perücken von April gestern abgenommen. Ah. Wo soll ich den hinmachen? Oder, und musst du noch irgendwas bezahlen oder so? Ähm, hat sie dir den Zettel zurückgegeben mit den Perückeninformationen? Welche? Nein. Okay, sie mussten... Also, ich weiß aber auch welche, äh, welche Informationen denn sind. Ja, genau. Wir brauchen... Sekunde, was ist denn hier? Äh, wir brauchen, ähm, wir brauchen, ähm, wir brauchen diesen Post-It, da müsste auch ihr Name, glaub ich, draufstehen, weil den packen wir dann bei uns rein und wissen dann immer... Was ist denn hier los? Was ist denn hier grad bei der Polizei so laut? Post-It? Äh, genau. Sie hat ein Post-It bekommen. Dann ist aber nicht so schlau. Wenn wir dann so offiziell... Ähm, David, lass uns mal gleich im Salon klären, wenn du ne bessere Idee hast... Ich hab auf jeden Fall... Ach so. Das wollte ich jetzt damit sagen. Ich muss aus dem Gebäude raus, David. Ich werd mich gleich bei dir, ja? Okay, bis gleich. Tschüss, Entschuldigung. Also müssen tun sie nicht, wenn sie hierbleiben wollen, gerne. Oh, das hab ich jetzt so gestresst, so. Ich glaub jetzt eine von den Uniformen von den Skeletten. Gute Idee. Ja, die arbeiten eh für den Hungerlohn. Das kann ich eh... Oh mein Gott. Oh nein. Hallo, ihr Polizist. Die sind aber schön kuschelig. Die haben aber ne gute Figur, ne? Ja, die haben ne richtig gute. Ah, ich liebe Uniform so sehr. Entschuldigung. Ah, ist nicht zusammen, Ariane. Meine Güte. Entschuldigung. Alles gut. Ja. Ach so, Frau Bahns, eine Frage. Sie hatten vorhin meine Frau angesprochen. Woher kennst du die denn? Ich hab sie im Up-to-Date kennengelernt. Und sie... Wir kamen ein bisschen ins Gespräch. Dann ging es irgendwie um Herr Henker. Und sie wurde von ihm auch schon mal belästigt. Und ich glaube sogar gezwungen, dass sie ihn irgendwie mit dem Auto mitnimmt. Ja, der Herr Henker. Das hat sie mir auch erzählt. Lange Geschichte. Ja, und ich mach grad so eine Sammelklage gegen Herrn Henker. Das wurde mir vom Staatsanwalt empfohlen und gefragt, ob ich das machen möchte. Weil da schon viele Sachen vorgefallen sind. Und da hab ich sie gefragt, ob ich ihre Daten denn da weitergeben könnte. Da hat sie gesagt ja. Und ja, wahrscheinlich wird sie da auch aussahen. Ah, okay, okay. Dann war das das. Okay, dann hab ich das auch mitgekriegt. Okay. Ja, find ich tatsächlich gut. Weil ich sag's mal so, als... In dem Fall der Ehegatte von ihr ist es halt echt schwierig, wenn man sowas hört, dass der Henker weiß macht. Entschuldigung, äh, Sir. Also ihre Kollegen sehen nicht mal ganz gut aus, ne? Ja, wie gesagt, die sind abgemagert. Das hab ich auch schon öfters zu hören bekommen. Ja. Die sind aber cool aus. Darf ich die mitnehmen? Ne, da könnte man Herrn Weiß fragen. Oh ne, lassen sie mal lieber. Verdienen hier wohl nicht so viel, gab nicht so viel zu essen hier letztens. Hungerlohn, Hungerlohn. Das ist unfassbar, wie, wie beliebt ihr immer jetzt einfach ist. Oh, mein Zimmer kommt jetzt mal wieder. Nein! Dann bin ich dann nicht weiter stöhnt. Ich wünsche einen schönen Tag. Ich wünsche einen schönen Tag. Ebenso, tschüssi. 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 Ja, hallo, Brian. Hallo. Hallo. Wie geht es dir? Gut, und dir? Mir geht es vorzüglich. Das ist ja wunderbar. Ich hab tatsächlich eine Frage. Ja? Was war das bitte vorgestern? Oder gestern? Vorgestern? Gestern? Vorgestern? Was meinst du genau? Diese, von wegen mit mir willst du nichts unternehmen oder ähnliches. Kannst du dich nicht dran erinnern? Woran soll ich mich erinnern? An das, was im Loft passiert ist, beim Herr Weiß? Ja? Ja, ich überlege. Oder willst du mitmachen? Was soll da gewesen sein? Das ist... Magst du telefonier grad kurz? Oh, okay, mach ruhig. Ähm... Du hast das... Herr Weiß hat ja gesagt, dass du das rum erzählt hättest im PD mit Larry und mir. Noch bevor wir selber die Chance hatten, das zu erzählen oder uns da irgendwie kurz zu schließen. So, was habe ich gesagt? Du hast es rum erzählt, dass wir uns getrennt haben. Rum erzählt? Das hat Herr Weiß gesagt. Du standest daneben, Brian. Wem habe ich das erzählt? Ariane, hast du genau zugehört? Romans? Oh, Sekunde, Brian. Eine Sekunde. Nein, Herr Weiß jetzt nicht. Hast du genau zugehört, was ich gesagt habe? Was hast du denn gesagt? Dass ich es einer Person gesagt habe. Einer Person. Aber jeder weiß Bescheid, Brian. Der Herr Weiß meinte, du hättest das rum erzählt. Nein, habe ich nicht. Aber anstatt mich erst mal zu fragen, wie ist denn der tatsächliche Stand, siehst du hier so eine Riesenshow auf. Ich stand immer dir zur Seite. Egal bei was. Okay. Eine Sekunde bitte, Brian. Herr Weiß, ich kann jetzt nicht. Wie, Sie können jetzt nicht? Sie stehen beim LFD. Ich telefoniere. Ja, mit wem denn? Mit Brian. Darf ich bitte weiter telefonieren? Wer ist Brian? Gamble! Wollen Sie kurz auflegen, ist wichtig. Nein, ich kann es nicht auflegen. Das ist auch wichtig. So. Oh. Sekunde, Brian. Nein, ich muss gerade Abstand halten. Ich war immer... Ja, ja, ich verstehe. So. Ich war immer auf deiner Seite. Egal, wie du dich entschieden hast. Ja, deswegen hat mich das ja so gewundert. Und anstatt aber mit mir zu reden... Hab mich doch im Lauf! Nein! Was hast du denn da mit mir geredet? Du hast kein einziges Wort so wirklich mit mir gewechselt. Brian! Nein! Ich glaube, du erinnerst dich nicht. Und das war ja nicht alles. Brian. Ich war... Von Fee erwarte ich nichts anderes. Ganz im Ernst. Und ich war von dir so enttäuscht. Von dir. Weil der Weiß meinte, bla bla bla, rum erzählt. Du standest ja dabei. Wir standen beide dabei. Und dann hat er gesagt, oh, hätte ich das vielleicht nicht erzählen sollen. Und dann meintest du nämlich, ja, was ist denn daran so schlimm? Und wenn ich eine Beziehung beende, dann erzähle ich das überall rum. Du hast von dir selbst auf mich und auf andere, auf Larry geschlossen. Und das ist unfair, weil wir handeln das anders. Also bei allerliebe Ariane. So oft wie du mir die Ohren vollgeheult hast wegen Larry Skinner. Ja? Du hast mir fast jeden Tag, wenn wir miteinander gesprochen haben, hast du deshalb ein scheiß Gefühl gehabt und rumgeweint. Und das gibt dir das Recht, das rumzuerzählen? Und ich habe dir jedes Mal zur Seite gestanden. Nee, nee, nee. Jetzt hör mir mal zu. Ich habe dich jedes Mal zur Seite gestanden. Und jetzt passiert mir, passiert dieser Fehler. Und du bist so dann in diesem Sinne ignorant. Und verweigerst die Gespräche mit mir. Und erzählst Fee sonst irgendwelchen Kram. Was weiß ich, was ihr da besprochen habt. Und daraus machst du jetzt so einen riesen, riesen Drama. Was, was redest du damit, ich erzähl Fee irgendein Kram? Ich habe genau das gleiche erzählt, wie ich dir jetzt gerade erzählt habe. Und was heißt bitte ignorant? Als ich das gesagt habe, dass ich das doch, dass ich das doch bitte mit Larry besprechen möchte. Und dass Larry gerade nicht darauf reagieren kann. Und dass das eine Sache zwischen uns ist. Und du meintest, ja für dich ist das aber so okay. Und du verstehst das Problem nicht. Dann hätte ich mir gewünscht, dass du einfach nur sagst, Okay, tut mir leid, habe ich gerade Kacke gebraut. Hätte ich nicht machen sollen. Da wäre alles so ledig gewesen. Oh mein Gott. Aber du machst aus einer Mücke einen fucking Elefanten. Wenn ich das nicht als Fehler einsehe, warum sollte ich mich dafür entschuldigen, dass du im Nachgang da natürlich so dann reagierst? Natürlich hätte ich dann was gesagt. Herr Weiß, die machen mich gerade wirklich nervös. Kann ich bitte einmal ganz kurz in Ruhe telefonieren? Ich sag doch gar nichts. Ich hör doch nur zu. Ich weiß auch worum es geht. Drehen Sie, ich sag nichts. Machen Sie weiter da. Brian. Das ist, ich mache aus keiner Mücke einen Elefanten. Denn kurz danach wolltest du, dass ich mich auf Love anmelde. Du warst dabei. Wie gesagt, von Herr Weiß erwarte ich das. Von Fee erwarte ich das. Aber nicht von dir. Ach, Ariane, ey. Wirklich. Also, mittlerweile müsstest du mich so gut kennen. Nee, anscheinend ja nicht. Dass es einfach nur Jux und Tollerei ist. Es ist doch scheißegal, was du machst. Du wolltest mich auch überreden. Du hast doch selbst in der Hand, was du machst. Nein, ich stand da als Einzige. Ihr habt alle auf mich eingeprescht. Ich stand da als Einzige. Und du, ja, mach doch, mach doch, mach doch. Weißt du, wie scheiße sowas ist? Im Endeffekt bist du doch selbst für dich verantwortlich. Ich habe mich auch auf dieser Scheiße angewählt. Aber nur aus Jux und Tollerei meinst du? Ich meine da irgendwas ernst. Und wer weiß, was das bringt. Das ist schön, wenn du das machst. Ich sehe das aber anders. Ich sehe das anders. Und ich hätte mir nicht gewünscht, dass da so ein Pressure auf mich gesetzt wird. Oh. Gut. Okay. Also du wirst jetzt keine Entschuldigung von mir hören. Ja, dann ist die Sache ja erledigt. Ähm, aufgrund dessen, dass man sich gleich erst mal in sich gehen sollte. Wirklich. Und über seine, in Anführungszeichen, Fehler nachdenken sollte. Nichtsdestotrotz, ähm, habe ich meine eigene Meinung vertreten. Das werde ich immer. Und das werde ich auch zukünftig. Es geht aber nicht um dein Leben. Es geht hier um das Leben von mir und Larry. Mariana, ich habe meine, ich rede über meine Meinung und meine Meinung kann ich jederzeit äußern. Deine Meinung hat aber nichts mit meiner Beziehung zu tun. Wer redet denn über deine Beziehung? Was hat denn das, was denn überhaupt eine Beziehung? Ihr habt diese Scheiße beendet und jetzt machst du sowas? Ja, und trotzdem ist es unsere Sache, was wir rum erzählen und was nicht. Trotzdem ist es meine Sache zu entscheiden, wo ich mich anmelde und wo nicht. Und da wurde jetzt keine Rücksicht von dir genommen. Keine. Mein Gott, er liegt im Krankenhaus schwer. Ja. Ach so. Denk doch mal logisch. Er liegt im Krankenhaus. Und mir geht es nicht gut, weil ich ihn ja trotzdem liebe. Ja, das weiß ich. Sagst du mir, das hast du mir nicht oft genug gesagt? Ja, aber warum machst du dann da mit? Ich verstehe es nicht. Wo mache ich denn mit? Du hast bei der Scheiße mitgemacht. Nein, ich glaube, du willst es nicht verstehen. Ariane, ohne Scheiß. Jetzt mal ehrlich. Ich glaube, du willst es nicht verstehen. Was ernst gemeint ist und was Spaß ist. Ich glaube, diesen Unterschied hast du tatsächlich dementsprechend nicht verstanden. Dieses Gespräch ist jetzt verdammt nochmal ernst. Ja? Das Gespräch ist die ganze Zeit ernst. Und dann ist es mir doch groß, ob du irgendwie Laugh machst oder irgendeine andere Kacke. Das ist doch egal. Weil du selbst für dich verantwortlich bist. Wenn irgendwelche Leute dir sagen, mach mal dies oder jenes. Äh? Du entscheidest doch, was du tust. Du findest es also geil, wenn jemand einfach ganz alleine da steht und alle auf einen einpreschen. Weil das ist ja die Pindi, das ist ja von der Person das alleinige Problem. Ist es meine Schuld, dass ich da nichts anderes mache? Brian, merkst du überhaupt, was du da erzählst? Nein, du verstehst meine Intention dahinter einfach nicht. Es hat mit Skinner zu tun. Sekunde, Herr Reiß. Du verstehst deine Intention dahinter einfach nicht. Selbst wenn ganz von Andreas auf dich einspricht. Im Endeffekt entscheidest du doch selber, was du tust. Nein, du verstehst es einfach nicht. Ich bin wirklich geschockt gerade. Ich glaube, du verstehst mich einfach nicht. Ich glaube, wir verstehen uns beide einfach nicht. Das könnte natürlich gut möglich sein. Arine, ich bin immer für dich da gewesen. Ich habe immer mein offenes Ohr und hab dir auch immer meine Meinung gesagt, okay? Ja, sonst würde ich auch nicht so durchdrehen, das ist ja das Ding. Ich habe mir gesagt, mir war nicht bewusst, dass das so einen Riesen-Rattenschwanz hat. Ansonsten hätte ich doch diesbezüglich einfach meine Fresse gehalten. Ich kann ja nicht riechen, dass ich das nicht weiter erzählen darf. Weil das ist doch, für mich persönlich, meine persönliche Meinung ist, dass es kein Weltenuntergang ist. Natürlich entscheidet ihr selber, was da wie damit umgegangen wird. Aber woher soll ich das wissen? Wechseln wir. Das ist gesund auf Menschenverstand, Brian. Das ist gesund auf Menschenverstand. Warum ist das ein Menschenverstand? Was hat das mit Menschenverstand zu tun? Wenn du dich von Fee trennst und das nur eine Sache wäre, die ich jetzt mitbekommen hätte, gehe ich nicht hin und erzähle das anderen Leuten. Ich überlasse das euch, weil das eure Beziehung ist. Auch wenn die zu Ende ist, ist es euer Privatleben, nicht meins. Wenn ich aber gefragt werde diesbezüglich, soll ich dann sagen, fragen sie lieber danach? Hä? Dann hättest du mir sagen müssen, dass ich darüber mit niemandem sprechen darf oder niemandem etwas davon sagen darf. Jemand kommt also zu dir hin und fragt, haben die sich getrennt, weil er im Krankenhaus liegt? Hat der etwa einen Unfall gebaut deswegen? Ist das sinnlos? Nein, nein, nein. Ich wurde gefragt, was ist mit Ariane und Skinner? Haben die sich getrennt? Oder irgendwie so war das, glaube ich. Und er hat gesagt, ja. Hä? I don't get it. Ohne Scheiß, wenn mich das jemand gefragt hätte, hätte gesagt, Frau Brian. Ich halte mich raus. Wir haben einfach unterschiedlichen Ansichten. Richtig. Genau. Und deshalb will ich es wahrscheinlich auch gar nicht verstehen. Weshalb du so einen Hass auf mich jetzt gerade schiehst. Also Frau Barnes, ich habe etwas für Sie. Entweder nehmen Sie das an oder nicht. Och Gott, nee. Brian, das ist kein... Brian, können wir das Gespräch trotzdem nochmal verschieben und unter vier Augen, weil der Herr Weiß gerade neben mir steht mit Handschuhen und irgendwas mit mir machen will? Ja, natürlich. Alles klar, ja. Okay. Bis dann. Frau Barnes, wir machen jetzt einen Liebesbeweis an Larry Skinner. Ja, wobei, ne. Herr Weiß. Ich frage Sie was. Jetzt halten Sie mal die Fresse jetzt hier. Oh mein Gott, halten Sie die Fresse? Halten Sie die Fresse? Halten Sie die Fresse? Halten Sie die Fresse? Fette Sau. Ich habe etwas und wenn Sie mir die Frage richtig beantworten, gebe ich Ihnen etwas. Aber Sie versprechen mir, dass Sie das in Ihren Auffall aufbewahren. Und wenn Sie Larry Skinner irgendwann mal wiedersehen und er fit ist, geben Sie ihm das. Aber er darf es nicht verwenden. Herr Weiß, Larry und ich sind nicht mehr zusammen. Egal. Trotzdem werden Sie ja im MD immer wieder vorbeischauen, oder nicht? Also ich war jetzt schon einen Tag nicht da. Nee, war ich gar nicht. Ich war da. Soll ich Ihnen das geben? Oh mein Gott. Soll ich Ihnen das geben oder möchten Sie das nicht haben? Herr Weiß, ich verspreche Ihnen nicht, dass ich Larry ihm etwas gebe. Dann werde ich es wegschmeißen. Er wohnt bei mir. Er wohnt auch bei mir. Ich kann es Ihnen in den Schrank legen. Nein, Sie müssen es ihm übergeben. Herr Weiß? Sie müssen es ihm einfach übergeben. Es ist nichts Schlimmes. Wollen Sie uns einfach zusammenbringen, nachdem Sie sich doch eigentlich... Sie haben sich doch hundertprozentig gefreut, oder? Ich habe gehört, in PD gab es einige, die es gefeiert haben. Dass Larry und ich uns getrennt haben. Echt? Weiß ich bis heute nicht. Was ich tatsächlich voll assi finde. Also die Einzige, die Sie auseinanderbringen wollte, war immer Frau Ivanov. Was? Oh. Hat die Ihnen das nie gesagt? Ja, weiß ich. Reiten alle ganz schnell in die Scheiße. Wüssten Sie das? Das wusste ich ehrlich nicht. Ich dachte, das hätten Sie Ihnen öffentlich gesagt. Nee, nicht direkt so. Nein. Oh. Sie hat immer gesagt, dass... Okay, das ist... Ja, da halte ich mich da raus. Mehr sage ich nicht. Da haben sich zwei gefunden. Ja. Nee. Sie hat nur immer gesagt, dass Larry so langsam ist. Und wenn Sie sich zusammentreffen und Sie reden miteinander, dann... Dass er nicht gut für Sie ist und so. Ja, aber deswegen wollten Sie uns doch nicht auseinanderbringen, oder? Nee, nee, nee. Stimmt. Da habe ich nichts mit am Mut. Was soll ich denn denn? Ja, ich habe hier was für Sie. Warten Sie. Ein ehemaliger Kollege von Larry Skinner war hier. Mhm. Ähm. Ähm. Und Sie sollen ihm das geben. Wer? Rekka? Richtig. Okay. Sie sollen ihm das geben. Und Sie sollen das Larry geben, ja? Okay. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich habe das so bekommen und Sie sollen es weitergeben. Okay? Ja. Ich sag nochmal, ich habe keine Ahnung, was das ist. Okay. Äh. Was steht da? Larry, du alte Flüns, grüße er. Was ist Flüns? Äh. Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe das so bekommen und soll Ihnen das weitergeben. Ja, dann werde ich Ihnen das übergeben, wenn ich ihn irgendwann mal wieder sehen würde. Ich frage ihn aber, ne? Ob Sie ihm das gegeben haben. Ja, machen Sie das, Herr Weiß. Und sonst, wie läuft's? Herr Weiß, ich frage jetzt mal wirklich ganz ernst. Ganz ernst. Nicht halb ernst. Ich weiß, Sie sind ja so ein... Wissen Sie, wem die Frage gefallen würde? Ernst August. Okay, Herr Weiß, da kann ich Sie das nicht fragen. Nein, ich höre jetzt auf. Fragen Sie. Ich bin jetzt ehrlich. Was denn? Wenn Sie sich von Hanni trennen würden. Sind das zusammen, oder? Wo soll ich mich trennen, wo nichts ist? Also doch nicht zusammen. Oder vielleicht doch? Herr Mix und ich sind immer noch am Raten. Weiter. Wenn Sie jetzt sehr lange mit einer Dame zusammen wären und Sie würden sich trennen, dann ist es doch trotzdem Ihrer Verantwortung, dass Sie es Ihren Familienmitgliedern und engsten Freunden sagen und beibringen, anstatt dass es über stille Post läuft, über andere, die es einfach fröhlich rum erzählen, oder? Ich glaube, das Problem ist, wenn ich einen Gedanken hätte, egal was es ist. Ich denke jetzt zum Beispiel, alle Fliesen auf dem Boden hinter uns gelb zu machen. Nur der Gedanke würde dazu bringen, dass die ganze Stadt erst morgen weiß. Gefühlt. Nein, es geht gerade wirklich um das absichtliche Rum erzählen. Ja, also warum erzählen Sie es den Leuten denn nicht einfach? Weil Larry noch im Krankenhaus liegt und dazu zwei gehören. Aber würden Sie sagen... Würden Sie einfach das rum erzählen, ohne Ihrer Freundin vorher Bescheid zu sagen? Würden Sie es trotzdem noch nicht mit ihr klären? Aber weiß der Larry denn, dass ihr getrennt seid? Ja, natürlich weiß der Larry. Ja, aber was ist denn das Problem? Hä? Moment. Also... Können Sie es mal genauer erklären? Sie erklären das wie... also was? Also wir haben uns getrennt. Ja. Und ich würde das natürlich auch... Er wird wahrscheinlich seinen Kollegen erzählen und ich würde das mit ihm besprechen. Hey, wie machen wir das jetzt? Soll ich das erzählen? Oder möchtest du? Dann machen wir es einzeln irgendwie. Ach so! Dass ihr euch zusammen... Genau noch bevor er überhaupt die Chance hat. Dass ihr euch zusammentut und den Leuten das dann zusammen vermittelt. Ja, vor allem er hat ja nicht... er kann es gerade nicht steuern. Er liegt ja noch im Krankenhaus, wissen Sie? Ja, steuern kann er ja sowieso jetzt mit gebrochenen Beinen. Aber ja, ich verstehe. Dann würde ich natürlich warten, bis Salary auf die Beine kommt. Ja, genau. Und das ist der Punkt. Also, dummes Swat-Spiel. Ja. Wow. Der war tatsächlich sehr gut. Ja. Ja, das ist das, was Brian gerade überhaupt gar nicht versteht. Und meinte, ich wäre ignorant und bla und... Ja, der Brian, der erzählt auch viel. Der redet viel mit Leuten. Der ist wirklich so ein kleines Plappermäulchen. Ja, ja. Ja, das ist die Königin Mutter des Plapperms. Weiß viel, das durch ihn. Aber... Ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Auch mit diesem Love-Ding. Von ihm erwarte ich das von Fee auch. Aber ein Mann, der sich ein verheirateter... Ein verheirateter Mann, der sich da bei so einem Love-Dienst anmeldet, muss mir keine Beziehungstipps geben. Ganz ernst. Stimmt. Der Gamble ist ja verheiratet, ne? Und hat sich bei dem Love-Dienst angemeldet. Ja, nicht nur das. Wenn ich die Ebenow wäre, wäre ich schon ziemlich enttäuscht. Ich glaube, Fee ist da ganz locker. Für mich wäre es nicht. Hm. Mit dir kann man ja richtig tief reden, Herr Weiß. Warum haben Sie denn Handschuhe an? Gehen Sie jetzt gleich noch eine Kuh an? Ja, ich muss... Ja. Nein. Tatsächlich ist es so, dass ich mich gerade beobachtet fühle. Könnten Sie sich bitte wieder nach vorne drehen? Danke. Ähm. Also. Nein. Also tatsächlich ist es so, dass wir heute Beförderungen haben. Oh. Und eine Hochzeit findet heute statt. Wer heiratet denn? Das habe ich gerade schon gehört. Ja, das finden Sie selber heraus. Kann ich nicht? Ich weiß nicht, ob ich befugt bin. Ich bin nicht befugt. Ah, okay. Zap. Ne, ich bin nicht befugt. Haben Sie jetzt gewonnen, die Schnitzert? Weiß ich gar nicht. Sie haben recht. Ich weiß es gar nicht. Ja, dann gucken Sie doch mal auf Venture. Ne, ich frag gleich einfach Hanni. Ja. Also ja, die habe ich gerade auch irgendwo gesehen drin. Ja, ich sag mal, die soll herkommen. Ich frag die mal, ob die herkommt. Ja, verkaufen Sie mir Ihre Wohnung für 20.000, Dankeschön. 20.000 Dollar. Ja, die habe ich aber auch nicht. Äh, Hanni, ich bin hier mit Ariane Barnes vor, hier, komm mal hier raus aus der Haupteingangstür und dann gehst du nach links, rechts, links. Links. Ist gleich. Links. Ja, genau, richtig. Ja. Ähm. Was? 20.000 Dollar. Wissen Sie, was ich für die Wohnung bezahlt habe? 85. Oh, 85. Ja, und dann soll ich sie 20.000 Dollar verkaufen? War ja einfach nur eine spaßige Frage. Herr Weiß, sagen Sie Bescheid mit Ihrem Bart, wenn Sie da irgendwas machen wollen? Ne, erst am 11. November. Was? Warum? Wieso am 11. November? Ne, wir haben gesagt, bis zum 11. Hallo. Du hast das noch gar nicht mitbekommen, ne? Es gibt neue Hosen für Police-Officerinnen, für Frauen. Und, äh, es gibt jetzt eine Parade-Uniform, die ich gerade anhab' mit weißen Handschuhen. Ersteck? Genau. Ich geh mal wieder zu meiner Freundin zurück. Ja. Dass Brian das einfach nicht einsehen will, ne? Äh, ist aber nur RP, Leute, ne? Ist aber nur RP. Ich mag doch den Exo. Ich liebe auch die Streit-RP. Wenn da jemand noch nicht nachgibt, ist das sogar noch interessanter einfach. Hey. Wie war das Telefonat? viel anschreien und, äh, Brian sieht's überhaupt gar nicht ein. Mein, dich wär ignorant. Oh. Und, äh, der hätte ich in den Liebsten richtig laut in den Hörer geschrien. Ähm, er versteht nicht, was das Problem ist. Und dieses Love-Ding, das war ja für ihn nur Spaß. Und, äh, du warst doch dabei, wie die alle quasi hier so in so einem Kreis standen und auf mich eingeredet haben, ne? Mhm. So. Und ich bin grad in Trennung. Mein Freund liegt im Krankenhaus und ich lieb ihn noch. Und bin halt sad. Und der hat nicht, der hat, der meinte, das ist ja dann meine eigene Schuld, äh, oder ich muss für mich selber sehen, ob ich mich dann da anmelde und nicht. Also, er hat quasi... Ja, natürlich, aber dann brauchte er ja nicht auf dich so einreden. Genau wie alle anderen. Der hat Sachen gesagt, wo ich einfach nur dachte, Red Flag! Das war ganz schön, er krieg's tatsächlich. Was hat er denn gesagt? Irgendwie, dieses, weißt du, ich hab ihm halt versucht zu erklären, wie scheiße das für mich ist. Und dann meinte er irgendwie hier dieses so, ja, das ist ja dann in deinem Ermessen, ob du das, weißt du, so quasi Täter-Opfer-Umkehr. Und, äh, meinte dann auch irgendwie so von wegen, ähm, ja, äh, das ist halt seine Meinung, ähm, mit dem, also nicht mit dem Rumänzchen, mit, äh, wie er seine Beziehung da, wie er das halt händeln würde, die ganze Situation. Da hab ich gesagt, du musst nicht von dich auf andere schließen. Ja, aber es ist seine Meinung. Ja, schön, dass es deine Meinung ist. Was? Hä? Ist ganz komisch gewesen. Und er meinte, er wird sich auch nicht dafür entschuldigen. Und das war für mich so, okay, Brian, goodbye forever. Hä? 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 Ich bin super verwirrt. Wieso ist der auf einmal so? Ich dachte, der sag ich nicht. Der war nie so. Ich schwör dir, Max, der war nie so. Hätten wir nichts angeschätzt. Ich, ich wär für den nicht vorhergesagt. Aber was der sagt, das ist seine Meinung, aber schön, dass es seine Meinung ist, aber das ist halt nicht seine Beziehung. Das ist ja völlig okay. Aber das ist, ich hab irgendwie das Gefühl gehabt, der hat sich in seiner Ehre so hart gekriegt. Ich glaub, den hat noch nie eine Frau richtig Parolien bewiesen. Wie sagt man das? Oh Gott, ich bin ja zu verwirrt. Ich glaub, das kennt der überhaupt gar nicht. Ich weiß auch nicht. Wenn ich meine Meinung bin, ich muss jemanden in die Fresse hauen, dann heißt das nicht, dass ich's darf. Ja. Aber als er noch meinte, er wird sich dafür aber nicht entschuldigen, dachte ich, ja komm, dann geh mal weiter im Sandkasten spielen, Junge. Egal, so sortiert man die Leute aus. Ja, so macht man nichts. Achja, ich hab noch was vergessen. Liebe auch zurück. Ich war vorhin bei YouTube. Sag dir mal, wenn man nicht nachgibt, macht's umso mehr Spaß. Ariane lässt das halt grad voll ab, ne? Aber es ist wirklich nur IP. Was war das? Okay, was war das? Ich hab dir Post-its gegeben. Oh, hast du viele? Oh, dankeschön. Wie viel haben die gekostet? Ein Dollar. Gar nicht. Erzähl jetzt. Wie viel haben die gekostet? Zwei Dollar. Man wechselt auch da mal. Hallöchen Federico, meine Güte, du hast abgenommen. Ich seh' dich gar nicht. Du bist so schlauend. Der Kollege Grabozera hat jetzt eine Freundin, wusste die das schon? Hör'n sie auf, jetzt komm. Oh, meine Güte, also hielt er uns jetzt vergeben. Wirst du wissen, wer ist da noch überhaupt dabei? Wieso kennst du denn hier jeden in der Stadt? Wann die gerade weggegangen? Wann die gerade weggegangen? Bitte was? Wann die gerade weggegangen? Ja. Oh, meine Güte. Die haben alles abgenommen, ich seh' gar niemanden. Oh! Die sind alle so schlank. Dann komm mal, komm doch mal mit. Die Sonne blende, das hilft auch noch. Oh, meine Güte. Also die Sonne, meine Güte. Ich kann gar nicht aufhören, meine Güte zu sagen. Wie seh' ich heute so aus? Gefall' ich dir? Gut. Gut. Oh Gott, kommt da. Ich... Nein. Nein. Das machst du ganz schön. Was ist denn schläftes Motorrad? Das Motorrad ist vorne. Wir müssen nur noch mal nicht weitergehen. Was ist doch trotzdem so gut aus? Alles gut? Hä? Hallo. Alles gut bei Ihnen? Hallo. Alles gut. Ah, ich kenn' sie doch. Wir kennen uns bestimmt. Wir sind doch, ähm... Die Haare haben mich... Ne, warte, das... Äh, wer ist... Äh, äh... Boah, das sieht aus, als wären die vom Mountain-Hand-Style. Das ist so cool. Der... designed. Kacke. Was? Ne, nichts. Alles gut. Schönen Tag noch. Jedenfalls. Danke. Oh, ich hab grad noch die Kurve gekriegt. Ich hab grad noch die Kurve gekriegt. Ich hab grad noch die Kurve gekriegt. Was war das denn? Hä? Ihr kennt doch... Ihr kennt doch das Handwerk von uns. Also, ich glaub' das war auch geil. Ja. Du... Du... Das war so hart. Das war so hart. Es tut mir leid. Fail happy. Es tut mir leid. Huuu... Oh, ich habe... Blendet dich die Sonne nicht so sehr wie mich? Ne, blendet mich wirklich sehr. Ja? Kann man so... Ich... Ich... Ich will's nicht für dich auch mal teilen. Wie viel... Hast du, wie viel schuld ich dir? Der hat uns gar nicht Hallo gesagt. Ey. Meinst du, Serge? Ja. Ganz komisch und unlogisch. So, ähm... Ja. Ich wollte sagen, klar, wir kennen uns doch von der Bushaltestelle. Aber das war... Das war so Nico's Stream, den ich da geguckt habe. Da war ich gar nicht dabei. Da war ich gar nicht dabei. Da war so... Äh... Äh... Das erkenne ich doch. Das Handwerk. So ganz schnell umgelenkt noch. Oh, Stress weg. So, dann eben zum DOL fahren. Zum DOL? Achso, ne. Die haben doch erst da... 8 oder so offen. Oder 10 sogar. Das. Oh, okay. Boah, das mit Exo... Äh, mit Exo. Das mit Gammon und Ariane. Uuuuuh. Ist kein krasses Epil gegeben. Uuuuuh. Mein Ölstrang ist vielleicht eröffnet. I don't know. Max? Ja? Habe ich dir schon mal gesagt, dass ich dich liebe? Oh, ich liebe dich. Dich auch, aber wieso? Einfach nur so. Wie kommst du da jetzt drauf? Einfach nur so. Weil ich einfach froh bin. Ich bin froh, wie du bist. Ich mag, dass du mir auch deine Meinung sagst, wenn ich mal irgendwas scheiße mache oder so. Habe ich das schon? Also bis auf das eine Mal mit der Wied? Wir haben uns auch gestimmt. Ich find's, man kann's ja gar nicht gestimmen. Achso, ja stimmt, wir haben uns gestimmt, das stimmt. Hast du abgeschlossen? Ja. Und auch wenn, da kann man nichts glauben. Apart mit Nummer 2 ist offen. Danke. Also, du meinst, du meinst jetzt, dass, äh, ne warte mal, ich mein, ich wollte nur mal fragen, du wohnst jetzt mit Barbara und nicht mit Gerard zusammen, ist das richtig? Nein, ich wohne mit niemanden von beiden zusammen. Okay, warte mal, in welcher Wohnung bin ich heute aufgewacht? Das hat mich so verwirrt. Wahrscheinlich bei Barbara oder was, da haben wir doch übernachtet. Oh mein Gott, ich war so verwirrt. Oh mein Gott, ich war so verwirrt. Ich dachte, okay, wer wohnt jetzt mit wem zusammen? Was ist mit den Klamotten hier im Schrank? Ich hab ihr aber, okay, dann hab ich ihren Schlafzimmer, äh, Schlafanzug auch in ihren Schrank zurückgelegt. Boah, wie mega verwirrend. Oh, du hast wahrscheinlich gar keinen Platz. Wo hab ich die denn reingeparkt? Ähm, ach ja, also wenn du ganz beim Schrank, bei den oberen Regalen, das, eins, zwei, drei, ja. Das achte Regal von oben. Okay. Die Agnes-Tops. Äh, sag mir trotzdem. Vielleicht, du kannst mir doch einfach die Hainohen was geben. Ach, alles gut. Aber dann siehst du doch gar nicht, wie es mit den Händen aussieht. Ne, ich pack mir die, ich pack mir die ja erstmal, ähm, unterm Arm. Ach so. Ähm, Agnes-Tops? Ah, welches, welches hast du denn für mich? Ähm, du kannst dir eins von allen aussuchen. Eins von allen? Warte. Du kannst die auch anprobieren, wenn du willst. Ja, ich glaub, ich probier die wirklich mal an. Das Einzige, was ich dir nicht geben kann, ist Rose, weil ich das, äh... Ja, alles gut. Nein, oh mein Gott, ich bin froh, dass ich, also, dass du gar nicht gedacht hast. Reden wir nicht drüber. Ich werde dir bald ganz viel holen. Oh, warte, ich zieh mal meinen Ruck aus. Okay, das Gelb ist schon mal irgendwie sehr schön. Oh mein Gott, die sind so knapp, ich liebe es so. Okay, das ist irgendwie... Wie sieht das aus, was ich gerade... Sieht man meine Unterhose? Ähm, ne. Okay. Aber ich würde trotzdem... Also du kannst ja unten, äh, bei den Legalen sind diese kurzen, äh, Hosen. Die sieht man halt kaum, aber dann hast du zumindest was drunter. Oh, ja, das wär ganz gut. Aha, aha. Aha, aha. Oh, das ist ja auch schön. Ich weiß, was ich mach. Was denn? Fährt mir die Haare blau und dann zieh ich wirklich ein Bini an. Ja, bitte mal das. Hast du ein blaues Bini an? Und dann gehen wir so den... Äh, au... Was denn? Ein blaues. Ne, ich glaub nicht nur weißes Scheiße. Aber... Aber... Aber dann, dann... Äh, spiel ich halt ohne Bini. Ich venture nochmal das Outfit. Okay. Ich weiß nicht wieso. Ich, ähm... Ich seh irgendwie... Orange. Ich seh sonst nie Orange bei mir. Vielleicht kann man einfach auch mal ein bisschen Farbe bekennen. Also, wenn's okay wäre, würde ich das Orangene nehmen. Ja, das ist okay. Ich muss dem kurz mal den Praxistest einmal unterziehen. Sekündchen. Was machst du da? Ich muss gucken, ob das hier mit den Tops... Kannst du mal schauen? Ob du... Ob du meine Unterhose... Ja. Echt? Echt? Und so? Sieht man die da auch? Ja, sehr viel. Das rutscht ja alles nach oben. Oh, scheiße. Ja, okay, dann... Soll ich das wohl nicht machen? Dann... Okay, dann... Wie teuer... Wie teuer sind die denn jetzt gewesen? Einen Dollar. Max, ohne Scheiß. Bitte. Bitte. Wirklich, bitte. Zweiter. Ich ruf mal mit Asami an. Ne, ich glaub 100 Dollar haben die gekostet. 100 Dollar, oder? Oder 150. Warte, warte, ich hab's in meinen Nachrichten stehen. Ähm... Ähm... Oh ne, hier steht noch was für 1000 Dollar, aber hier geht's um was anderes. Hm. Hast du Haarkreide hier? Ja. Ah, okay. Die Hose war verweckt. Hast du vielleicht eine zerrissene schwarze Hose? Ja, nur diese. Wir könnten zum Suburban gehen, da gibt es ja die mit denen, die so ein bisschen offen sind vorne. Oder zum, äh, Binkos. Ja. Und ansonsten werden die Catsuit Boots, die würden gut dazu passen. Ich glaub tatsächlich, die Stiefel passen besser dazu. Oh, ja, stimmt. Hast du recht. Ja, okay, aber so ist das super. Kann man mit? Hm... Ja. Ich hol eben die Kreide. Ja. Ich klicke noch eben den Schmuck da ran. Okay. Gibt es hier eigentlich irgendwo einen schwarzen Armreif oder irgendwie sowas, oder Lederbänder? Ähm... Hier ist das Licht am besten. Äh, Lederanbänder nicht, aber so Stoffanbänder. Warte, ähm... Hm... So. Ähm, Max, guck mal bitte kurz mit. So. Stoffanbänder brauchst du auf jeden Fall. So ein schwarzes oder so ein dunkelbrauner. Ein schwarzes hab ich. Also nur die Farbe, richtig? Äh... Ja, ne, du kannst ja auch, äh, so sagen... Hm... Warte, wir können... Schau mal bei den Kurzhaarfrisuren. Ja, Sekunde. Hast du denn, ähm, das Beanie gerade, äh, irgendwo in der Tasche? Naja, ich hab nur ein weißes. Okay. Also lass mich trotzdem erstmal die Haarfarbe so ein bisschen... Aber ansonsten schauen wir bei, ähm, Binkos, die haben da auch ein paar Mützen. Echt? Da will ich auch nochmal vorbeigucken. Uh... 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 Okay. Warte... Obwohl, weißt du was, ich würde sogar sowas... sowas würde eigentlich aufgehen, aber... Bei der Kurzhaarfrisur habe ich immer ein bisschen Angst. Was ist mit der und dem Beanie? Hm... Ich glaube, die passen nicht so zusammen mit das und dem Beanie. Du hast ja noch andere Beanie hier. Sollen wir die dann erstmal ein bisschen probieren? Ja... Dann hole ich jemand. Ja. Warte, ich schau mal, ob ich noch, äh, das mit einer Kette kombinieren kann. Ja. Okay, jetzt... Oh, das Beanie... Oh, uh... Ah, schade, dass dein Zopf so dick ist, weil das sieht richtig gut aus gerade. Mach weiter, ich telefoniere eben. Okay. Oh, mein Schatz, mein Hallöchen. Ich... Ja, ne? Ja, ich hab's tatsächlich auch vergessen. Ähm... Hast du was zu schreiben? Okay, 5, 5, 5. 7, 2, 9. 3, 2, 9. 3, 2, 9. 3, 3, 2, 3, 2, 1. Sehr schön. Ähm. Ehm... 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 Sechs, sechs, sechs? Neun, neun? Sechs. Ja. Kein Problem. Ja. Ne. Die hat sich wahrscheinlich... Okay, dann... Ich rufe einfach mal die Nummer beim zweiten Post an. Vielleicht war die damit gemeint und ansonsten wird sie sich bestimmt nochmal melden. Wie gut ist das? Wie gut? Gut. Ja, kein Problem, Jordi. Bestimmt. Mach's gut, Jordi. Tschüssi. Ich hab dir die Haare so unter die... Und ich hab dir die Haare so unter das Beanie gesteckt. Dass es jetzt aussieht, dass du wirklich viel kürzere Haare und die Farbe wäre so perfekt hier im Katalog. Darf ich dir die bitte machen? Ja, mach die. Aber merkt ihr die Farbe von davor, okay? Habe ich. Okay, gut. Habe ich. Okay. Dann setz dich auf die Couch. Ich passe auf dich auf. Du passt auf mich auf. Ja, ich passe auf dich auf. Oh mein Gott. Bitte. Warte. Warte. Aber dann, ähm, musst du als meine Partnerin in Crime gehen. Ja, aber ich glaub das andere sieht sehr scheiße aus. Ich glaub das andere sieht wirklich sehr krecke aus. Aber wir gucken gleich mal. Ähm, ich hab ne Idee. Ich brauch ein, ähm, ein Zipper-Hoodie in Grau, ein rosa Shirt, eine blaue Jeans und normale Turnschuhe. Ja, wir machen das gleich. Ja, wir machen das gleich. Da müsste ich aber auch noch für einkaufen. Mhm. Die Serie fing gleich an, also nicht gleich, aber ich muss, äh, ich bin jetzt gar nicht. Oh mein Gott, ich atme auch ein. Wie kann man sich das angewöhnen? Das ist so dumm. Ich versteh mein Leben. Schade, dass ich nicht so als, äh, zur Halloween-Party gegangen bin. Mann. Aber gut, das Urteil gab's ja eh noch nicht. Ja, wir haben ja heute Halloween. Das ist doch perfekt. Wir machen dann ein Foto, wenn wir den Laden eröffnen, mit dem Cosplay. Ja. Oh, wie geil. Okay, warte. Okay. Fertig? Willst du mir vielleicht noch die Schminke wegwischen? Vielleicht sieht's da noch besser aus? Nein! Das muss bleiben so, das sieht voll gut aus. Was ist denn mit dir? Keine Ahnung von Style hier. Ne, oh mein Gott, das ist so perfekt. Ich glaub's nicht mit den Tattoos. Das ist alles so gut. Okay. Dann musst du mich heute Max nennen. Ähm, gut, wo bekomm ich denn die Scheiße? Ach du, ich glaub ihn. Ich, ey, ich muss im Suburban zum Binkus unbedingt, weil ich hab sogar keine Klamotten dafür. Für sowas. Gut, dann fahren wir schnell los. Okay. Ich will mich auch besonders fühlen, deswegen glaub ich hab nur die Maske. Ja, das Outfit heute extra deswegen kann. Schade ist das Her... Ähm. Was hast du gesagt? Schade, was? Ich glaub die Herringkün kommt wieder. Wir müssen dich in Sicherheit bringen. Oh, meine Güte. Ja. Wie entscheidest du dich? Ja, ich rette dich. Ich bin ein bisschen scheiße, was das angeht. Ich hab die Entscheidung tatsächlich auch genommen. Äh, scheiße, ich muss meine Sachen irgendwo hinbringen. Ähm. Jetzt bin ich grad so zugebracht. Dann fahren wir erstmal zu dir nach Hause, dann kannst du auch dann die Serie kurz schauen. Ah, okay. Und danach fahren wir zum Binkus. Okay. Aber soll ich nicht mit wegen Bini oder holst du das jetzt alleine? Äh, ich hab gesagt, warte mal, hat das Binkus hier vielleicht was? Oh, hier ist das? Warte mal. Ich muss das jetzt wirklich mal merken. Krass, das fällt mir nie auf, dass das hier ist. Ich glaub, die sind hier aber anders sortiert oder so. Ja, irgendwas war ja letztens da. Ich hab's da auch 제inig gemacht. Wie sieht das überhaupt aus, wenn du ein Ruhi hast? ICH LAWRZE HINDA Das ist doch voll geil! Was ist denn dein Problem hier? Das ist doch voll die Kapuze auf mit der Maske! Lass mich doch! Ich kanns zur Not hier auch sowas nehmen. Hat das auch in Grau? Jo... Schau mal, passt die Hose besser? Warte... Ja, definitiv. Okay. Die passt besser. Ah, ich muss gleich nochmal Geld tun. Ja. Jetzt muss ich auch nochmal Max kurz googeln. ... Die hier ist eigentlich ganz gut. Für Max oder was? Ja, ich überlege gerade, Max oder ich mach die andere Dame. Ich müsste mal ganz kurz gucken. Okay. Dann kann man uns nämlich die ganze Zeit da rumknutschen. Oh. Ich schieb dich mal kurz ein bisschen zur Seite. Ja. Ich muss mal kurz ein bisschen überlegen. Ja. 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 Aber wie ist denn dein Hintergrund los? Äh... keine Ahnung. Polizei wieder unfallen? Okay, das wird, glaube ich, nicht. Ich muss eigentlich gucken, wie in einem russischen... Also ich glaube tatsächlich, wenn, dann müsste es sowas hier sein. Meinst du, die haben im Suburban noch Jeanshosen? Ich bin mir nicht sicher, ob die passen da. Weil irgendwie, äh... Weißt du, ich habe das Bild hier gerade vor Augen, irgendwie. Und bin mir wegen den Farben hier nicht so sicher. Ich glaube, es müsste diese sein. Ja, die kommt eigentlich nah. Es ist mir gerade wieder eingefallen, dass ich ja eigentlich gar nicht so wirklich viel Platz habe. Mach mal es durch, ich gehe... Ich habe auch noch Platz, wenn du mir losgeben willst. Echt? Warte, dann hole ich mal kurz Geld ab, ja. Naja, das... Ich sollte... ...Meter vielleicht rockern ziehen. Oh, Puppi. Oh, mein Gott, das war's. ...Glöser, blöser, blöser. Was? Ich muss wieder an den Zahng denken. Achso. Ich glaube, ich muss das gleich mal ganz in Ruhe machen, ich gehe Träger durch, innerlich. Also ich bräuchte noch ein rosa Shirt. American Girls in the Movies. Fühlst du es gerade? Oh, ich bekomme die Flashbacks. Oh Mann. Okay, ich glaube, ich muss für die meisten Sachen wirklich zum... Oh, warte mal. So knallig. Watching the world from the bright side. Ah, das hier wär's doch. Oder? Äh, ich weiß... Das müsste eigentlich gehen, das kann man mit einer Jacke kombinieren, ja. Okay, perfekt. Dann nehme ich das mal mit. Und hab wenigstens schon mal das. Und bei der Hose... Warte. Bei der Hose würde ich gerne mal bei diesen... Max, können wir gleich nochmal hier hingehen. Ich hab grad einfach kein Chill. Ich mag es nicht, Sachen unter Druck zu machen. Alles gut. Hallo, ich bin Grafikerin. Ich mag es nicht, Sachen unter Druck zu machen. Ich chill mich dann so lange einfach auf deiner Couch. Ja, wir können die auch zusammen gucken, wenn du möchtest. Oh, äh... Ja, ja, kennen wir bestimmt. Äh... Oh, ich hasse es. Boah, ich werd gleich bestimmt wacher werden. Wonderen, warum du auch mit der Hose Herr Weiß hat mir so einen komischen Zettel gegeben von einem Kollegen, von Larry, den ich Larry geben soll, habe ich erst geweigert und jetzt bin ich einfach voll verstört. Warum machen die das nicht selber? Ja, das weh ich mich auch. Ich meine, Larry liegt doch da, die können ihm noch einen Zettel zustecken. Ja, ich schau mal, also wenn mir die Serie gefällt, schaue ich mit, wenn nicht, dann gehe ich kurz auf Toilette. Okay. Damit ich dann gewappnet bin. Okay. Ich bin... So. Sobald die Serie um ist, geht's dann los. Dann haben wir unsere... Geilkostüme, du siehst so geil aus. Entschuldigung, das ist so komisch und dann nehmen wir alles. Wie random war das denn jetzt bitte? Wünschlich könnte die Stimme nachmachen. Oh ja, das war heller... Blablabla. So, alles auf. Warte mal. Moment, ich muss mal kurz was... Ich muss mal kurz eine Pose überlegen. Sekunde. Ich drehe die Zeit zurück. Warte, Sekunde. Ja, macht sie so eine Handbewegung ungefähr? Ich drehe die Zeit wieder vor. Aber wenn ich auf Toilette gehe, dann... Dann drehe ich die Zeit zurück. Wenn mir die Serie nicht so gefällt, dann gehe ich auf Toilette. Okay, alles gut, verstehe. Dann, ähm... Dann hock dich doch mal mit mir. Damit ich gewappnet bin. Ja. Dann gucken wir doch mal. Ah, schön gemütlich. Ich freue mich wirklich drauf. So. Ah, Gönnung. Ja, Max, dann setz dich doch. Okay. Okay, Max, ich werde mich jetzt vollkommen auf die Serie konzentrieren, ja? Ja. Es kann sein, dass sie dann vergessen, mit dir zu reden und schlafen. Ja, alles gut. Dann sage ich trotzdem mal bis später. Weil ich werde da so vertieft sein. Später. Später. So. Oh. Teamsweek hat da eine Absturzmeldung. So, Leute. Mmh. Es beginnt jetzt gleich. Ich gehe jetzt hier in den Werbebildschirm, schalte aber hier bei... Oder weißt du was? Ich kann auch unten mit dem Laptop, glaube ich, einfach gucken. Schalte hier die Werbung ein. Genau so mache ich es einfach. Ich gehe unten mal mit dem Laptop gucken. Dann hat ihr nämlich jetzt ein bisschen Musik. Ich sage nochmal Dankeschön an Patrick, an Fri... Frihet. Dankeschön. Frihet. Vielen, vielen Dank. Dankeschön auch an AJ Style, an Skas... Ach, das ist gerade so klein hier. Entschuldigung. An Skasamia und an Mölpel. Vielen, vielen Dank. Mölpel. Zehn Minuten. Ist gerade Werbung. Ja, ja. Alles gut. Alles gut. Okay. Dann sehen wir uns gleich wieder. Es geht zum RP weiter. Ich frage mich gleich wieder, ob wir die Max aussehen. Ich werde wohl diese Engelsfrisur nehmen, weil alle Frisuren so scheiße aussehen. Ich will wenigstens, dass das Areal ein bisschen nach was aussieht. Und wisst ihr, wie ich meine? Ich will nicht völlig... Max sieht voll cool. Also Max, unsere Max sieht als Chloe voll cool aus. Ich würde natürlich auch gerne ein bisschen aussehen. So. Dann sage ich mal, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Guten Tag. Bis zum nächsten Mal. Ich starte mal. Hallo. Bis zum nächsten Mal. Mal gucken, wie es mal gucken. und weiter geht's. Und, Sekunde, ja. Dieses Medium. Und ja, ich habe hier dieses Make-up. Aber den Rest hat Erika halt, deswegen hat er auch die Nägel so schwarz gehabt. Den Rest hat der Erika halt da komplett, äh, mal kurz, bin ja auch ein bisschen probiert. Ja, allein, der hat auch ganz viele Props zugeschickt gekriegt. Ne, die hat jemand vorbeigebracht, glaube ich sogar. Die Props. So. Können wir noch mal einen essen und die anderen machen wir mal hier rein. So, jup. Maxi muss ja mal hier glauben. Das mit dem Gespräch, was Ariane übrigens mit David hat, mit dem, ab jetzt habe ich Single, hier nur noch flirten und so, ne. Diejenigen, die Arianes Geschichte verfolgen, ähm, klammert das mal aus, weil, ähm, sowas wollte ich tatsächlich gar nicht sagen. Ich wollte auf was ganz anderes hinaus, weil sie meinte ja, sie will ewig Single bleiben oder sie, eher ein, sie sucht gerade nicht. Aber sie geht jetzt nicht hart flirten. Sie will halt nur, ähm, ein bisschen Bestätigung gerade haben, ob das überhaupt noch so, ne, ob das überhaupt für sie noch so, ob sich noch jemand für sie interessiert. So war das gemein. Deswegen, ich, ich cutte jetzt dieses Story-Ding raus, das ist nicht passiert. Weil es ja eh nur, also sie hat ja eh nur David gesagt. Und ich habe dann versucht, noch mal die Kurve zu kriegen. Warte mal. Oh. Oh. Pass bitte gut auf dich auf heute Abend. Es nutzen sicher die einen oder anderen, dass man ungehindert Maskenkragen darf. Für dich gedrückt. Oh, und 36. Oh. 36. Ah, danke für die Warnung. Das ist, okay, das ist wirklich gruselig. Okay, ich passe auf. Eine wunderschöne Jodie hier. Hey, Jodie. Danke für... Ey, warte mal. Sorry. Ich habe vergessen, die Nummern zu tauschen. War zu wild am Freitag. Was mir zuteln? Okay. Damit wir dabei sind ... Hm. Oh. 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 sometimes Oh. 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 Hallo? Hi Max. Ich hab nur dein Atmen gehört, aber ich dachte, du würdest nicht aufnehmen, dass ich mich aufgeliehen und alles über sich gehört habe. Ich bin am Stadtpark. Du bist am Stadtpark? Du bist am Stadtpark? Ja. Achso, du bist, äh, ja, 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 genau. Ähm, ja, bist du mit deinem Motorrad dort? Ja. Okay. Ich dachte, du warst irgendwie verlaufen oder so. Ja, dann komm ich... Soll ich dann mit dem Auto eben vorbeikommen? Oder wie machen wir das? Ja. Okay, mein Auto ist aber fast nicht mehr fahrt durch dich, aber ich probier's nochmal. Ja, probier's mal. Du bist gleich. Du bist gleich. Das ist eine gute Bilanz, würde ich sagen. Und ja, gern, Freunde von mir wurden gestern auch ausgeraut. Hab also nicht so viel Bargeld dabei oder Schmuck, der dir viel bedeutet. Nur um ganz sicher zu gehen. Scheiße. So, Musik so okay, ne? Uh. Oh. Weiter geht's. Oh, falls die Folge auf YouTube kommt. Ah, ja, ähm, ich lade ja im Moment direkt von Twitch hoch. Äh, ja, da muss ich mal gucken, dass ich schreib, dass die Leute da skippen müssen einmal. Aber das kann man ja eh in der YouTube-Vorschau unten aussehen, aber ich mach mal so'n Skippoint hin. Kann man ja. Also. Original. Original. Goalsik. Vielen, vielen Dank für deinen ersten Schattennachricht. Hallo, herzlich willkommen. Guten Tag. Oder warst du sonst immer nur Lurk? Ich weiß nicht. Ich lese in letzter Zeit immer die erste Chatnachricht und frage mich immer, wie kommt das alles zu Schande? Was gibt mir die Pause, die wir gerade hatten? So, jetzt konzentriere ich mich auch mal wieder aufs Airpad. Alter. Ach, David müssen wir gleich auch noch anrufen. Aber wir machen mal ganz kurz die Sache hier mit Max. So. Oh nein, der Kontrolle ist wieder so. Ach, so besser. Frau Barbara habe ich mir auch ganz viele Sachen angewöhnt. Das ist so, wenn du mit den Charakteren spielst, du gewöhnst dir einfach Sachen dann an. Das ist genauso, wie man sich Sachen vom Partner angewöhnt. Ich bin jetzt mit Barbara und Max zusammen. Also wir haben jetzt ungefähr diese Stellung. Diese Stellung, diese Situation. Wir haben hier eine Situation. Ich gucke sie gerne, Brad Mondo. There's some situation going on. Wenn jemand sich die Haare färbt. Ich mache bei Barbara immer das, wenn sie sich halt wirklich so durchdreht. Irgendwie die ist... Da habe ich das gemacht. Da legt sie sich einfach so hin. Und das ist immer so... Wenn die einfach sich so völlig in Rage redet, ey. Wir haben hier eine Situation. Boah, das werde ich jetzt in Arianes Wortschatz einfach einbauen. Ja, wir hatten da so eine Situation. Ariane hat ja eh manchmal dieses... Manchmal hat sie auch dieses... Oh my God, nein. So mache ich das überhaupt gar nicht. Manchmal ziehe ich auch Sachen am Ende. Aber das mache ich nicht immer. Das nervt mich. Ich wollte eigentlich, dass sie so ein bisschen... Dass das... Dass das halt ein bisschen... Ja, Ariane halt, ne? Entschuldigung, ich kann mich nicht gerade auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren. Ich gucke gerade. Chat will was erzählen und muss sich auch kurz auf den Verkehr konzentrieren. Ja, das würde ihr nochmal so einen kleinen Touch geben, weil sie ja doch ein bisschen so geworden ist, ne? Leicht oberflächig, aber trotzdem immer noch deep und immer noch stark. Weil Brian hat sie jetzt auch nicht des Streites zuliebe halt nachgegeben. Macht sie nicht mehr. Macht sie nicht mehr. Männer verstehen Ariane einfach nicht. Niemand versteht sie. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich finde es auch gut, dass Brian, also Exo, wie gesagt, das ist ja nur RP. Wir Schauspieler nur. Dass er da auch nicht so jetzt Ariane zuliebe oder vielleicht Pan zuliebe oder sonst was. Deswegen, das sage ich ja, das ist eine perfekte Situation für mich. Jetzt einfach dann so Heidi Tai und sowas alle hauptsache keinen Streit oder so. Dass er einfach drauf scheißt und dann trotzdem, ne? Einfach so weitermachen. Das muss man mir auch kurz verstehen. Aber er versteht es tatsächlich nicht. Er checkt es nicht. Meine Fresse, Alter. Warte mal. Okay, vorne gehen die Lichter ja noch. Alles gut. Ja, ich muss schon hinten zusammenflächten. Okay. Du bist vorne am Stadtpark, bei den Taxen? Ja. Ah, okay, da komme ich jetzt zu. Bis gleich. Bis gleich. Oh, sieht das schön aus. Bis gleich. Tja. Tja. Ariane in der großen Stadt. Tja. 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 Tschüssi. Tja. Ich will trotzdem zum Binkos. Ja. Nee, warte mal. Ich muss eigentlich die Jeanshose holen. aber ich wollte vorher tatsächlich nochmal beim Suburban gucken. Ach, das Licht ist ja aber richtig schön. Okay. Ich muss eine Frisur, in der nicht halt so scheiße aussieht, weil alle Frisuren, die ich gerade im Kopf habe vom Katalog, sehen scheiße aus. So eine will ich nicht. Jetzt chill doch mal. Ja, das macht mich gerade seelisch fertig. Upsi. Also die Hose ist so eng. Ich wünschte, ich könnte man Oberteil darunter packen, aber das ist so eng, das schaffe ich nicht. Wir können natürlich trotzdem mal gucken, ob du ein ähnliches Oberteil findest beim Suburban. Oh ne, ich glaube, also ich glaube perfekt, dass das geht nicht. Ja, vor allem mit dem Motiv. Hm. Dann guck ich doch mal, wo ist denn hier der Partner? So, ich hoffe, ich habe es im Navi jetzt richtig markiert. Ach, Ariane. Ja? Hat John sich gemeldet? Oh nein, 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 nein. Was denn? Oh, and thanks, Chloe. Oh. Five years you're still Max Caulfield. Oh. 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 Ich fühle es ein bisschen zu sehr. Wobei du euch das coolere kostet. Oh, was geht's wieder los? Oh. 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 Man, ich bin immer so neugierig. Ich hoffe, Larry ist nicht am abgelaufen. Ja. Nein, so ist man nicht. Mit einem zwei gebrochenen Bein ist er am abgelaufen. Am abgerollt vielleicht. Oh, mein Name. Oh. 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 Ich würde so gerne bei John Moisin spielen. Ich bin, leider muss ich, ich muss es zugeben, ich bin so ein Schwein. Ich bin so neugierig, wie er damit umgeht. Dass man mit John knallt ab geht? Ja. Der ist auch so. Oh. Oh. Hey, wieso ist denn das hier? Ja, wir hatten das abschneppen lassen. Ach so. Ja. Dann mach uns hier. Ich habe alles so weit bei. Also, äh, das ist eine Oberteil, habe ich bei. Warte. Hast du Geld dabei? Ähm, ja. Ach so. Ich hab noch andere. Ich weiß, dass ich nur die Inevitable ausbauen werde, während meine Eltern so lange zufragen. Und ich werde auch. Das ist nicht so, wie ich will, dass Dinge zu Ende. Ich heule einfach. Ich werde zu heulen heute. Du müsstest auf jeden Fall David zeigen, den muss ich da ja nochmal anrufen. Sag mir bitte, hat Leben ist seltsam gespielt. Wie könnte er denn machen? Er könnte den Lehrer machen. Oh je. Wir machen eine ganze Gruppe einfach heute. Oh, das wäre, wir müssen ihn gar nicht mal fragen. So einen schönen Anzug und dann die Brille und dann die Haare. Das kriegen wir hundertprozentig hin. Ja, also das müsste eigentlich einfach sein, Jefferson nachzumachen. Ich ziehe mal ganz kurz das Oberteil schon mal. Ja, ich schau mal, vielleicht haben die ja wenigstens dazu bekommen. Ja. Okay. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Also, solltet ihr Life of Strange 1 nicht gespielt haben, es könnte heute wirklich der ein oder andere Spoiler fallen. Deswegen Spoiler-Warnung jetzt schon mal. Wie die Charaktere, die könnten sich halt dementsprechend verhalten und sowas alles. Einfach nur, dass ihr Bescheid wisst. So, jetzt wird's schwierig tatsächlich. Ich hätte sonst die Jeanssacke, die ich noch aus dem Bingo holen könnte. Da müsste ich gleich auch nochmal die Jeanshose holen. Also da, wo wir waren. Wir müssen jetzt nicht weit wegfallen. Oh, guck mal wie... David ruft dann. Oh, okay. Hallöchen. Gut, wie geht's dir? David, du musst mir eine wichtige Frage beantworten. Hast du Leben ist seltsam gespielt? Wenn ja, sag, wir kommen ihn gleich besuchen. Dankeschön, wo bist du? Wir kommen gleich zu dir, Ariane und ich. Warte dort. Scheiße. Siehst du dann? Warte dort. Okay, wir müssen nochmal zum Binkus. Ich kann das Outfit nur da komplett machen. Schade. Äh, okay. Die haben's... Ich hab's schon bei einigen Herren gesehen, aber ich glaube, für Damen ist diese Mode nicht zugänglich. Ich glaube, die sehen das einfach nicht an uns. Ja. Irgendwie fühle ich das auch... Warte mal, was für eine Jacke brauchst du eigentlich? Ähm, ich brauche eine graue Hoodie-Jacke, die auf ist. Kein. Eigentlich dachte ich, das wäre jetzt kein Problem. Ich nehme eine graue Jeansjacke stattdessen. Ja, ich überlege... Hoch. Ähm, Max, Ray hat mir geschrieben, es gab, ähm, einige Überfälle, weil die Leute jetzt die Masken ja tragen heute, und wir sollen, äh, am besten kein Schmuck, kein Lieblingsschmuck, tadaa, äh, oder Bargeld mit uns tragen und auf uns aufpassen. Meine Güte, soll ich die Kette dann weglassen? Nee, ich bin... Ich hab ja gerade meine Kette auch noch an. Wir passen... Wir sind ja die meiste Zeit im Auto. Sollen wir die Taschenlampen vielleicht auch in Sicherheit bringen, die werden die uns sonst, glaube ich, auch abnehmen? Hä, den hau ich ja nie über damit... Nee, wirklich, die nehmen die ab? Ja. Okay, dann... Warte so eine Sekunde, ähm... Dann packen wir die gleich hinten rein, ja? Kacke. Aber wir müssen ja eh kurz zu dir oder zu mir nach Hause gleich wegen den Haaren, ne? Äh, ja. Ich finde, ich so cool aussieht... Wir können dann eigentlich zum Binkus und dann zu dir, dann mach ich dir dann noch die Haare und dann können wir direkt zum Christenberg, da ist David. Okay, super. Ich will nicht immer einatmen, bevor ich rede. Wer hat ihn gewöhnt sich denn sowas an? Das ist gar nicht... Das ist Atmen! Wie kann man sich ein Atmen angewöhnen? Oh, meine Güte. Ich glaube, ich finde dich richtig sympathisch. Ich atme immer extra ein, damit ich lange reden kann. Bitte? Ich atme immer extra ein, damit ich lange reden kann. Irgendwie klappt das. Ich unterbreche meistens Leute, aber nicht, weil... Das ist auch so sehen. Aber bei dir, wenn du einatmest, weiß ich... Jetzt kommt was. Ja. Dann mache ich das nicht. Oh. Oh. Ich will gleich Max Caulfield sein. Wir sind da. Oh Gott, ich habe es schon wieder gemacht. Was hast du gemacht? Geatmet. Also, wir sind gar nicht da. Ich habe mich verdammt. Was sind die? Oh, meine Güte. Alles gut, ich habe den gehört. Ich habe den gehört. Und ich glaube, ich habe mich verfahren. Wann ist das denn passiert? Könnte ich dir bitte nicht sowas abspielen? Ich werde zu emotionalem Verfahren. Oh, jetzt habe ich mich angesaubert. Achso, zu den Winkos willst du, okay. Ja, ja. Bevor ich jetzt wieder zum Stadtpark darf fahren, dann ist das final. Heißt nicht. Hier sind wir ja auch in der Nähe. Das war ein normales Atmen. War das hier? Ja. Von hier, war ich? War einfach da nicht so. Sieht ja kein Polizist. Wieso wartet er so? Ich weiß es nicht. Wir warten auch mal. Okay. Können wir die Taschen am nebenan? Ja. Ich tue trotzdem noch mal meine Kette rein. Ja, ich muss die ja auch sowieso gleich ablegen. Okay. Dann mal weiter. Äh, ja, Schuhe werde ich zu Hause auf jeden Fall anziehen. Ach, dabei habe ich mein Outfit heute aufgefüllt. Oh, meine Haare. Wie cool, liebe meine Haare zurzeit. Ja, gut. Ich gucke mir mal ganz kurz diese längeren, äh, warte mal, ich muss mal ganz kurz was austesten. Hm? Mann. Scheiße. Ach, das ist doch kacke. Ich muss nur noch gucken wegen der Farbe. Ich glaube, das wäre eher diese Farbe als diese. Ich glaube eher diese. So. Ähm. Hä? So, dann jetzt noch, warte ich zufadet an. Hä? Oh nein! Max! Ja? Ich habe ein Geschenk für dich. Ah, ich habe die Hose aber auch schon. Nein, wirklich? Kacke, wieso kann man hier nicht umtauschen? Scheiße! Okay. Oh, warte mal, ich bring Geld in den Automat rein. Ja, mach das. So, jetzt. Oh, wie ärgerlich, ne? Oh, sowas ist hier jetzt auch wieder blöd, dass man nicht sieht, wie das direkt aussieht. Ah! Hier ja auch so eine hellgraue, die hier. Naja, das, das wäre es dann halt. Wie findest du das? Das Oberteil, hast du das gerade an? Das Pinke? Ja, warte mal, ich, ähm, hier gab es aber noch einen anderen Moment. Warte, eine Sekunde. Scheiße. Ähm. Gab es noch eine, jetzt müsste ich gucken, welches Grau hier vorne am besten, also die glaube ich, ist, glaube ich, äh, ja, das ist jetzt ein anderes Grau. Ich würde tatsächlich das nehmen. Okay. Ähm. Okay. Dann brauche ich nur zu Hause meine Schuhe und ich würde ganz schnell meinen Schmuck jetzt ins Auto legen. Oder ich bin, ich nehme es einmal mit nach Hause. Ich fühle mich, als hätte ich einen richtig voluminösen Po. Da habe ich, als hätte ich gekackt. Mann, du hast viel bessere Outfit, dieser Scheiße. Gut, dann wollen wir mal kurz zu Hause. Ähm, kannst du mir vielleicht mit, ähm, oh. Ja. Ähm, warte mal. Machst du da? Kannst du mir vielleicht mit, mit so Haarspangen die Haare so stecken, dass es aussieht, als hätte ich einen Bob? Ja. Okay. Ach, ich bin jetzt nicht wirklich glücklich. Oh my god. Ich habe ja nicht immer so ein, so ein speziell, so spezielle Popohosen, weißt du? Aber ich muss mir ja auch nicht ständig auf den Arsch gucken oder sowas. Das müssen ja andere dann eher. Willst du noch eine Umhängetasche haben? Ich hatte überlegt. Ich habe eine schwarze. Ich bräuchte... Ja. Achso, ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh. Ich habe das Gefühl gehabt, die Stimme kam jetzt irgendwie zu mir zurück. So laut habe ich das Gefühl. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich könnte noch mein Bändchen dazunehmen, mein buntes, aber es hat kein buntes, sondern eher blau-pink. Oh, war das ein Stopp-Schild? I don't know. Okay, hier halt ich. Ich bin heute wild. Ja, ich bin. Ich hätte die andere machen sollen. Einfach was Kariertes anziehen. Oh, du hast aber nicht... Nein. Nein, der darf man nur nicht sehen. Warte mal, wenn wir mal ganz langsam dran vorbeigehen, sieht er uns vielleicht nicht. Ich glaube, er sieht uns nicht. Ich glaube, er weiß nicht, dass ich das jetzt sehe. Stimmt. Stimmt. Au. Meine Füße brechen. Ich glaube, er hat uns gesehen. Hat er. Scheiße. Aber wir wollen ihn doch überraschen. Ich ziehe mir gleich mal die Schuhe an, ja? Ja, ich komme mit. Ist auch. So, dann wollte ich erst mal meine... Hat sie ja nicht eine Kette um? Weißt du das? Ja. Und er ist... Ich fühle mich voluminös. Propovoluminös. So, warte mal. Okay, warte. Gut, das ist so komisch, das ist so ein bisschen, ich bin mir kurz nahe eingereist. Oh Gott, nein, nein, ich weiß, dass das passen würde, aber... Das müsste es eigentlich wirklich gut machen. Das ist so gut, ich will nicht... Lass es erst mal durchkommen, ja? Ja. Oh, nein, ich will auch Chloe sein. Aber du spielst Ration. Warum muss ich die Langweilige sein? Max war mein Favorit. Was? Max ist so flach vom Charakter her, wie, weiß ich nicht, damit sich jeder in sie hineinfinden kann. Aber Chloe ist doch die schlechte Freundin von beiden. Chloe ist die geilere, ich liebe Chloe. Aber die verleitet doch Max zu so kriminellen Sachen. Weißt du, wie lustig es wäre, wenn wir uns heute Max und Chloe nennen? Bist du die Leute so hart vor mir an, wenn du mich Max nennst? Ah, so passt das doch, oder? Ja. Also ich finde, die passt auch. Also besser zumindest als die andere. Die Farben ist nur anders. Ich fühle diese Frisur, weil ich sie schon mal hatte. Back to the roots. Äh, warte mal. So, oder? Oder noch ein bisschen dunkler? Ja, noch ein bisschen. Ja, so. So. Okay. Och Mann, oh. Dann stecke ich die da eben hoch. Oh, warte mal, wer ruft mich da an? Oh, ne. Wer denn? Frisur. Oh. Ich gehe mal kurz ran. Mountainhead-Style, Hallöchen. Alter, ich fühle das gar nicht, das Outfit. Ich fühle es überhaupt nicht. So komplett Gesicht? Oder? Das sieht ja auch gar nicht so aus. Also wir machen eigentlich nur Augen-Make-up. Ich dachte ja gerade bei dem Outfit wäre es so leicht. Ne, leider nicht. Ich gucke jetzt Rachel. Moment, ich gucke jetzt Rachel. Ja. Hm, leider nicht. Leider nicht. Okay. Tschüssi. Max. Ja? Ich will lieber die andere sein. Ja, dann machen wir das doch. Warte mal, ich muss kurz wenschen. Aber ich hasse es, dass wir keine Feder-Ohrlinge hier auf der Insel haben. Ja, das wäre jetzt perfekt dafür. Oh, es tut mir so leid, weil ich fühle es so gar nicht. Ich sehe so scheiße aus. Alles gut. Oh, das wird aber auch nicht leicht. Schwarz aus. Es geht auf jeden Fall einfacher. Blonde aus. Ja doch, das bekommen wir definitiv hin. Echt? Ich habe so ein Oberteil, das dazu passt. Echt? Ja. Oh. So eine offene, die hatte ich ja letztens getragen. Da können wir auch nochmal hin. Ein offenes Hemd, aber das ist halt blau, aber sie trägt auch, glaube ich, blau. Sie trägt auch blau, genau. Da hat sie mal ein rotes. Ja, so eine zerrissene, schwarze Hose. So ein rotes, kariertes, glaube ich, habe ich schon mal irgendwo gesehen. Aber ich weiß nicht, ob es offen war. Ich glaube auch nicht. Kannst du da mir nochmal den Katalog zeigen? Für die Frisur? Ja. Also ich würde tatsächlich dann die hier nehmen, die du eigentlich nie haben wolltest. Oh oh. Oh oh. Sie hat so ein seitlich. Also sie hat so seitlich. Ja, also meistens sind sie ja nach hinten gekämmt. Ja, weißt du, die Frisur mit den Geflochtenen, die ist, glaube ich, nicht die, sondern die andere. Die ist, glaube ich, so in der Art. Und da müsstest du den ja auch ein bisschen blau machen. Das Geflochtenen hat sie zwar nicht, aber sie hat eine Seite am Ohr frei. Doch, das wäre es. Ja, genau. Oh. Ja, perfekt. Warte, dann mache ich das nochmal um. Aber wenn wir dann den Teil spielen, dann muss ich doch braune Haare haben, oder? Nein. Hattest du den Teil gespielt? Ja. Also anfangs hatte sie ja braune Haare mit einem blauen Strähnchen. Aber wir sind ja nicht am Anfang. Sie macht sich doch irgendwann so. Achso, du willst dann schon spielen als... Spoiler. Äh, ja, ich, ähm... Ach, ist doch auch egal. Ist doch auch egal. Wirklich. Ja, wirklich. Oh Gott, ich will was Rotes kariertes. Oh mein Gott, ich habe gerade... Darauf habe ich jetzt gerade wirklich richtig Bock. Eine schwarze, zerrissene Jeans. Die Schuhe kann ich ja so anlassen. Ähm, ja, kariert wird schwierig. Also ich habe nur so ein Oberteil, das so ähnlich aussieht. Ein Blau, aber nicht kariert. Du meinst, also ein offenes Hemd? Ja. Das wird tatsächlich ziemlich gut dazu passen, aber Rot gar nicht. Aber ein Rotes habe ich, meine ich, schon mal gesehen. So ein Rotes, offenes. Ich glaube sogar beim Binkus. Und dann gucke ich da halt einfach nochmal vorbei. Du musst doch nicht so umbewickeln. Wir dem einfach David mit. Ja. Nee, den nehme ich jetzt auch mit. Dann muss ich ja dann auch noch umziehen. Ja. So. Gut. Dankeschön. Dann gehen wir mal zu ihm. Okay. Hat er da eigentlich gerade den Müllton rumgerühlt? Ich weiß es nicht. So. Aber du brauchst so eine schwarze Hose. Genau. Aber ich müsste eigentlich, glaube ich, sogar eine haben. Ähm, ich habe ja diese schwarze Hose, die würde halt auch gut passen, die so, ich, weißt du was? Geh schon mal vor zum Auto, ich bin sofort wieder da, ja? Ich nehme die kurz mit. Okay, ich. Okay. Oh nein. Ja, hallo. Howdy, Ari. Hey, Larry, du bist ja wieder Unterlebenden. Ja, ich, ja. Wie geht es dir? Die Miss Harley, die hilft mir gerade. Ähm, ja, wir machen noch Termine aus für eine Reha. Die Physio, ja? Ja, die haben mir schon Bescheid gesagt. Ja, das ist richtig. Äh, naja, jedenfalls, äh, ich, du glaubst gar nicht, was ich, ich hab immer mal mitbekommen, dass du wohl da warst. Das hast du wahrscheinlich nur geträumt, irgendwie. Ich hab irgendwie viel geträumt, irgendwie, ach, ach, irgendwie ist das, ich hab ganz schlimme Sachen geträumt, ähm, ich weiß nicht, vielleicht, äh, ähm, ja, ich hab gehofft, dass du mich abholen kannst, ähm, ich, ich würd mich sehr freuen, dich zu sehen, ich hab, ach, diese Träume, ich weiß auch nicht, was ich, ich kann nicht, das ist alles so schlimm momentan. Ach ja, du kannst ja im Moment nicht fahren, jetzt, jetzt brauchst du, haben die dir deine Sachen gegeben, die ich da hingemacht hab? Ja, die hab ich gerade bekommen, mein Rucksack, Harry, du, wow, wie geht's dir? Du hast dir doch bestimmt Sorgen gemacht. Ja, natürlich hab ich mir Sorgen gemacht. Ähm, ja, ich bin, warte, eine Sekunde bitte. Ach. Ich bin grad nicht auf deiner Bevorragte, eine Sekunde bitte. Ja. Ähm, ich beeile mich, Harry, warte, ich, ähm, heute ist Halloween, weißt du, ich bin grad, äh, ähm, ich hab's, glaub ich. Ja, mach dir doch, mach dir keinen Stress, ähm, ja, weißt du schon, ähm, ja, ja. Ich muss, ähm, scheiße. Was ist denn los? Nee, gar nichts, ich, ähm, ich hol dich, ich hol dich jetzt gleich ab, ich fahr gleich los, okay? Hey, hey, was, was, was ist, okay. Ja. Okay, bleib aber noch so lange drin draußen, ist ein bisschen gefährlich. Ja, ja, ich kann sowieso nicht richtig selber laufen, ich kann ja sorge, ich kann hier nicht weglaufen, im wahrsten Sinne. Okay. Ich komm jetzt gleich vorbei, ja? Oh, ich freu mich. Danke, Harry. Bis gleich. Ja, Harry. Äh, Harry, ich sag kein Schwein, was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich denn jetzt machen? Moment, äh. Ich spiel sie nicht als Schwein, aber ich will jetzt grad hier und wegs machen. Ähm. Ja. Äh. Äh, wo hab ich denn jetzt die Sachen gerade hingepackt eigentlich? Die sind, glaub ich, unten im Auto noch. Och, das ist gar nicht scheiße. Das ist ja gar nicht meins. Wo hab ich denn jetzt grad die Sachen hingepackt, meine Güte? Also ohne Scheiße, jetzt, wo hab ich die hingepackt? Ich fühl mich, glaub, zu hart gestresst. Äh, die blaue Hose, High Waist, wo ist es denn? Jeans, blau, grau, jeans, blau, grau, zweimal, ist nicht wunderbar. Äh, ja. Äh. Das wird schwierig, das wird schwierig. Äh, denkt aber dran, die liebt sie natürlich trotzdem noch, ne? Aber sollte ich natürlich auch keine Falschaufnahme machen. Ah, das wird nicht so schwierig, weil ich liebe RP so sehr dafür. Ich hatte sie so einen an. Ähm, warte mal. Die Sondaletten weiß. Ach. Magst jetzt so abgefuckt sein, glaub ich. Die weißen Glitzerschuhe. So, und dann würde ich ihr nochmal das pinke Ding hier einfach anziehen. So, die schwarze Hose sind dabei. Die Schuhe auch. Abgeschlossen ist. Sie macht sich natürlich schick. So, ich wollte sie nämlich jetzt trotzdem schick dafür haben. Ich sag euch jetzt Original, Max. Ja. Er kann auch ein Taxi nehmen. Äh. Der wird im Moment gehen. Ja, voll. Voll. Hey, wo ist der Max jetzt? Oh Gott, sag bloß, das Auto war auf. Ja. Ja. Boah, Max wird abgefuckt sein. Ähm. Hm. Was geht ihr denn jetzt? Ja, Rihanna? Wo seid ihr denn? Wir sind bei der Winkrad. Okay, ähm, ich bräuchte noch so 15 Minuten, wäre das okay? Äh, okay. Ach so, willst du dir nochmal kurz Outfits beim Binko holen? Ich hole Larry vom Krankenhaus ab, weil ich einfach nicht scheiße bin. Oh. Oh. Und der war, der hätte ihm was Schlimmes geträumt, aber er glaubt, dass es nicht wahr ist. Was mach ich denn jetzt? Sollen wir mitkommen? Nee, ich mach das, glaub ich, alleine. Ich muss sie das nochmal. Ich glaub, ich muss das jetzt gleich nochmal machen. Oh, hör auf. Nein. Oh Gott. Soll ich es ihm sagen? Nein, ich mach das schon. Dann sag ihm einfach, der Traum war in Wirklichkeit schon fertig. Ich werd's ihm wirklich sehr schlichen... Ja, aber der kann ja jetzt gar nicht laufen, glaub ich. Ich muss ja gleich gucken, ob der Krücken hat. Oh, der darf mir schon wieder so weit weg. Bitte, ich darf da hin und nicht zurückgehen. Du musst mich auf jeden Fall aufhalten, falls ich... Ja, dann komm jetzt doch mit. Nee, komm, so scheiße bin ich nicht. Nein, ich freu mich ja auch wieder, den zu sehen, aber das ist so komisch. Okay, wenn du so langsam die Gefühle bekommst, sag Bescheid. Okay. Hab ich die ganze Zeit... Oh, ja, okay. Dann bis, äh, bis gleich. Ach. Ich. Ich muss ja nicht mal die Kette... Warte mal. Ja, die Kette oben gelassen. Scheiße. Ja, ja, okay. Oh. Oh, wie unangenehm. Ich liebe, ich liebe unangenehme Situationen. Bin ich krank, ey? Ich lieb das so sehr, ne? Das hassen bestimmt einige voll. Aber ich mag unangenehme Situationen so. Auch mit Pride heute. Das bringt so viel frischen Wind, das ist wunderbar. Aber ich werde Ariane auf jeden Fall so weiterspielen, dass sie, äh, ne, sie liebt ihn nur noch und die lässt ihn jetzt nicht links liegen, schmeißt ihn auch nicht raus. Aber wird ihn natürlich irgendwann nachbringen, vielleicht auch eine Wohnung, ähm, ne? Ja, das wäre, wenn er sich jetzt einfach küssen würde. Hallo, Ari. Oh, nein, nein, ich habe mich von dir getrennt. Ja, wie gesagt, sie kümmert sich ja trotzdem um ihn, weil ich lasse ihr, ihr Hilfe-Syndrom. Das hat bei Eddie so gut gepasst. Es passt jetzt auch zu Skinner gut. Es passt, ähm, es hat zu David auch gepasst, also es so brauchte, dass Ariane sich immer wieder erkundigt hat und sowas alles. So, dann brechen wir den alten Mann noch mal das Herz, weil es so schön war. Nein! Er spielt das so furchtbar, er spielt so furchtbar, dass ich ohne Scheiß kriege ich so Mitleid einfach. Furchtbar. Er spielt Skinner halt wirklich gut. Ne, er ist halt Skinner, ne? Alter, oh, war ein. Das heißt, wenn ein Supporter hier drin sitzt, hat das jetzt alles gehört. Okay. Oh, ich will nicht. Aber ich will, ich will das ja tun, ich will sein, okay, dass es so schön ist. Es geht los. Also, wie kann ich Ihnen helfen? Ähm, Larry Skinner hat mich ange... Oh, ich sehe ihn da vorne schon. Äh, hat sich erlegt. Alles klar. Herzlichen Dankeschön. Kein Problem. Hallo, Frau Barnes. Ja. Wow. Hallo, Frau Barnes. Ja, das ist richtig. Ja. So sieht man sich wieder. Oh, ja, hallo. Halli, soll ich Sie anrufen, dann hier über die Leitstelle nochmal wegen dem Termin? Ähm, nein. Sie kommen ja sowieso in drei Tagen nochmal her, ne? Ja, das stimmt. Ähm, genau. Und ich bin ja sowieso meistens immer hier und dann schauen wir mal wegen den Terminen, ne? Das sollte ja kein Problem sein. Das ist so schnauzbar. Ja, okay. Dann weiß ich Bescheid, mach ich so. Und wie gesagt, Sie können mich ruhig bella nennen. Ich danke Ihnen. Wir müssen nicht so förmlich bleiben. Wenn wir Physio machen, dann wird sowieso, sehen wir uns sowieso öfter. Okay, ich danke Ihnen für das Antwort. Alles klar. Gut, dann gute Besserung und wir sehen uns, Herr Skina. Uh, es gehört schon. Ach nee, das ist ja die Freundin von Nico. Danke Ihnen. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Halli. Hallo. Du siehst ja völlig anders aus. Nein. Ich bin, äh, ich verkleide mich gleich. Ich, wir sind gerade auf dem Weg, äh, Halloween. Ach, ich würde dich auf die Party nicht versauen. Nein, aber das ist ein gutes Ding. Habe ich nur die Krücke schon an und, äh, ja. Ja, ich habe diese Krücke hier, so eine Unterarm-Krücke und, ja. Ja, ich sehe es. Ja. In drei Tagen werde ich nochmal gerönt. Die Platte muss raus und, äh. Genau, und Physio mit der Dame auf jeden Fall. Ja, richtig. Genau, und die haben mir auch gesagt, dass das wohl ein bisschen dauern wird bei dir. Ja, ach, Harry, schön, dass du da bist. Ich hatte so, ich hatte so einen schlimmen Traum. Echt, Larry? Hast du Amnesie? Nein. Ach. Larry. Ja. Oh. Was machst du denn? Oh, das ist doch kein Traum. Nein, das war kein Traum. Oh. Komm erst mal mit ins Auto, ja? Kannst du laufen mit den Kücken? Oh, das ist kein Traum. Larry, lass uns erst mal zum Auto gehen, ja? Aber ich hab dich doch gehört. Ich hab gehört, du warst jeden Tag bei mir. War ich auch. Ach. Ach. Das ist anstrengend. Dann kommen wir zum Auto, ja? Ah, ja. Du kannst mich an mir abschätzen, wenn du willst. Das wackelt irgendwie. Larry. Au, au, au. Larry, nein, fang ich auf. Ich hab doch nur so. Larry, was machst du denn? Ach, ich bin eine Krücke. Ich bin... Ach, das war doch kein Traum. Es war doch kein Traum. Es war doch kein Traum. Jetzt fang ich schon wieder zu haben. Nimm die Krücke. Lass uns doch erst mal zum Auto gehen, ja? Ja. Ja, ich folge dir an. Ja, süß, süß. Geht's? Ja. Ja, geht's. Kein Problem. Larry, du musst jetzt wirklich nicht hier einen auf Dicken machen. Ja. Ja. Okay, Larry, wir müssen jetzt wirklich über die Straße gehen. Oh ja, das... Oh, mein Auto ist ja fast kaputt. Nee, jetzt weiß ich, wie Schnecken sich fühlen. Ja. Die Straße... Guck mal, die Sekunde, warte, warte, warte. Die Straße ist so breit. Oh, ne, wir können. Das ist so weit. Ja. Mir tut er auch voll leid. Ich hast so du, du hast so... Du warst jeden Tag bei mir. Ja, das war ich. Die ganzen Blumen. Das ist ein bisschen viel, oder? Larry, danke. Ich dachte, es war ein... Larry, setz dich erst mal ins Auto, ja? Ja. Warum hast du denn die Klamotten nicht an, die ich dir gebracht habe? Ich will mich doch nicht so wie eine Schildkröte bewegen bei dem ganzen Personal da drin. Ich... Die solltest du ja auch anziehen, bevor du... Die solltest du ja auch vorher anziehen und deine Sachen stinken so. Max hat dich tatsächlich mit Pfirsichspray eingespült, dass du geschlafen hast. Wer? Max. Was? Wer? Ja, und ich habe gesagt, ich habe mit denen gemeckert, dass sie dich waschen. Okay, setz, komm. Aber die haben mich doch, glaube ich, gewaschen, Darkie. Ja, aber nicht gründlich. Oh. Ist das mein Auto? Ich mach den Rucksack mal da rein. Oh. Nein? Ja. Ich müsste mal kurz zurücksetzen, sonst kannst du nicht einsteigen, ja? Ach, das kann ich schon... Nein, 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 lass mich doch einfach zurücksetzen. Au, au, au. Oh Mann, Larry, lass mich doch einfach nur zurücksetzen. Blöden Rücken. Ja, okay. Ach, das fühlt mir fast schon wieder wohl. Warte. Alles gut? Danke, ja. Ich dachte schon, ich hätte mir der Neuer getroffen. Oh, ich verstehe. Ach so. Ähm. Ja, ich... Fahr dich nach Hause? Ja. Dann kann ich mich... ...waschen und umziehen. Kannst du das denn allein? Wird schon irgendwie gehen. Larry, wir haben ja gesagt, du hast einen Schädel-Hirn-Trauma, du hast irgendeine Epidermis, ich habe keine Ahnung, ich habe die Hälfte davon verstanden. Du hast alles von der Platten, du hast Rippenbrüche, du hast deine zwei gebrochenen Beine. Das ist unfassbar, wie gut du auf Rücken laufen kannst, übrigens. Das ist ja fast das schönste Schweden. Nein, das sieht vielleicht nur so aus, aber innerlich... Naja. Man spür... Ich spür diese Platten, diesen... Was sagte sie? Fremdkörper. Oh. Das ist alles... Scheiße. Und die Belastung und... Ach, ich weiß nicht, ob ich mich dauernd auf das linke oder auf das rechte Bein belasten soll. Vielleicht solltest du gleich einfach die ganze Zeit liegen bleiben zu Hause. So, äh. Oder haben die gesagt, dass du das Bein belasten musst? Dass ich weiß? Entschuldigung. Ja, wie ist das denn mit der Atmung und mit den Rippenbrüchen jetzt? Also hast du irgendwie Probleme beim Atmen? Na ja, gut, das merkt man so ein bisschen, aber das ist weniger. Ich war ganz vorsichtig, ja? Ja, ist okay. Ich weiß gar nicht so recht, was passiert. War das jetzt kein Traum, Schatz? Harry. Harry, ich fahre gerade Auto. Man sollte emotional kein Auto fahren. Stopp. Sehr gut. Ich wollte dich nur emotional gerade ablenken, indem ich dir jetzt deine Fahrweise gerade einmische. Ich muss tatsächlich gerade, ich kann's nicht mehr, ich kann's jetzt mittlerweile gar nicht haben, wenn ich mir dann mal ein Pasti einmischen. Du fährst doch gut, ey. Auch wenn ich manchmal auf der Straße stehe, ne? Mach ich doch selber manchmal. Oh, bist du mir leid? Hast du wehgetan? Ich bin über so einen Ruckel gefahren. Harry, alles gut? Ja, äh... Oh, tut mir leid, das hab ich nicht Hexel gemacht. Ich beiß auf die Zähne, das ist okay. Die Straßen sind so scheiße, wir sollten wirklich Barbara als Bürgermeisterin wählen. Was? Barbara? Ja, sie wollte sich für neue Straßen einsetzen. Oh, ach. Soll's finanziert werden? Steuergelder von der Polizei. Das tut weh, wenn ich so lachen muss. Ach, Larry, du alter kaputter Mann. Ich hätte dich doch jetzt rausgeholt. Du hättest mich wahrscheinlich hier rausgeholt und am Boden entlang geschliffen. Denkst du, dass wir dich tun? Ja. Was? Ernsthaft? Ich will auf diesen Scheiß, diesen... Sag mal, hast du mir mein Bart rumrasiert, während ich in Krankenhaus war? Nee, ich wollte tatsächlich... Ich bin froh, dass es nicht getan hat, weil er weiß heute, was meinte von... Irgendwie, ihr müsst das alle bis zum 11. November behalten. Aber mach das nicht, Larry. Larry? Ja? Ich will kein Drama machen, aber die Polizei ist ein großes Shithole. Deine Kollegen, also nicht alle, aber die meisten deiner Kollegen sind richtige Kollegen-Schweine und Arschlöcher. Was ist passiert? Einiges. Ach, okay. Kann ja nicht einfach mal die Polizei sein und der Rest, der Rest. Tja, leider nicht. Oh, ich wollte gerade aufschließen. Okay, ich bring mal ein bisschen rutsch nach weg. Home, sweet home. Alter, wie ich tot und los weiß das ganz genau. Der guckt da oben an, ich war nicht süß. Der weiß ganz genau, was los ist. Ich hasse ihn so sehr, dieses Triggern-Einfall. Hier, warte. Oh, sweet home. Ist alles okay? Ja. Ganz so wildes Bett. Sonst räumst du immer auf. Ach, ähm, ein paar Freunde haben hier letztens übernachtet. Ähm, setz dich mal, setz dich mal hin ins Wohnzimmer. Ja. Setz dich mal hier hin, so. Au. Gott, Larry, was machst du denn? An die blöde Krücke hier, au. Brauchst du Hilfe? Nein, geht schon. Na. Ah. Ich muss mich erst mal dran gewöhnen hier an das Zeug. Ah. Ah. Auf deiner Couch ist da genauso viel Platz, Larry. Was? Alles gut. Setz dich hin, mich helft dir. Ah. Danke. Ah, ich muss diesen Hut mal loswerden gerade, der... Ja, danke. Jetzt sieht man dein Bart besser. Ja. Ähm, soll ich dir kurz helfen mit dem Waschen? Äh. Ach, dann müffst du den Müffels nicht so richtig. Ja, ich mach auch die Augen zu. So schlimm. Ach, komm, das krieg ich schon hin. Ich mein, wir haben uns ja schon nackt gesehen. Das ist ja jetzt nichts, was ich nicht kenne. Das ist ja in Ordnung. Nein, ich hol dir kurz Klamotten zum Wechseln, ja? Okay. Stell dich schon mal unter die Dusche. Oder warte, ich helfe dir mal eben in die Badewanne. Ja. Äh. Darf ich... Ja. Darf ich dir das mal in die Hand drücken? Ja. Du kannst mir zwei Sachen in die Hand drücken. Okay. Wie soll ich denn da jetzt Unfall... Ja, ich helfe dir doch. Okay. Im Gegensatz zu dir lasse ich dich nicht fallen. Das glaube ich erst, wenn es klingt. Danke. Oh, ich soll so schwer. Ich muss von der Seite, da ist es besser. Ja, stimmt. Da ist die Badewanne viel tiefer. Ja. Ich bin sofort... Ich bin sofort... Darry, ist das dein Ernst? Mann, ich bin sofort wieder da. Bleib gerade stehen. Boah, Alter. Oh, Skinner, ey. Ist das lustig, ey. Oh, ist das... Jetzt finde ich es sogar wirklich fast schade. Das ist so witzig. Okay. Da. Mal gucken, was A und L entdeckt im Schrank. So, die neuen Sachen würde ich dann aus dem Rucksack nehmen. Wenn ihr natürlich Sachen, die Ari toll findet, nehmen wir natürlich trotzdem mit rein. Warte. Warte. Ähm... Oh, die Rose ist ja schon weg. Oh, guten Morgen. Ja, das kriege ich auch schon hin. Ich habe ja schon alles gewaschen. Ich muss jetzt nur mal irgendwie hier mal wieder unfallfrei raus. Ich mache das so. Du bleibst erst mal sitzen. Aha. Und dann seife ich dich ein bisschen ein. Und dann stellst du dich hin und dusch das einfach so ein bisschen ab. Okay? Kannst du mir einfach den Duschkopf in die Hand drücken? Der Duschkopf in letzter Zeit, mein bester Freund. Ja, ähm, soll ich dir... Achso, soll ich dir dann nicht helfen? Soll ich rausgehen? Oh, Harry, du arme Frau. Soll ich rausgehen? Nein, du bist mir nur so leid. Ja, du mir auch. Ich mache mal das Wasser an, ja? Ja, ähm, okay. Oh, du musst dich doch fertig machen für die Party. Die ist, wann ist die? Ja, das ist keine Sorge, das mache ich auch gleich. Okay. Warum habt ihr denn keine Kittel gegeben? Ich wollte, dass sie dir einen Kittel anziehen. Du wolltest dir eine Kittel anziehen? Ich wollte, dass die dir so einen Kittel anziehen, der hinten offen ist. Weil der die ganze Zeit in deinen Klamotten da lag. Ja, das wäre schön gewesen. So was hatten wir ja nicht. Doch, die meinen, die hätten das. So einen wie Brian anhatte. Ja, genau. Ja, so einen wollte ich eigentlich auch haben, aber... Die Togginghose bekommen. Okay, dann stell dich mal wieder hin. So. Und das kriege ich schon hin jetzt. Harry. Oh. Willst du auch das Wasser? Nein. Komm, komm. Nein. Okay. Dann mache ich mal das Wasser an. Ja. Willst du auch? So, ist jetzt... Dusche dich, Larry, dusche dich doch richtig ab. Jetzt ist es besser. Nein, es ist doch überall Seife. Dusche dich doch einfach so ein bisschen abduschen. Ach, nein. Du bist verstecken. Zeig mal, wie du das kannst. Hallo, Gissel. Hallo. Danke. Bitte. Überall. Eine Sache, die mich am Totenlust immer aufgerechnet, dass dir zehn Stunden lang Animationen sucht, anstatt dieses Suchfeld zu benutzen. Ach, tot, was denkt das? Das ist immer so. So, warte, Harry. Fünf Stunden später. Harry, ich mag deinen Peeling-Schwamm. Ja. So, wie viel besser? Ja. Riecht auch direkt wie viel besser. Krankenhaus, Mief einfach abgewaschen. Ja, es ist alles so... alt. Komm, ich helfe dir raus. Danke. Sie ist dir nicht gefallen. Na, du hast mit dem richtigen Moment meine Unterarmkrücke eingehakt. Ja. So, Larry. Ja. Ähm. Ähm. Als Arzt hin kriege ich... Ja, ich hab deine Klamotten ja gerade in der Hand, weißt du? Ich hab dir ja frische Klamotten jetzt geholt. Ja, ich verstehe. Ja, da kannst du mal, ähm... die Klamotten hier auf dem Boden legen von dir, äh, in den Schrank bringen, damit ich dir... die hier kriege... Ach, ich mach mal... Ja. 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 David geht als Max! Oh-oh. Hm? Wo sind meine Stiefel? Ah, da sind sie ja. Nein, Larry, ich hab die Klamotten für dich und ich hab die rausgeholt und jetzt ziehst du die auch gefälligst an. Hier, ich weiß, ich kann dir nix mehr sagen, aber ich sag's dir trotzdem. Nimm das. Danke, ist bequem. Ich hab die extra für dich gewaschen. Oh. Oh, steht dir gut. Ähm. 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 Ja. Was ist mir hier nicht? Oh, oh. So, setz ich mich mal schnell hin. Soll ich dir deine Schuhe anziehen? Ach, das wird schon gehen. Ach, ich mach das. Das ist doch gar kein Problem. Ach. Setz dich einfach hin. Warum bist du immer noch so ein Dickkopf? Das ist so furchtbar bei dir. Ach, Harry, ich bin halt so, wie ich bin. Ich mein, ich bin perfekt, aber... Man sollte dich nicht hindern. Okay, drei, zwei, eins. Äh, ja. Danke. Bitte. Nun, ähm... Ja, im... Okay, äh... Dieser Scheiß... Äh, wir können noch kurz reden, aber ich, ähm... Ja, Harry, der sieht wirklich scheiße aus. Soll ich dir, soll ich dir, soll ich dich rasieren und du, ähm, nimmst es in Kauf, mit weiter weines Ärger zu bekommen? Vielleicht feuert er dich ja und hast Glück. Ja. Ach, lass doch. Das ist ja... Die paar Tage ist auch egal. Das ist für einen guten Zweck. Du hast Angst, dass er dich feuert. Feuert. Aber hey. Doch, mach bitte. Äh, bitte, ich möchte... Ja, mach mal. Geht das? Kannst du mir das Ding wegsäbeln? Nein, komm, du... Harry. Ich hab gemerkt, dass ich dich nicht ändern kann. Wenn du das Ding behalten willst, dann solltest du es auch behalten. Ich möchte mal einen alten Ort wieder. Ja, aber... Ähm... Ähm... Brian und Fee haben in dem Gespräch mal seltsam reagiert, als sie gefragt haben, wo du die ganze Zeit bist. Ähm... Ja. Das war in der Woche, als du schon weg warst. Als ich Urlaub hatte. Genau, als du Urlaub hattest. Richtig. Ja, irgendwie sowas. Keine Ahnung, da meinte ich so... Ähm, ja, deswegen... Er hat ja Bescheid gesagt, deswegen feuert ihr ihn doch jetzt nicht. Und dann meinte Brian so... Ähh... Als so ein komisches, ähm... Ich hab mich sehr mit Brian verstritten. Verstritten. Sehr. Harry. Harry, es ist so viel passiert. Und einige deiner Kollegen... Lass mich doch... Lass mich doch mal hinsetzen. Nee, warum stehst du denn nicht weiter auf den Grünen? Weil das auf Dauer... Ich mein, du siehst dich gerne um... Hinsetzen. Setz dich hin. Also... Oh Gott, sieht so gut aus. Ja, doch. Bis auf den Bad. Den will ich weg haben. Ich mach mir den nachher weg. Ja, machst du das selber. Dann rasiere ich mir weg und dann lass ich mir den Drei-Tage-Bad wieder wachsen. Ähm... Ich kann dir ein kurzes Update geben. Das wird aber jetzt ein bisschen wirsch. Okay? Okay. Du weißt, dass das kein Traum war? Ja. Und... Ach... Larry... 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 Larry, siehst du bitte nochmal gerade hin. Der Boden ist dreckig. Ich hab vor lange hier nichts mehr gemacht. Ach, äh... Erzähl... Ich hör weiter zu. Ich dachte, es wäre alles nur ein böser Traum. Okay, hör zu. Scheiße. Ähm... Ich finde, das ist eine Sache zwischen uns beiden, wem wir das erzählen und wann wir das erzählen und in welchem Tempo wir das erzählen. Und Herr Weiß meinte, als Brian daneben stand, irgendwie, dass Brian das wohl irgendwie rumerzählt hätte schon. Und irgendwie weiß jeder im PD Bescheid. Und, äh... Mir stand dabei. Und dann meinte Herr Weiß, wo hätte ich das nicht sagen sollen? Und dann meinte Brian zu mir, dass er das ja gar nicht schlimm findet, weil er sagt ja, wenn seine Beziehung zu Ende ist, erzählt er das auch jedem. Und dann war ich sauer und hab ihm gesagt, Larry, liegt im Krankenhaus und, äh, ich kann nicht mit ihm reden. Das ist eine Sache zwischen uns beiden und wir entscheiden und wann wir das wie, wem erzählen. Und, äh... Das ist richtig. Ja, und das fand ich sehr scheiße von ihm. Und danach haben die mich alle zum Afrodonis geschleppt und, ähm, wollten, dass ich... Und haben mich bedrängt, dass ich mich auf dieser Love-Seite... Es gibt jetzt so eine Flirt-Seite und wollten, dass ich mir da ein Profil mache. Und ich hab die ganze Zeit gesagt, nein, dass ich das nicht will. Und Brian hat gesagt, mach doch, Harry, mach doch. Und dann hab ich halt ihm heute am Telefon gesagt, ist das auch scheiße? Er sieht keinen seiner Fehler ein. Er meint, ja, wenn ich aber auch eine Beziehung beende, dann erzähl ich das. Sag ich, ja, schön, du kannst dich von dir auf andere schließen. Und ganz im Ernst, Harry, Brian und Faye haben jetzt nicht so eine Beziehung, dass ich mir denke, da hol ich mir Beziehungstipps oder da geb ich was drauf. Weißt du, wie ich mein? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also die beiden sind ja, hm, die pflegen eine gute Bekanntschaft. So scheint es. Ja, aber das sind kein wirklich... Da waren wir schon besser. Ja. Und, äh, er wurde lauter am Telefon, ich wurde lauter am Telefon. Und, ähm, er hat auch gesagt, er will sich dafür nicht entschuldigen, für das, was er gesagt hat. Und, äh, ja, jetzt sind wir erstmal so verblieben, weil ich glaub, das wird auch nichts mehr. Ja, und, äh, mir wurde gesagt von April, ich glaube, Frau Collins hat's ihr gesagt, dass einige in PD unsere Trennung gefeiert haben. Und, ich war auf einer Feier im Unicorn. Ja. Ich hab mich, als da eine Stripperin war, umgedreht, Barry, weil ich das einfach immer noch so gewohnt bin. Und dann kam ein Cowboy-Stripper mit Cowboy-Hot und ist auf mich zugelaufen und hat gesagt, hau die, Ari, und wollte anfangen zu strippen. Und dann bin ich aufgestanden und gegangen. Und es waren fast nur Polizisten da und ich weiß bis heute nicht, wer deiner Kollegen das gemacht hat. Das war, glaub ich, so zwei Tage nach der Trennung. Und irgendwie nimmt mich gar keiner ernst. Außer Isabel und April. Das ist eine riesige Scheiße. Das ist eine riesige Scheiße. Und ich hasse die Polizei und hasse deine ganzen Scheißkollegen. Und dein Freund Rekka ist wieder da. Was? Wirklich? Ja. Rekka ist wieder da? Ja, könnte deine neue Ari sein. Was? Hattet ihr eben was miteinander? Jetzt ernste Frage? Nein. Okay. Wir hatten nie was miteinander. Wir hatten... Wir haben halt, äh... Naja, wir haben zusammen Yoga gemacht. Weil das ein Hobby war von uns. Ja, das war's. Und wir haben über alles Mögliche geredet. Ich meine, ich kenn ihn ja schon ewig. Ich hab ihn damals ja auch ausgebildet. Also das, was er so erzählt hat, hat sich so schwul angehört. Weißt du? Nein. Also, auch wenn das vielleicht... Wir haben manchmal so... Naja... Bist du bi-neugierig, Ari? Gute Kumpels so. Flirty, gute Kumpels. Nein, ich bin nicht Bini. Ah, okay. War ich nie. Bin ich nie. Die Meistb... Ach, Sekunde. Ach, weiter weiß. Achso, und ich soll dir... Äh... Rekord, okay. Sekunde. Ari. Nein. So, Fluchmodus. Ähm, das war Herr Weiß. Äh, das wird ein Nachspiel haben. Das weiß ich jetzt schon. Äh... Soll dir das hier geben von Rekord? Der hat es in Herr Weiß gegeben. Und ich... Herr Weiß meinte, ich soll es dir geben. Keine Ahnung. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ist das Herr Weiß von Rekord? Ja. Larry, du alte Flints. Oh, Sekunde. Moment, ich muss doch noch kurz zurückrufen. Mhm. Ach, willst du das Nachspiel nicht? Ach, shit. Scheiße. War das kein Traum mit... Ja, wir... Wir können sofort weiter reden, ja? Warte, Sekunde. Was ist passiert? Frau Bahns, äh, Frau Collins hatte einen schweren Verkehrsunfall. Können Sie mir einen Gefallen tun? Weil ich bin gerade in einer Polizeimaßnahme drin. Können Sie einmal bitte zum MD fahren? Ja. Und, ähm, sagen, dass ich Sie schicke. Ich werde dem MD auch sagen, dass Sie im Namen meiner Person kommen. Ja. Und, äh, dort nachfragen, wie es Frau Collins geht. Und mich dann sofort zurückrufen. Okay, ich hoffe, die geben mir Informationen. Mache ich. Danke. Ich fahre sofort los. Mary, Frau Collins hat einen schweren Verkehrsunfall. Ich muss zum MD. Ach, Scheiße. Weil, Herr Weisbrot, in einer Polizeimaßnahme steckt. Ja, natürlich. Ich, äh, laufe nicht. Wer kann... Soll ich dich nochmal mitnehmen? Ach, wackel doch nur rum. Ja, okay. Ja, dann komm mit. Zieh mir noch... Ich muss da hier mal wirklich zurück zu meinen Freunden. Ja. Und eine Jacke. Es ist doch voll warm draußen. Es ist voll warm draußen. Aber ich bewege mich so langsam wie eine Schnecke, dass ich auskühle wahrscheinlich. Ja, aber dein Tattoo schmilzt sonst weg, Harry. Ach, Scheiß drauf. Und jetzt nichts richtiges. Was ist denn? Oh, Harry. Harry. Sekunde. Ja. Ja, die Hecke haben sie neu geschnitten. Okay, kommst du mit? Ähm, ich hab mich nur angelehnt, ja. Ach so. Aber sehr aufmerksam. Ja, Max? Oh Gott, hast du meine SMS gelesen? Nee, noch nicht. Ja, doch, ich hab dir auch zugeschrieben. Sekunde. Äh, Harry, geh schon mal zum Auto. Mhm. Nein, nicht die SMS. Was denn? Frau Kollin ist ja nicht wegen dem Verkehrsunfall. Ich muss zum MD. Ja, und wir waren diejenigen, die sie angefangen haben. Was? Nein! Guck, in die SMS! Was denn? Nein, seid ihr auch beim MD? Moment! Oh Gott, ich spiel die Beine nicht mehr. Oh mein Gott, ich nehm auch Larry mit, weil er ist behindert. Also er kann nicht, er kann nicht laufen. Oh, der tut mir so unendlich leid, Max. Er denkt die ganze Zeit, das war ein Traum. Es ist ganz furchtbar. Ich, bis gleich. Bis gleich. Oh. Oh. Danke. So. Geht's? Ah. Nimm ruhig schon mal Platz. Ich... ruhe mich grad nochmal aus. Ja. Larry? Hörst du... Willkommen beim aktuellen Leben. Frau Collins hatte ja einen schweren Verkehrsunfall, ne? Sie spielt ihre Beine nicht mehr. Ach, scheiße. Und, ähm... Kenne ich. David und Max haben, waren diejenigen, die sie angefahren haben. Sind die dumm? Jetzt wissen Sie, jetzt kommen wir alle zu dem MD. Ich hab gesagt, ich nehm dich mit, weil du gerade behindert bist. Also behindert beim Laufen, weißt du, du bist... Hast du gesagt, ich bin behindert? Behindert zum Laufen? Behindert ist doch kein... Moment mal, behindert ist kein Ausdruck, Larry. Du bist gerade behindert. Behindert beim... Also gehindert, behindert, verstehst du? Gehbehindert. Du bist behindert. Du weißt schon, was ich meine. Ja. Ja. Gehandicapt. Ja, oder gehandicapt. Ja. Aber... Was denn? Das waren echt schöne Blumen, danke. Ja, ich bin froh, dass mir jemand gesagt hat, dass Linien eigentlich für den Tod stehen. Die hab ich dann doch nicht geholt. Ah, Mr. Boris? Nein, mit denen hab ich gar keinen Kontakt. Oh, der ist doof. Oh, okay. Warum? Weil alle Männer doof geworden sind. Oh, ich sollte mal tanken. Ja, gut, dass wir noch ein paar Tankstellen hier haben. Ja, ja. Aber irgendwie, also ich verstehe das echt nicht. Also was... Die ganzen Leute sind nicht sehr taktvoll zu dir gewesen. Sie sind gar nicht taktvoll gewesen. Ich wurde schon eingeladen direkt auf Single Partys. Und hier, guck dir den an, guck dir das an. Aber was soll die Geschichte denn in dem Unicorn? Aber wenn ich bei der... Das ist... Das war... Das hat mich tatsächlich sauverletzt, Terry. Es hat mich... Du bist lustigerweise der Einzige, der es versteht. Es hat mich extrem verletzt. Okay, warte, ich hole dich raus. Oh, ähm... Kommst du an den Müller vorbei? Danke. Okay, super. Ich weiß noch, mein Lieber. Sieg gut dir, Larry. Ich geh da lieber weg. Jetzt wollen wir mal meine... Oh, hier war das knapp. Mein Gott, Larry, was ist denn mit dir? Willst du wieder ins MD? Bist du fertig? Ja. Komm hier. Okay. Du tust... Was ist denn diese Riesenstraße? Soll ich dich tragen, Larry? Nein. Du weißt, ich würde es können. Ja. Für drei Meter. Wahrscheinlich. Deine Haare, du siehst aus wie... 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 Ich werde gleich aussehen wie Rachel. Aus das Leben ist seltsam. Ich finde Rachel. Aus das Leben ist seltsam. Ach. Ja, das ist es wirklich. Natürlich ist Addo besser. Hallo, Sekunde. Regal. Hallo. Hallo. Hallöchen, wie kann ich Ihnen helfen? Herr Weiß müsste angerufen haben. Ich soll hier Informationen vor Frau Collins fragen, die einen schweren Verkehrsunfall hatte. Richtig. Ja, das Problem ist nur, sie sind weder Notfallkontakt noch eben von der ärztlichen Schweigepflicht entbrunden. Deswegen dürfen wir Ihnen leider keine Informationen rausgeben. Ach, jetzt nicht schon. Auch wenn es der Chief of Police... Ja, vielleicht ist er ja Notfallkontakt. Weißt du? Ja, aber ich bin immerhin Arbeitskollege von ihr. Ja, das ist egal. Glaub mir, das ist egal. Ach so, ja, dann eine Sekunde, ich gucke noch mal nach. Kommt drauf an. Larry, deine Notfallkontaktliste war leer, wurde mir gesagt. Aber ich war doch dabei, als du mich eingetragen hast damals. Aber ich habe... Was? Natürlich, ich habe dich doch... Das ist ja schon ewig hier. Wir haben keinerlei Informationen bekommen. Und deine Kollegen hat auch... Also, wir haben keine Informationen bekommen. Ich stand hier eine ganze Weile vorne und dachte wirklich, du kommst nicht mehr zurück. Ach so, Schatz. Ach, das habe ich vor Ewigkeiten nur schon gemacht. Ach, das war letztes Jahr. Irgendwann. Mr. Skinner, Sie stehen auch nicht in den Notfallkontakten drin. Mhm. Die Kunde... Oh, hey. Oh, nein. Sorry. Hallo. Wie ist das denn passiert? Erzähl mal. Ähm, ich bin gefahren und wollte dann links abbiegen. Und beim Abbiegen ist Isabel reingefahren. Und auf den Seiten von den Autonen. Isabel ist reingefahren. Die wollen mir keine... Herr Weiß hat hier angerufen übrigens, dass ich jetzt Informationen bekomme. Und die geben mir keine. Den spürt sein Ball in der Storien. Scheiße. Boah, ich hasse dieses Huren-MD manchmal. Ja. Herr Weiß hat wirklich nochmal gesagt, dass er extra angerufen hatte und dass ich Informationen kriegen soll, weil er gerade in der Polizeimaßnahme feststellt. Ich weiß aber, ähm, selbst der Chief of Police kann das nicht einfach so beschließen. Aber die Dame kann... Ach. Ja. Ich brauche mal einen Kaffee. Unbedingt. Oder was Süßes am besten. Setz dich hin, Larry. Ja. Setz dich hin, Larry. Oh, ich gehe mal ganz kurz drüber pinkeln. Moment. Okay, ich habe das Herrische von Ariane ein bisschen vermisst. Oh, ich gehe mal ganz kurz drüber pinkeln. Okay, 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 ich gehe mal ganz kurz drüber pinkeln. Vielen Dank. So! Sekunde. 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 Ah, danke schön. Ja, es ist sehr witzig. Also, wie gesagt, bei Totorus macht es mir oft sehr, sehr viel Spaß, weil ich weiß ja, das ist ja Schauspieler und da weißt du auch, dass du dir so viel erlauben kannst, kriegst du natürlich auch die Quittung dafür, aber es gibt auch so Charaktere, da bin ich immer so mega vorsichtig, was zu machen, weil ich immer so, ich hab halt immer so Angst, wie weit kannst du gehen und so, aber bei Totorus ist man halt voll safe, man kann voll viel machen und wie gesagt, entweder kriegst du die Quittung dafür oder nicht und man weiß aber immer, es ist gespielt und das mag ich sehr. Das macht so viel Spaß. Das MD, ey. So. Wenn wir etwas bei euch beiden, ist es so lustig. Ja, gut. Ja. Ja, als RP-Partner harmonieren wir wirklich voll gut, ey. Das passt wirklich richtig gut, aber die Charaktere passen halt gerade nicht, ne? Also, das passt halt hinten und vorne nicht. Und Ariane muss auch mal was durchziehen. Das ist so gut, die ich jemals gesehen habe. Mach mich nicht noch mehr traurig. Chloe! Gleich bin ich Rachel. Äh, ich, warte, Sekunde. Ja. Hey, ähm, macht das David wirklich? Ist David jetzt gerade eigentlich voll traumatisiert? Das schien mir jetzt gar nicht so. Oder steht er unter Schock? Äh, wie meinst du das? Also, ihm geht's ja gut. Wie habt ihr, habt ihr das erst gesehen, als das schon passiert ist? Oder meint ihr ja noch, oh, das ist ja Frau Collins, äh, Isabel. Äh, das Witzige ist, wir haben sie davor zur Motor gefahren, dann haben wir noch gesagt, komm gut nach Hause. Scheiße. Scheiße. Lass mich raten, Kubi streamt wieder nicht, oder? Oh mein Gott. Max. Ja? Larry war ich mal furchtbar. Was? Er fällt immer um und sowas. Fällt immer um? Ja. Ich habe ihn gerade gewaschen, aber das war mein Wunsch. Du bist so leid. Du hast deinen Ex-Freund gewaschen? Ja, hey, okay, ich weiß ja, wie er nackt aussieht, aber es ist auch von mir. Oh, hallo. Oh, Trabi. Oh, Trabi. Oh, Trabi. Oh, nein. Habe einen Menschen umgebrochen. Nein, oh mein Gott, ist niemand umgebrochen. Nein, aber in Menschen. Ey, die ist so komplett unfähig, wirklich. Auf den Rollstuhl gebracht. Ey, ich habe mir damals, habe ich, habe ich schon so oft mir vorlesen lassen, bei wem ich als Nullfallkotter eingetragen. Sie müssten noch ihren Ausweis zurückbekommen. Habe ich mir schon weggenommen. Bitte schön. Danke. Bitte liebst einfach reingehen. Ey, ohne Witz, ich habe mir damals dreimal oder sowas, das ist schon Monate her, das war, keine Ahnung, März oder so, habe ich mir vorlesen lassen, bei wem ich als Nullfallkotter eingetragen bin. Und sie sagt mir jetzt gerade so, ja, so funktioniert in unserem System nicht so gut, dass sie dazu zu unfähig sind, andere können das. Das ist ja kein Meter, das ist doch gar nichts, was mit dem Spiel hier zu tun hat. Das ist ja nichts, was mit der Story hier zu tun hat. Das ist kein Meter. Wir machen nichts anderes, wir versuchen Menschen umzubringen und nicht mit irgendwelchen Systemen umgehen zu können. Ich habe Isabel umgebracht. Nein, hast du nicht. Du hast nicht Isabel umgebracht. Deine Beine habe ich umgebracht. Deine Beine habe ich umgebracht. Deine wird nie wieder laufen. Nein. Man, David, sowas passiert halt einfach. Das kann keiner von uns steuern. Das ist einfach ein Unfall gewesen. Und du weißt doch, das ist Isabel, die wird hundertprozentig wieder. Die ist einfach dieser Stahl. Ja. So ist es. Der Frau kann nicht mehr. So reicht nicht gut aus. Ich will Informationen hier haben, das ist so ein Traum. Ich will, den spürt sein Bein nicht. Das ist die einzige Info, den wir haben. Ja, und der... Ich will, dass Herr Weiß, wo ist das gleich hier richtig? Ja, Weiß hat gerade keine Zeit. Achso, der wollte mich, der hat gerade nochmal angerufen kurz. Ich versuch's trotzdem mal. Okay. Ja, der hat gerade... Die bitch hat mich halt auch nicht eintragen lassen. Scheiße. Boah, nee, da geht's nicht um. Hm, was? Ethan Light ruft auf der Leitstelle von Mountain Hand Style an. Ist das nicht der, der den Green gespielt hat? Genau. Ich weiß nicht, kann gut sein. Okay. Naja, gut. Dann bleibt jetzt sowieso erstmal nichts anderes, als noch abzuwarten, mit weiteren Untersuchungen, so geht es ja. Genau, richtig. Ich würde Sie bitten, eben, sich zu gedulden, wenn neue Informationen rauskommen sollten. Wenn Sie eben an mich weitergetragen werden, dann erhalten Sie diese. Okay, danke Ihnen. Mrs. Marcia. Marcia. Okay. Oh Mann, ey. Wenn die da durch die Tür kommt, ne, die können die direkt hier behalten. Wie? Können wir ja wahrscheinlich alle aufs Maul hauen. Die kann bestimmt nicht raus. Wahrscheinlich. Wir könnten einkaufen gehen und uns dann wegschleichen. Ja, wenn die im OP ist oder so. Weiß ich nicht. Ich finde nicht so, dass eine... Hey Larry, alles gut? Na ja. Ich muss mich auch mal hinsetzen. Es geht. Scheiß Krücken. Hast du gesehen? Wir hatten auf dem Gips keine Herzchen und Penisse gemalt. Ach, ihr wart das. Wenn deine Kehrung nach Pfirsich riecht, wundert dich nicht. Das habe ich schon gehört. Ich hatte... Ich hatte schon gesagt, ich habe das... Ich war so... Immer so weg wegen diesen ganzen Mitteln, aber... Ich habe das irgendwie, glaube ich, doch immer so ein bisschen mitbekommen, dass ihr da wart. Stimmt, ich dachte erst, ich habe geträumt. Das ist eine Herzliche. Die liebenswürdigen Leuten in Los Santos besucht zu werden. Ich habe noch einen anderen Sound. Oh Max, wenn Nico jetzt hier wäre, der würde bestimmt, der würde nicht so bestimmt was erzählen, oder? Arbeitet der heute? Keine Ahnung. Hör auf mit dir an. Was wollen wir denn erzählen? Warum sitzt die Ladies eigentlich auf dem Boden? Weil ich kenne das, ich habe irgendwo anders zu sitzen. Ich kann nicht mehr. Oh, du hast erklärt. Okay. Sonst wäre ich schon mal aufgestanden für euch. Derry, du hast Krücken und zwei gebrochene Beine. Ja. Bleib sitzen. Das macht nichts. Anständiger Umgang mit den Mädels. Oh mein Gott, Larry, du musst nicht mal den Dicken markieren. Bleib jetzt echt mal sitzen. Ah, okay. Mann, du bist so ein Dickkopf einfach. Der ist gerade fast die ganze Zeit umgefallen auf dem Weg nach Hause, äh, in die Wohnung. Naja, die Wohnung ist nicht rückstockgerecht. Ja. Da bist du. Tut was weh. Nee, ich bin die Tür. Entschuldigung. Alles in Ordnung? Ja. Weinst du? Nee. Brennt mir mein Auge. Ist irgendwas ins Auge gekommen? Larry, du weinst! Was soll ich denn machen? Ja. Magst du nicht so richtig glauben. Ich glaube, ich lasse den Scheiß mit der Polizei und ich suche mir einen entspannten Job. Abend. Du bist frei. Du kannst es machen, was du willst. Hm? Du kannst es machen, was du willst, Larry. Darum geht es doch gar nicht. Das hätte ich auch vorher gekonnt. Natürlich. Mit Rücksicht noch. Natürlich hätte ich vielleicht die ein oder andere Rücksicht natürlich auf dich genommen oder wir hätten Dinge besprochen, aber... Aber du bist kurz vor deiner Prüfung. Bitte mach doch wenigstens noch die Prüfung. Und dann? Dann könntest du später wieder... Weiß ich nicht, was man dann ist, als das da einsteigt. Ja. Du hast es doch dann doch alles umsonst gemacht. Ach. Jetzt ehrlich, Larry, ich bereue es auch ein bisschen, dich dazu überredet zu haben, weil ich wusste nicht, was für ein Scheißhaufen diese ganze Scheiße da ist. Nee, darum geht es mir doch gerade, Larry. Es geht mir doch nicht darum, ob du mich überredet hast. Ich meine, du hast mir auch gut zugeredet, du hast mir doch mal Mut gemacht, das vielleicht doch mal anzufassen. Ich habe mit den Leuten ja auch noch mal selber gesprochen und habe mir doch mein eigenes Bild gemacht. Das ist ja nicht nur so, dass du mir jetzt gesagt hast, mach das und dann mache ich... Ja, und Arm, und weil du das sagst, mache ich das. Also, so weit habe ich meinen eigenen Kopf schon noch gehabt. Aber nachdem ich jetzt hier so im Kindergartenverhalten wieder... Ich bin gespannt, was... Ich mache das abhängig davon, was nun jetzt so die nächsten Tage passieren wird. Jetzt, ich darf sowieso noch keinen Dienst schieben. Ich muss mich noch schon... Ich bin gespannt, wie das aufgenommen wird. Und wenn sich da jetzt dann auch eher aufgeregt wird, statt mal zu fragen, einfach wie es mir geht. Oder wie es mir auch einfach so einfach mal zu fragen, wie es mir geht, auch möglicherweise, nachdem ich ja festgestellt habe, dass das kein Traum mehr ist, werde ich das ja einfach mal abwarten, wie sich das ergibt. Und dann meine Entscheidung treffen. Larry? Ja? Halten wir in Sachen Brian trotzdem noch zusammen? Verstehst du, wieso ich mich so verletzt fühle, deswegen? Ja, natürlich verstehe ich das. Und wie soll ich das auch scheiße dir gegenüber finden? Weil ich habe heute mit ihm gesprochen, und als er meinte, er will sich dafür jetzt aber nicht entschuldigen, das war einfach so, oh, wow. Weil hätte der an dem Tag einfach zu mir gesagt, okay, tut mir leid, dass ihr das irgendwie sagen wolltet, was auch schon doof ist. Und dann meinte er zu mir heute am Telefon, ja, woher soll ich denn wissen, dass das nicht in Ordnung ist? Da meine ich, alter, gesunder Menschenverstand? Ich weiß auch nicht, also... Ich finde, das ist eine Sache zwischen uns beiden, und wir haben das zu entscheiden, und nicht er. Naja, gut, aber ich bin mir doch sicher, dass du es dann deinem Freundeskreis dann auch entsprechend erzählt hast, kaum, dass es passiert ist, oder? Larry, ob ich das meinem Freundeskreis erzählt habe, oder das ganze PD das weiß, ist wirklich ein Unterschied. Ja, natürlich, aber ich kann mir nur vorstellen, dass halt da von irgendeiner Richtung irgendwoher muss die Info ja dann geflossen sein, und dann, ich meine, okay, ja... Herr Weiß meinte, Brian hat es rum erzählt. Ganz großes Kino. Ich stand, und Brian meinte, ja, rum erzählt hat er es nicht. Aber als Herr Weiß das meinte, stand Brian neben mir und meinte, ja, ist das ein Problem? Also, Herr Weiß hat das Fakt so gesagt. Ich stand dabei, und Brian meinte, ja, wieso, ist das ein Problem? Ja, also, ich werde auch nicht überall rumlaufen, ganz wie die und irgendwelche Privatgeschichten rum erzählen. Hast du schon das Neueste gehört? Hey, hey. Mir ist der Schwanz abgefallen. Anscheinend ist es bei euch gang und gäbe. Also, ich weiß nicht, keine Ahnung, das ist ein großer Scheißhaufen. Bis auf so Ausnahmen wie April oder Isabel. Ja, Isabel hat mich oft angerufen, habe ich gesehen am Handy, und ich wollte mich eigentlich noch bei ihr rühren. Scheiße. Sie hat sich auch bei mir erkundigt. Nach dir. Gestern noch. Die ist eine gute. Ja. Ja, auch die Psychologin vom Polypedia hat mich wohl angerufen. Ach nee, ich finde das einfach nicht in Ordnung. Weißt du, ich mache das jetzt einfach von dem abhängig, wie das Ganze jetzt hier abläuft. Wie meine, wie soll ich es nennen, Wiedereingliederung da stattfinden soll. Und je nachdem, wie die Leute sich da geben. Naja, die werden alles sehr nett zu dir sein. Naja, mal gucken. Ich meine, die einen oder anderen kenne ich doch schon recht lang. Ja, deswegen fand ich das ja scheiße. Das finde ich, ja, ich bin richtig... Du bist doch länger da als die meisten hier, die jetzt im PD sind, oder? Ja, das stimmt. Ich denke, es sind nicht mehr viele da, die länger da sind. Aber, äh, naja. Der Chief, wie hat er das insgesamt? Hat er sich eher darüber lustig gemacht, oder? Er meinte heute zu mir, ja, natürlich, du kennst ihn doch, aber tatsächlich eher verhalten. Hat gesagt, was haben sie mir das genau angetan? Also ging er auf mich? Und heute habe ich ihn ganz im Ernst gefragt, was er denn davon hält mit Brian und mit den Sachen und wie er das denn machen will. Und dann meinte er auch, dass das eigentlich wir zu entscheiden hätten, wer das so, also, wer es weiß und wer nicht und dieses Tempo und sowas alles. Ja. In der Tat. Ach, ich würde es so gerne sehen. Mach doch. Ja, Brian. Mit einem Buttermesser, das ich aus der Kantine nehme. Hast du jetzt gerade Brian zu mir gesagt? Ja, ich bin immer noch so sauer auf den. Welchen Brian kennst du denn mittlerweile? Äh, nur Brian Gamble. Larry. Ich bin mal gespannt, wie diese Reha mit Bella läuft. Ja, ich habe es schon gesehen. Ihr versteht euch, ne? Ach, ich muss mich leider enttäuschen. Sie hat das angeboten. Ich, äh, naja. Ich weiß. Ich wusste schon vor ein paar Tagen, dass sie es sein wird. Sie ist ja gerade mit Nico zusammengekommen, aber sie hat mir eine erotische Massage angeboten gestern. Sie ist mit dem Arzt zusammen. Na ja. Die haben auch nie Zeit. Ärzte. Ständig nur am Operationstisch oder an irgendeinem Patienten am rumfummeln. Versuch gar nicht, mich eifersüchtig zu machen, Larry. Das mache ich doch gar nicht. Mhm. Ich habe ja nur festgestellt... Ich habe deinen Tonfall schon vernommen. Ah. Das war eine Spitze, weil ich das mit dem Brian irgendwie... Keine Ahnung, es tut weh. Ich bin ja ehrlich. Es ist einfach... Ich habe wirklich gedacht, das ist ein Traum. Ich bin mir ganz sicher, dass ich... Wie durch Dämmeriges... Wie in einem... nebelhaften Sumpf immer leise deine Stimme vernommen habe ab und zu. Ich war ja auch fast jeden Tag klar. Das hat so gut getan. Und ich hatte echt gedacht, das wäre alles ein böser Traum gewesen. Ich habe mich total gefreut, heute dich... Sie, äh... Harley... Bis Harley meinte, ich sollte mal... Ob ich sie jemanden anrufe soll oder ich, dann sage ich, nein, ich mache das schon. Ich... Harry an. Ich freue mich auf sie. Ja. Und dann... Doch, der Schlag... Fresse. Du kannst... Na ja, in dem Sinn eigentlich ja nichts dafür, aber... Ach, das ist scheiße, wenn man sowas dann vielleicht zweimal realisieren muss. Ich tue mir leid, Larry. Ich wünsche dir auch, es wäre anders. Ich gebe dich nicht so einfach auf. Oh, das wirst du. Nein. Du hast gesagt, du hast mich dafür, aber ich sehe dich relativ schnell mit jemand anders. Das denke ich nicht. Du kennst, du hast meine Worte hoffentlich noch in Erinnerung. Ja, ich weiß. Ich habe deine Worte noch in Erinnerung, aber ich glaube dir nicht. Eine andere wird es nicht geben. Ja, wir werden sehen. Du bist Dauerhorn, Larry. Und damit muss man es machen, Larry. Auf dich, ja. Generell Dauerhorn. Ja. Auch wegen dir. Du bist halt so das Hornimacher-Bed. Wie wir auch. So. Das war das... Das Wort des Tages. Jetzt kommen die anderen wieder. Jetzt wird er umsitzig, Ich muss dich gleich unbedingt fasieren. Du siehst so komisch aus. Ja. Hast du Zigaretten? Ähm. Nee, scheiße. Ich will auf welche. Ich will auf welche. Ich will auf welche. Unbedingt. Sorry. David, hast du vielleicht für heute oder hast du vielleicht für April einmal was Besonderes? Nein. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Ebenso. Wir sehen uns, ja. Oder wo? Warum bist du hin? Oh. Ist das okay? Wieso warten Sie? Nein. Bleib stehen. Was machst du jetzt? Wo gehst du hin? Ich geh spazieren. Du gehst nicht spazieren. Nein. Statt. Du gehst nicht spazieren. Du gehst jetzt nicht verkleiden und... Ja, geh ich auch gleich. Du gehst nicht so, dass auch jetzt mal von Tür zu Tür oder so, keine Ahnung. Ich bleib nicht aus mittlerweile die ganze Zeit bei dir, Larry. Okay, ein bisschen. Oh Gott, es tut mir so leid. Oh, ich würde die ganze Zeit am liebsten sagen, mein Baby, aber ich kann nicht. Was? Baby? Ja. Ey, was habt ihr alle mit Babys heute? Was? Wieso? Miss Harley sagt ja auch, wir machen kleine Baby-Steps, dass es weitergeht. Ich denke mir, bin ich ja heute im Baby-Film oder was? Miss Harley ist vergeben, Larry. Es tut mir so leid für dich. Was? Die interessiert mich nicht. Ist das? Aber alle labern irgendwas von Babys. Ja, ist zu mir leid. Was soll ich denn machen? Willst du eins? Nein! Ach so. Ich wollte heiraten, aber ich wollte jetzt kein Baby. Ich bin 25. Ich, äh, nein. Ja, wie läuft der im Laden? Wie? Wie läuft welcher Laden? Der, der wollte doch einen Laden aufmachen. Ach so. Ich dachte, du meinst jetzt mal den Unterhust. Ach, nee, ich würde dich tatsächlich ein bisschen vermissen. Ach, den Bauchlaken, meinst du? Ja, ja, den meinte ich nicht. Jetzt kommt wieder mit zurück. Ich stehe da doch nicht wie so ein Häufchen Egel. Das ist so furchtbar. Ich wollte mal in den Stadtpark gehen. Nein, du läufst jetzt nicht. Vielleicht zieht mich einfach jemand ab, weil ich ein wehrloser Krüppel mit Rücken bin. Ja, hör mir zu, Larry. Nein, du bleibst jetzt hier. Larry, hör zu. Hör zu. Heute laufen, heute ist dieses Maskierungsscheiß-Kack-Ding da, äh, Mandarinen-Erklärung aufgehoben worden. Wegen Halloween. Deswegen darf ich zum Beispiel auch sowas hier anziehen. Okay? Was ist das denn? Ja. Ach, du Scheiße. Willst du mich küssen? Ähm, und auf jeden Fall, die Leute, äh, nutzen das aus. Und es wurden heute schon viele... Ich kann nichts entstellen. Nein, Larry! Es wurden heute schon viele Leute... Larry, nein, komm her jetzt. Komm her. Viele Leute überfallen und deswegen... Oh, Entschuldigung. Und deswegen bleibst du hier. Du bleibst hier. Ah. Ja. Larry. Larry. Ja. Komm. Oh, hab ich dir wehgetan? Es geht... Jetzt grinst du mich doch nicht so an. Nein, komm mit. Komm mit jetzt, ja? Ja. Wir müssen wirklich gucken, was mit Frau Collins jetzt ist. Also müssen wir noch ein bisschen warten. Ich hab... Wir haben uns alle so um dich gekümmert. Jetzt musst du hier mal mit deinen Krücken, äh, auch mal kurz warten. Guck mal, David geht es ganz schlecht. Kannst du vielleicht mal mit ihm reden, weil er, ja, quasi Frau Collins... Ach, der hat sich... Also ich soll jetzt mit David reden, weil er so schlecht drauf ist. Ja, bitte, vom Mann zu Mann zu Mann zu Mann. Ich rede aber auch gern mit David, weil ich wusste nicht, dass er schlecht drauf ist. Also, David, ich komm zu dir und werde mit dir reden. Dann, Larry, warte, Larry! Was? David saß ja im Auto, er ist gefahren, als Frau Collins in die Reingefahren ist. Scheiße. Das meinte ich. Ich hab den umgebracht. Nein, du hast ihn natürlich nicht umgebracht. Und dann bleib im Rollstuhl für immer auch. Ach so, soll ich mich jetzt um ihn kümmern, oder wie? Aber guck mal, er ist doch auch nicht im Rollstuhl und er konnte seine Beine auch nicht mehr spüren, oder irgendwie sowas. Ja, ich hoffe... Wir haben gesagt, die sind total zertrimmert. Schienbein, genau. Das Schienbein hattest du zertrimmert. Beide Beine. Beide. Ich hab Platten drin momentan. Und diese Unterankrücke. Ja. In drei Tagen ist nochmal ranken, dann wird geguckt, dann werden die Platten nochmal rausoperiert und dann hab ich Reha. Bei dieser Miss Harley. Können. Du kannst doch sagen, du hast Reha. Du musst immer nicht Miss Harley die ganze Zeit nennen, Larry. Ja, diese Ärzteinhalte Physiotherapeutin. Ja, ist vergeben. Ja, die Freundin von Nico. Sie hat gesagt, ich soll Bella sagen. Warum auch immer. Ja, hat sich gestern uns auch vorgestellt. Ist das besonders? Das ist Larry. Na, dann ist er okay. Wie unangenehm vor allem. Boah, ich geh da gleich noch mal rein und frag noch mal. Ich mach wirklich, ich geh da gleich rein. Schon mein Dienstwaffer ist vorbei. Nein, tu ich nicht. Also ich hab schon mal nachgefragt. Ne, April, kannst du nicht mit, äh, kannst du dich nicht in den Dienst machen, wie in Donnie rin kommen? Oh mein Gott, ich hab ne Idee. April. Was ist denn? Oh. Ah. Mehr Info wird's nicht geben, denk ich. Also die letzte... Die eintragen lassen als Notfallkontakt. Hat's, ja. Gut, ich geh eben in den Dienst. Ich komm gleich wieder. Alles klar. Du Gini! Hier, was habt ihr denn angestellt? April ist ein Gini! Ah, Collins hat das IPD eintragen lassen. Ich bin gleich wieder da. Ja. Okay. Wo geht denn? Sie zieht jetzt ihre Uniform an, dann kriegt sie die Infos. Ach, ist das dumm. Die muss sich doch nicht die Uniform anziehen. Aber dann ist doch von PD. Hey, hey, April. Hex, wir machen das gleich, aber es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Ich kann's dir gar nicht mehr. Ich weiß, dass es schlimm ist. Wir wollten eigentlich grad David zum Hex machen. Oh Gott, David. Entschuldigung, es ist der Zeitpunkt noch. Ja, okay. Wöö. Ich mach mir keine, ich mach mir keine Sorgen, um Frau Collins. Weil, wenn irgendwas mit hier ist, dann würde jetzt schon der Himmel weinen. Glaub mir. Glaubst du? Ich bin mir sicher, ja. Aber, ähm... Wenn dann, dann... Warum hat sie denn nicht aufgepasst? Ist sie einfach so um die... Aber ihr habt links... Ihr seid links abgebogen, ne? Ja, und dann ist... Ich glaub, dann wollen sie überholen. Sie hat sie so ein Stoppschild. War die hier? Weil die Warrinterungen sind dann... Den wurden uns von links überholen. Ich bin links abgebiegen. Dann ist er nur mitten reingefahren, den Auton. Seitlich. Scheiße. Und dann lag den unter den Autofast. Ach du Scheiße. Oh, fuck. Oh, man. Was wollt ihr machen? Oh, da wieder so deprimiert sie auch. Nicht bis da. Oh, nein. Ich bin auf. Das ist doch gar nicht so. Das ist doch gar nicht so. Das stimmt doch gar nicht. Aber statt... Sind das... Schmerzen 12 von 10 hat ihn gesagt. War sie denn noch ansprechbar? Ja, ne? Danach. Also... Beim Umfeld nicht und danach aber... Das sind Emly kaum. Ja. Ja. Weiß. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hoffe, April kriegt jetzt die Infos. Ich darf ja dann eh nicht... Oh, Nico ist da. Geh mal rein. Aber wir dürfen das ja eh nicht hören. Wir wissen, ob Nico mich hier kennt. So viele haben mich nicht erkannt. Leute, ich habe einen Fragen. Welchen Episoden von Leben ist seltsam ist denn hier? Das ist das... Also, nochmal so den Fragen. Das ist das zweite Ende. Rachel wurde nicht entführt und umgebracht, sondern... Hat ein Auto und voll und ist jetzt hier. Collins ist Rachel. Oh, nein. Collins ist Max wegen den Haaren und dem Gesicht. Oh, hast du? Max ist zurück. Nein, nicht tot. Oh, mein Gott. Nicht tot. Tot. Nein, 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 nein. David, komm in meine Augen. Max. Max, hör doch mal auf. Oh, Gott. Ich hatte den Gedanken, dass... Das war auch der Moment, wo Isabel gegen den Autum gefahren ist, dass Max dann diesen Sound abspielt. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich glaube, ich gleich sofort hinter Collins zu ansprechbar. Sie hatte eine Hirnblutung, deswegen konnte sie ihre Dings nicht bewegen. War aber eine sehr, sehr harmlose Hirnblutung. Ihr geht soweit gut. Sie kann sprechen. Er holt euch gleich, ja? Alles gut, ja. Ach, die Scheiße. Siehst du, sie lebt und sie kann ihre Beine wieder bewegen. Dann hat nichts von Beinen gesagt. Doch, sie hat gesagt, wegen der Hirnblutung konnte sie es nicht spüren. Aber jetzt, wo sie wieder Blutung im Hirn hat, dann kann sie jetzt auch wieder die Beine spüren. Amen. Ach, die Scheiße. Danke, Jesus. Jesus. Danke, Jesus. Du bist so wunderbar, Jesus. Dann konnte ich tatsächlich jetzt... Larry noch nicht fragen, ob er sich eine eigene Wohnung suchen kann. Das war... Aber ihr kommt nicht zusammen. oder? Max. Nein, ich denke nicht. Nein. Also, ich wollte... Wieso dürfen den rein? Ja, die holen uns gleich. Wieso doch Larry mit... Ach ja, der ist ja auch bei... Ja, auch im PC ist. Ich bin Notfallkontakt. Oh ja, das stimmt auch. Max. Wie... Warte mal. Was? Wie Larry gerade mich eifersüchtig machen wollte. Hier mit der Bella. Also hinter dir. Und ich... Ich dann... Also, gerade im Privatgespräch war das wirklich... so gemacht. Und da habe ich gesagt... Ja, Larry, ich muss dich enttäuschen. Die ist leider schon mit dem Arzt zusammen. Er hat mir gestern eine erotische Massage angeboten. Und dann meinte ich... Ja, sie wollte da... Die Reha mit mir. Diese Ärztin. So weiß. Und da habe ich gesagt... Ja, Larry, klappt aber nicht. So von wegen... Du bist die Letzte... Und dann sowas sagen. Die Sache ist... Du tust mir so leid. Wieso tut es dir leid? Weil den alt und allein ist Max. Ach so. Wenn ich mir das auf... Er humpelt die ganze Zeit... Dann ist er die ganze Zeit umgefallen. Ist er in der Badewanne gefallen. Geht er auch in der Badewanne? Bitte? Ach so, ja gut. Er hat auch was gelaufen die ganze Zeit. Ja, das stimmt schon. Was? Ja, ich weiß ja, wie er nackig aussieht. Hast du deine Hände gewascht? Wieso? Larry ist doch nicht ekelhaft. Wenn man sich zwar auch nicht... Genau dem, wo du ihn gewascht hast. Ich habe ihn tatsächlich nicht am Pimmel gewaschen. Das hat er selber gemacht. Ach so, okay. Ja, du hättest doch eigentlich nur die Beine abwaschen müssen. Seine Hände sind ja nicht gebrochen, ne? Ja, aber der kann doch nicht stehen in der Dusche, Mann. Ja, der kann sich doch hinsetzen in die Badewanne. Ja, aber der muss sich erst mit zwei gebrochenen Beine rein. Leute, was ist denn... Ja, du hast ihm doch geholfen. Aber du musst ihm jetzt nicht da den Arsch abbilden. Oh, ich habe ein Helferkomplex. Ich musste einfach ihn waschen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich wickeln würde ich nicht. Wickeln? Ist das besonders damit? Wickeln mit so einer Nadel. Von vorne dran. Eine Nadel? Oh, ich weiß gar nicht, was du meinst. Oh, ich stelle es mir gerade vor und fände es ganz furchtbar. Und auch ein bisschen süß, aber irgendwie auch ganz verstörend furchtbar. Das Sexappeal sinkt um 500%. So. Sie waren doch die Angehörigen von der Frau Collins, richtig? Und sie waren auch direkt vor Ort. Soweit ich mich erinnern kann. Ja, das ist ein Kontakt. Oh. Nicht, bitte, bitte nicht. Nicht mit mir. Entschuldigung. Alles gut. Ja, also ich würde sie gerade mit nach hinten begleiten. Ich soll ihnen aber auch von der Frau Collins ausrichten, dass sie abgelenkt war durch zwei Labrador-Welpen. Was? Durch zwei. Ah, okay. Wir wissen Bescheid. Mhm. Hat man sie wieder in den Traum? Ich weiß nicht, aber ich bin in den Traum. Okay. Ja, Labrador. Wir kennen den Insider. Ja, okay. Gut. Dann bring ich sie gerade mal nach hinten. Danke. Was meint denn damit? Hm? Was meint denn damit? Ich denke, sie war irgendwie in ihrer Fantasie irgendwie und hat in der Labrador-Welpen gedacht oder so. Hä? Keine Ahnung. Ich verstehe in diesen Frauen nicht. Frauen sind sehr kompliziert. Oh, meine Güte, aber die hatte ich ja nicht so gemacht. Nee, deswegen sage ich es. Ich habe sie mir nochmal geändert. Oh, so ist es wieder ein Mann. Ach so. Oh, meine Güte. Aliane, das ist äh, die Frau Quinn. Bitte? Ich glaube, ich war dein Name, oder? Die Nachnamen war Quinn, oder? Nein. Nee, Harley. Oh Gott, David, du hast mich jetzt verwirrt mit deinem Harley Quinn vorher. Oh, ist aber nicht so. Entschuldigung. Nein. Sie können mich ruhig Bella nennen. Das ist kein Problem. Bella, ist immer wirklich eine geile Haarfarbe. Dankeschön. Gott sei Dank. David, du bist als Notfallkontakt eingetragen. Weil, weiß ich. Ja toll, David, super. Echt jetzt? Dein Ernst? Oh, Collins. Was denn? Collins Lives Matters, Hashtag. Wir haben uns schon in die Öffentlichkeit gesetzt. Den Banner, den ich mal für dich gemacht habe, habe ich gepostet. Mit Hashtag für Collins. Gibst du das im Pidi ab? Was denn? Dass ich nicht arbeiten kommen kann. Ja, mache ich. Oh Mann, ey. Scheiße, was machst du denn? Ich bin gefahren und dann waren da zwei kleine Welpen. Oh Gott. Da waren zwei kleine Welpen. Ich bin den ausgewischen. Ausgewischen? Sie kann doch nicht reden, Sir. Komm, wir müssen sie nochmal operieren. Sagt Wischen. Ach, das wird schon wieder, ne? Ich glaube, der hat irgendwie einen Nerv getroffen. Ja. Hallo, wir sind. Ich wusste nicht. Was zum? Collins. Wie ist genau die ganze Zeit da versucht, sich an die Hand zu machen? Hallo, Miss Queen. Wie geht's? Ist nicht dein Ernst? Ich habe mich gerade versprochen. Ich wollte gerade irgendwas mitbekommen. Ja, oder wirklich was zu begeben hat. Ich weiß nicht, Ariane konnte ja nicht sehen, dass ihr das eigentlich gar nicht gesehen habt. Ja. Ihre Freundin geht sich gerade umziehen. Das würde David niemals zulassen. Doch, er hat gesagt, mach noch was dazu. Nein, nein, hab ich nicht. Ja, wollte ich ihm nur sagen. Wird ja sein können. Nein, nein, nein. Ich habe es für mich noch gelegen. Sie leid gekleidet zu sehen. Herr Weiß, du machst dich wirklich ganz furchtbare Sorgen um dich. Oh Gott, das will, woher weiß der das denn? Ich bedanke mich auch, weil ich schlafe im Streifenwagen und ich kam nicht weg und hat er noch gefunkt, dass ich gehen darf. Sie haben mir auch sehr geholfen, ja. Und Herr Weiß hatte mich angerufen und meinte, dass er gerade in einem Einsatz ist und ich weg kann und ich soll versuchen, mit STI irgendwelche Infos rauszukriegen. Oh Gott, ist das unangenehm. Ich muss ihn leider anrufen. Ja. Oder soll ich erst mal warten? Alles gut. Alles gut. Sie sind hier jederzeit willkommen. Ich weiß auch, dass ich hier in meinem Guten bin. Ich weiß auch, dass ich hier in meinem Guten bin. Ich weiß auch, dass ich hier in meinem Guten bin. Ich weiß auch, dass ich hier in meinem Guten bin. Ich dachte, ich wäre tot. Als ich das Kind gesehen habe, dachte ich bin tot. Das ist doch so. Ich dachte, ich hätte das auch nicht geschafft. Das hat den Eindruck, glaube ich auch. Also das wird ruckzuck wieder besser bei ihm, mit den beiden. Ja, Larry, ich dachte seiner. Hat man ihm den Rucksack überreicht? Hattest du noch meine SMS gelesen, Collins? Sehr gut. Was standen da drin? Mit Ralf Seiler? Larry, kannst du ein bisschen leiser reden? Ähm, ja, kann ich, aber tut mir leid, Isabelle, wenn du so einen Anblick ertragen musstest beim Aufwachen. Alles gut, ich freue mich. Ja. Ja, er hat sich gefreut, dass du dich auch nach ihm erkündigt hast. Ja, dann wollte ich an... Oh mein Gott, ich... Entschuldigung, ich habe heute meine Stimme nicht unter Kontrolle. Ja, wieso, was war? Ich verstehe auch nicht. Alles gut, alles gut. Okay. Ignoriert mich. Oh je. Collins, ich hätte nicht gewusst, was ich ohne dich machen soll. Bitte mach das nie wieder. Siehst du, David, der Himmel hat nicht geweint. Es ist ja auch nichts passiert. Was der Himmel weint? Ich habe gesagt, wenn dir was passiert, dann hätte der Himmel schon längst geweint. Weil das so krass mehr rein war. Nein, gar nicht, weil der Himmel hatte nicht geweint. Der Boden wäre extrem heiß, weil er sich gefreut hat, Collins in der Hölle begrüßen zu dürfen. Was? Frau Collins kann niemals in die Hölle kommen. Das Samtus hätte geweint. Das haben wir noch Obdachlosen in der Bodenheizung. Ist doch schön. Das ist süß für die Obdachlosen. Ja. Deswegen wäre viel besser, oder? Ich glaube, du bist ziemlich müde, oder, Collins? Hashtag, ja. Hashtag, wir lassen dich schlafen. Wir verschlüfen. Hashtag, umarmt ihr mich alle bevor ihr geht. Wohl. Hashtag, ja. Dann darfst du wieder raus. Ich muss eine Nacht hierbleiben. Oh. Oh nein. Wurzst du mich am Dienstag ab, David? Wohl. Okay. Wollte Nacht. Wollte ich dir noch was abspielen, Collins? Hab ich Lied, Collins? Ja, machst du noch ein schönes Lied an. Oh nein. Also, kein Todeslied. Oh, und danke, Chloe. Nach fünf Jahren bist du noch Max Caulfield. Wollte mal ein schönes Lied. Ich werde sterben. Ich habe ein schönes Lied, warte mal. Sekunde. Oh, das ist aber eigentlich auch eher ein trauriges Lied. Oh mein Gott, ist das meine Beerdigung. Oh. Oh, guck mal, das ist ein ganz schönes Lied. Oh, Mutterfleisch, Becky. Ja, David, David. Oh, das ist schön. Ich habe die besten Freunde. Ich habe die besten Freunde. Oh, bin ich hier noch reingraben. Oh, der macht das so schön mit der Choreo. Das ist so toll. Ich habe das beste Umfeld in der Sons. Oh, der macht das so schön. Wie tanzt du für unsere Freundin, Sir? Komm, wir fanden, als würde die den Exorzismus bei mir betreiben. Da kommt keiner rein. Das ist gleich vorbei. Ja, bitte was Heftiges. Ach, das ist ein bisschen stärker. Oh, das ist ein bisschen stärker. Bekomme ich Lust, diese Doku wieder zu sehen? Die war so toll. Was soll ich denn jetzt? Oh, sehr gerne, kein Problem. Nach fünf Jahren bist du noch Max Caulfield. Na klar, wer soll ich auch sonst sein? Ja, so ist es. Eben, meine Güte. Sag doch sowas nicht. Sag doch sowas nicht. Das ist nicht so, wie ich Dinge enden will. Nein. Und dann werde ich direkt wieder traurig. Es gibt ja immer einen Weg, ne? Bin ich in der Serie gefangen? Was ist das? Das ist die Doku. Das Leben ist verrückt, weißt du? Das Leben ist seltsam. Das Leben ist seltsam. Ja, ich würde auch sagen, ich will das nächste Kapitel sehen. Oh nein, das sind aber alle Kapitel. Wir sind gerade im nächsten Kapitel. Ja, so ist es. Nächste Woche kommt das nächste Kapitel raus. Ich möchte die Kraft einsetzen. Ich spule die Zeit zurück. Ach du Scheiße. Okay, also Max, dein Outfit ist wirklich wow. Ich spule sie zurück, okay? Danke, das erkennen leider viele nicht. Weee. Zehn von zehn, ich habe sofort erkannt. Spule, Manni. Ich spule die Zeit zurück. Ich spule die Zeit zurück. Es gibt leider Kunst beim Hausen. Nein, ich spule den zurück. Schaut mich an. Ich spüle die Zeit zurück. Miss Collins, Miss Collins, ich wünsche Ihnen schon mal eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen, wenn irgendwas ist, dann rufen Sie uns an. Und können Sie meine Akte vor Alizé verstecken? Das kann ich nicht. Warum? Weil ich keine Akten vor irgendwelchen Mitarbeitern verstecken kann. Ich werde so Ärger bekommen, Sir. Glaube ich auch. Alizé ist doch ein Engel. Sie haben vorhin schon festgestellt, was sie ist in der Collins. Oh Mann, okay. Wir kennen doch Alizé. Alizé ist im Kern unfassbar lieb. Ja, im Kern. Ja. Ui. Ich stelle Ihnen hier nochmal eine zweite Flasche Wasser hin. Oh, das ist echt nett. Na klar. Wohl. Ja. Brauchen Sie irgendwas zu essen? Ne, habe ich noch. Haben Sie noch. Okay. Alles klar. Dann bin ich weg. Ihr findet den Weg zurück. Ja. Das ist ja schon ziemlich oft gewesen, dass wir hier waren in den letzten Wochen. Aber dann... Ja. Macht nicht mehr so lang, okay? Nein, nein. Alles klar im Kreis. Gute Besserung, Isabel. Okay. Ich hau dann auch mal wieder ab nach hinten. Gubi, du Eng. Guna. Er stellt Collins' Lives Matters. Guna. Schlagu, Treugu. Treugu. Du Kleeng. Du Kleefo. Du Klimmi. Schlagu, David. Okay. Schlagu, Treugu. Isabel. Gunan alle. Gunan, du kleinen Tonan. Aber ich küsse deine Augen, Schlöster. Ich liebe dich. Ich küsse alle eure Augen. Ich küsse deinen Toner. Dann siehst du einfach Marshall, einfach die Hübsche. Wow. Das Auto steht übrigens sehr gut. Danke. Ich liebe dich, okay? Gute Nacht. Gute Nacht. Bis dann. Bis dann. Bis dann April. Soll ich euch wieder nach vorne bringen? Ja. Wunderbar. Bis dann. Okay. Esker, dann geht's? Ja ja. Wollen wir das bisschen langsamer machen? Okay. Warum konntest du mir einfach nur pennen? Ich küsse deine Tuna. Oh, was? Ich will ein Thunfisch-Sandwich oder so ein Baguette mit Thunfisch mit Mayonnaise. Kennt ihr die Dinger? Oh, ich hatte so Bock gerade darauf. So richtig hart Bock einfach. Oh, ja. Ich habe gesagt, ich passe mal gerade auf, bis sie eingeschlafen ist. Ja, mach ruhig. Ich habe hier vorne gewartet, weil ich wollte dich stützen, aber dann geh Spaß gleich. Ich will noch was sagen. Nein. Boah, Isabel und Skinder sehe ich aber irgendwie auch voll. Ja, ich dachte, er liegt gerade bei Isabel im Bett. Die sind gerade noch ein bisschen am Quatschen. Ah, okay. Also braucht er noch einen Moment. Ja, ich glaube, der braucht noch einen Moment. Okay. Na gut. Ja. Ich gehe mal nach... Ist hier richtig? Ja, ja. Ja, ja. Hier ist richtig. Ja, mittlerweile kenne ich fast nur mehr. Ja. Ihnen geht es gut, Frau Barnes? Ja, gemischt, gemischt. Und Ihnen? Wir wollten morgen übermorgen... Könnte besser sein, aber naja. Toi, 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 dass da nicht mehr auf die Zukunft mit der einen Sache da... Ich weiß es nicht. Mal schauen. Also, Frau Barnes, wenn Sie mal reden möchten, ne? Also, wir sind immer da. Oh, danke schön. Melden Sie sich einfach. Das ist das Ding. Machen Sie mal, dass der Idiot einfach wieder auf die Beine kommt. Ich werde mein Bestes geben. Okay, danke schön. Sehr, sehr gerne. Und passen Sie auf sich auf? Ja, das mache ich. Okay. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Okay. Mir liegt mit Isabel im Bett. Die sind noch am Quatschen. Und ich muss... Wieso liegt er im Bett? Ach, ihr solltet sich mal gönnen. Ähm, aber... Ich muss ihn ja wahrscheinlich noch mal kurz zurückfahren. Oh! Und dann würde ich das gerne gleich machen, weil irgendwie fühle ich die Frisur voll. Ich fühle mich quasi so ein bisschen wie sie auch. Weil... Irgendwie habe ich Bock, die ganze Zeit in dem Cosplay-Dome zu laufen. Boah, da steht hier so hart. Und ich müssen mich sowieso noch aufmachen. Wir müssen... David, wir müssen... David, weißt du, ob der Drift Shop der heute auf hat? Es ist ganz wichtig für einen Beanie für mich. Um den Ohrzeit, glaube ich nicht. Boah, das Beanie wäre echt zwar. Oh, ich bin ein Turfisch-Sandwich. Mist. Wie findest du eigentlich meinen baufreien Topf? Was ist das denn? Oh! Oh, mein Bauch! Oh, wie ist das? Schön, oder? Oh! Wieso steckt er da... Dein Finger in seinen Bauchnabel? Warte, ich will... Warte, eine Sekunde, ja? Ich fühle mich sehr wohl. Ich möchte unbedingt mal... David, bleib mal stehen. Ich sehe da gerade was, ja? Mhm. Warte. Ich muss... Was? So. Guck mal hier. Ja, ne? Der Bauchnabel... Ich habe Bauchnabel... Das sah so aus, jetzt hättest du mal David eingeblasen. Nein, ich habe hier nur einen Bauchnabel-Fussel rausgeholt. Ich habe hier nur einen Bauchnabel-Fussel rausgeholt. Mein Gott, David, ich bin das nicht so ins Gesicht. David, du kannst dir jetzt hier... Nimm dir mal in eine Hand und wünsch dir was. Puste den weg. Ja. So. Hast du dir was schönes gewünscht? Ich schläft. Woher habe ich... Ich lebe. Gut, super. Dann, ähm... Ich wünsche euch einen schönen Abend. Willst du wieder spazieren gehen? Ich will nur spazieren. Wie kommt... Musst du nach Hause? Irgendwie schaffe ich das schon. Ich habe noch Geld dabei. Ich fahre kurz Larry nach Hause. Nein. Doch. Doch, doch. Mach den. Ich möchte das nicht. Doch, ja, das ist mir scheißegal. Tschüss. Ja, deswegen kannst du ihn auch nicht aufhören. Larry, letztes Angebot. Ich fahre dich nach Hause. Ich muss da eh noch was holen. Oh. Nee. Wir müssen schnell weg. Lila, der ist hier. Gute Nacht. Warte, gleich, dass Lila... Achso, nee, warte, ich bin hier alt. Okay. Dir ist schon klar, dass wir zusammen wohnen noch? Was? Dir ist schon klar, dass wir noch zusammen wohnen? Ja. Ja, ja, weiß ich schon. Ja, also lass mich doch dich nach Hause fahren. Du wolltest doch heute machen. Ja, das werde ich ja jetzt auch machen. Ich fahre dich nach Hause und dann mache ich das. Okay. Willst du... Ja. Willst du nicht nach Hause? Willst du... Soll ich dir was anderes besorgen? Ach, ich weiß gar nicht, was ich will momentan. Außer eins. Was denn jetzt? Dich nicht verlieren. Ich stehe ja noch hier. Ich bin ja nicht aus der Welt und ich werde dich auch nicht rauswerfen. Larry. Ich brauche nur ne Pause. Der Krücken ist anstrengend. Okay, dann... Komm mit, wir gehen vor. Am besten nach Hause. Falls du... Falls du... Falls du möchtest, es... Nur falls... Ich meine... Ich meine, es kann natürlich nicht ewig so weitergehen. Ich meine, das wissen wir ja beide. Ich... Ich wüsste, wo du... Ich gucke, ob es im Norden ist. Im Norden? Du musst nicht in den Norden. Es gibt in der Nähe von Pedi neue Wohnungen. Sehr schöne Wohnungen, tatsächlich. Wo denn? Tatsächlich wirklich die Straße beim Pedi. Ich habe überlegt auszuziehen, aber ich liebe meine Wohnung, Larry. Und ich fand es irgendwie komisch, wenn ich ausziehe und du kommst zurück und da ist keiner mehr. Was war das? Wie war ein Weg? Das ist die ganze Zeit, den Weg zu stellen. Ja. Larry, hör auf, du machst mir echt nicht leicht. Ich kann mir das nicht raussuchen, es tut mir leid. Es kotzt mich an, dass du mich auch so siehst. Ich weiß nicht, was los ist mit mir. Ich dachte eigentlich, ich habe mir die Tränensäcke mal rausoperieren lassen. Kommt trotzdem irgendwoher die Scheißdinger. Ja, aber kennst du, kennst du den ersten Film von Spider-Man? Ja. Kennst du es, wenn er total peinlich durch die Straßen läuft und sich voll cool fühlt? So fühl ich mich nicht. Nein, aber vielleicht fühlst du dich bald so. Glaube ich nicht. Ja, aber ich will dich auch nicht verlieren. Ich mache mir das gerade nicht leicht. Ich fühl mich eher so wie Spider-Man, als er seinen Opa verloren hat. Das war der Onkel. Ach, dass ich mich einfach immer in allen Jugendsachen besser auskenne als du. Na ja. Weißt du was? Ich wette, wenn er ein Speediges werden, die dich alle verkuppeln wollen, so wie sie es bei mir gemacht haben. Können mich alle am Arsch lecken. Können mich auch alle am Arsch lecken. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Aber ich muss schon sagen, wow, auch der Chief, der ja mittlerweile Bescheid wissen sollte, nicht mal der hat sich gemeldet und fragt mal nach. Ja, tatsächlich mehrere Sachen ein bisschen das Herz gemolken, Larry. Ich hatte Fia zum Beispiel Bescheid gesagt und diesen Malik angerufen. Ja, Fia. Fia hat sich, glaube ich, gemeldet, aber sie meinte, du und sie seid gar nicht so gute Freunde. Und das hat mir das Herz geboren, dass ich gedacht habe, du hast nur mich. Nein, habe ich nicht. Dann habe ich mich so vorgelegt. Es geht nur darum, dass ich in letzter Zeit, wie du ja weißt, mit Ausbildung beschäftigt war und dann mit dir. Wir waren zusammen unterwegs. Ja, aber du hattest ja mit Fia weg, das Opis zu tun. Auch mit Little Girl habe ich schon länger nicht mehr gesprochen gehabt. Oh, hier solltest du noch schreiben. Ja, ich weiß. Ich habe noch gesagt, dass wir zusammen sprechen. Genau. Johnson, ich erinnere dich daran, du wolltest ihr einen Kuchen vorbeibringen. Ja. Ich habe sie vom Aphrodonis getroffen und das hat sie nämlich nicht vergessen. Kann ich mich noch erinnern? Nein, da warst du nicht dabei. Ich habe sie aber gesagt, dass sie hier was mit dem, als sie im Krankenhaus war. Du musst nicht so aggressiv sein, du alter Mann. Bin ich. Du musst nicht so recht rabberisch sein. Bin ich aber. Ja. Du lässt momentan auch keine anderen. Keine anderen? Was meinst du? Was meinst du? Nichts. Larry, Titten auf den Tisch. Was meinst du? Ist alles okay. Wirklich. Larry, was meinst du? Ich werde deinen Dickkopf irgendwann durchstoßen. Nee, du bist momentan auf dem Weg, keinen anderen Dickkopf neben deinen zuzulassen, habe ich den Eindruck. Ist das so? Mhm. Und so gefall ich dir nicht mehr? Oh, ich find das okay, wenn man Kontra gibt, aber irgendwie hab ich das Gefühl, du gibst dich jetzt gerade sehr betont hart. Und das passt nicht zu dir. Vielleicht mach das das Ganze ja einfacher. Ich kann... Bekenn ich dich zu gut. Ich bringe ihn nur kurz nach Hause und dann bin ich gleich sofort bei euch, ja? Äh, komm zum Flüchtshop, die haben noch offen. Hey, Larry. Okay, Larry, ich bis gleich. Bis gleich. Ja? Kannst du schon losfahren? Die Treppen komm ich schon hoch und wenn ich auf allen Vieren hochgehe. Ich will die, ich will aber nicht. Ach. Egal wie du dich hier... Hey. Kann ich dir mal was sagen? Was? Egal wie du dich hier veränderst. Haare werbst. Frisuren änderst. Wahnsinnig tolle Klamotten trägst. Tolle Schuhe, die dazu passen, trägst. Es wird dich aber im Endeffekt das, was darunter ist, ja nie verändern. Wetten, dass du das? Vielleicht gibt es dir nur das Gefühl, aber... Meine Larry. Ich kann auch nichts entstellen. Larry. Und die Mauer, kann es auch nicht sein. Okay. Hey. Ja? Du warst bis jetzt und bist immer noch so eine tolle Frau. Der mir hört doch auf. Du hast mir manchmal ein Zettelchen geschrieben. Du hast mir manchmal im Kühlschrank extra was hingelegt. Du hast mir im Schrank eine kleine Überraschung reingelegt. Du hast mir ein Wurstbrot manchmal geschmiert, was so arianisch gut schmeckte. Jimmy, warum bemerkst du das alles erst jetzt? Das habe ich immer schon bemerkt und ich habe es auch immer wieder betont, dass deine Wurstbrote arianisch gut schmecken. Dass ich mich bedankt habe für das, was du dann immer wieder gemacht hast und ähm... Ach. Vielleicht habe ich es einfach nie deutlich genug gesagt. Es tut mir leid. Auf jeden Fall bist du eine ganz besondere Frau. Ich hätte mir gewünscht, dass auch sowas von Tiereinfach kommt. Nicht unter Zwang, sondern von ganz alleine, weißt du? Ja. Ich weiß genau, was du meinst. Ich war einfach in den letzten Wochen viel zu viel, zu viel beschäftigt damit. Tut mir leid, Nere, was waren Monate? Ja. Ich... Ja, Wochen, Monate. Ja, viele Wochen sind auch mehrere Monate, richtig. Es geht darum, dass ich einfach den Kopf viel zu viel... Naja. Also aufstehen, zack, schnell anziehen, Innendienst, alles immer kurz und knapp und alles ist... Der ganze Tagesablauf, alles ist immer so knapp im Messen gewesen und... Ach. Dann habe ich wieder was rausgeschoben. Hätte dir nicht wehgetan. Oh, da habe ich mich ja schon meistens... ...nahan gehalten. Hab dann gesehen, wenn du geschrieben hattest, ich hatte ja... ...was du fast immer hattest, wo ich mich so gefreut habe. Habe ich ja auch fast immer zurückgeschrieben. Aber okay, da gebe ich zu. Hätte ich natürlich... Da hatte ich nachgelassen. Da hast du recht. Das kann ich nicht ändern, aber... ...die Vergangenheit, das kann ich nicht ändern. Das tut mir sehr leid. Ich hätte... ...ich hätte da einfach mehr... ...na ja... ...einfach mehr... ...immer wieder mal... ...anbringen können, sagen können oder... ...ach, einfach so eine kleine Freude machen, was ich ja gerne gemacht hätte. Oder was ich ja gerne mache. Eine kleine Überraschung. Einfach so. In der Kiste versteckt. Schrank versteckt. Und das Kopfkissen gelegt. Ich wollte mich einfach mehr gewertschätzt fühlen, weißt du. Eine kleine Überraschung. Ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, ich war in den letzten Monaten auch sehr, sehr viel auch teilweise mit mir selbst beschäftigt... ...und hab dich dann irgendwie... ...na ja, ohne es zu wollen, aber... ...vielleicht manchmal so ein bisschen... ...aus, ja. Einfach zu wenig beachtet, obwohl... ...na ja, dir das Gefühl zumindest gegeben haben. Ich hatte immer gedacht, okay... ...ich sag dir das immer wieder... ...ähm... ...dach, das reicht aus, aber... ...ach. Ähm, beim RP gibt es keine Meinung, Sagen und Teilen. Das ist alles Bewertung. Es sind hier andere Regeln beim RP, weil es unterbewusst nämlich beeinflusst. Komm mal mit, Larry. Ich bin kein perfekter Mensch. Ich erwarte auch... ...ich erwarte auch gar nicht, dass du perfekt bist. Das bin ich ja auch nicht. Ja. Guck, das habe ich gemacht, als ich so traurig war, als du im Krankenhaus warst. Kannst du das erkennen? Ach, Larry. Mir ging es auch damit nicht gut, Larry. Und ich will das auch nicht. Aber es geht einfach nicht anders. Wir wollen zwei verschiedene Sachen. Und wir haben uns in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Entwickeln ist doch gut. Entwickeln ist doch wirklich gut, Larry. Und muss auch jeder... Das Limonbärchen. Komm, ich bring dich ins Bett. Weißt du, entwickeln ist gut, Larry. Du hast dich so toll entwickelt. Larry. Die kleine, stille, naive Frau, die ich noch kennengelernt hatte. Die ängstliche Frau. Wo ich... ...gerade am Anfang, glaube ich, eine gute Stütze sein konnte. Passst du auf. Und ich werde dir auch wirklich dankbar sein. Mittlerweile bist du so eine tolle, selbstbewusste Frau geworden. Manchmal... Manchmal willst du... Du willst dir mittlerweile die Butter gar nicht mehr vom Brot wehnen lassen. Das ist manchmal ein bisschen... Naja. Hm. Ich habe das Gefühl, du tust dir mittlerweile selbst schwer, auch mal... selbst vor mir was anzunehmen. Oh, glaub mir. Ich hatte ein paar Sachen angenommen. Die Einstrümpfe, die ich vom Suburban mal haben wollte, hattest du damals vergessen. Da habe ich sie mir selber gekauft. Larry, komm. Lass uns damit aufhören. Wirklich. Ich habe das Gefühl, das führt einfach zu nichts. So. Und du machst es mir wirklich schwer gerade. Das tut mir leid. Naja. Ich bin so froh, dass du diesen Bart im Moment hast. Sonst wäre ich wahrscheinlich schon schwach geworden. Kannst du mir den wegmachen. Nein, der muss ganz dringend bleiben. Ach. Naja. Dann werde ich mich die nächsten Tage nicht aussehen. Harry. Ja. Du bist hier drin bei mir. Da wird sich nichts ändern. Nichts. Das gleiche ist bei mir so, Nevi. Ähm. Ich schlafe vielleicht besser doch jetzt. Ja, genau, genau. Ich, ähm. Das wäre irgendwie komisch, oder? Da kann ja dann Brian schlafen. Äh. Ne, den würde ich lieber ermorden. Ich glaube, ich würde lieber Bleichmittel trinken, als mit Brian jemals zusammen zu kommen. YOLO. Harry, du weißt absolut nicht, was... Okay, ja, dann leg dich doch mal hin. Doch, ich weiß, was es heißt, aber... Ich benutze es einfach so gerne. Erinnerungen. Harry. Ich danke dir, dass du... Du warst jeden Tag... Ich habe mir Sorgen gemacht. Das gibt eine Revanche. Stell dich drauf. Ich will keinen Verkehrsunfall haben, Mary. Das meine ich nicht. Habt eine schöne Party und... Na ja. Viel Spaß. Dankeschön. Und du ruhe dich aus, ja? Mach ich. Ich passe auf. Ich passe auf, dass hier nichts abbrennt. Larry, ähm... Ich kann hier nicht weglaufen. Ja. Ja. Ich meine, die Wohnung ist ja erstmal... Gut, groß genug für uns beide. Die Zeit wird es zeigen. Wie gesagt, ich schmeiß dich nicht raus. Es wird die Zeit zeigen und, äh... Ich guck mich um. Sagst du mir Bescheid? Ja. Gute Nacht, Harry. Gute Nacht. Ich muss ja trotzdem dieses... Ich muss das ja trotzdem so weiterspielen. Ich kann jetzt nicht irgendwie einknicken mit ihr. Das geht halt gar nicht. Oh, ist das schwierig. Ach, die beiden Arme tun mir einfach beide so... Boah, die tun mir beide so hart leid, ne? Äh, ja. Äh, ja. Ich, ähm... Ich mach mich jetzt auf den Weg. Haben die noch auf? Ja, die haben noch offen. Und ich hab ein blaues Biene gefunden. Nein! Aber das ist so hellblau. Oh nein. Lila-hellblau. Aber es ist... Es passt besser. Okay, ich hoffe, ich finde da ein Flanellhemd und sowas alles. Was war so furchtbar. Was? Ich hätte fast nämlich geküsst. Ich hab die ganze Zeit überlegt, aber ich hab's ihm nicht getan. Aber ja, ne! Ja! Er ist so furchtbar. Er weint die ganze Zeit. Ja, und? So schrecklich. Er schläft jetzt im anderen Schlafzimmer. Er tut mir so leid. Ich will immer stark bleiben. Ja, und wann zieht er dann aus? Ja, ich hab's mir nicht getraut anzusprechen. Vielleicht will ich's auch insgeheim gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß, aber das sein muss. Und ich hab schon ein bisschen... Ich hab es halt schon so ein bisschen, ähm... Angetriggert. Ist er ausziehend? Ja, ja. Ja, jetzt muss er erstmal halt... Jetzt kann er ja eh nicht laufen und sowas alles. Und sobald er wieder auf dem Bein ist... Hat er aber auch gesagt, dann wird er sich umschauen. Ob ich will also mir Bescheid sagen. Ja. Okay, komm erst mal her. Bis gleich. Bis gleich. Uh! Das ist so heartbreaking, das auch zu spielen, ne? Ganz im Ernst. Tun beide so leid, die Charaktere, ey. Das ist ganz furchtbar. Ähm. Das ist die furchtbare Trennung auf Lappi-Faff. Ne, das haben... Oh, ich darf mal zu einer Tankstelle. Moment mal. Äh... Was ist denn hier nochmal eine Tankstelle? Ich muss in den Süden. Dann kann ich ja hier zur Dingens-Tankstelle. Warte, wo war die denn? Äh, ja, irgendwo hier. Äh, äh. Wille-Soul-Tankstelle. Beste Idee. Frag uns mal, Pan. Findet das jemand traurig und furchtbar? Ich weiß, dass sie alle über Single-Ariane gefreut haben, bis dann Search kam. Das war ja dann so eher so, hm. War aber ein schöner Augenöffner für Ariane. Ich bin tatsächlich wirklich... Ich finde, das passte sehr gut in die Geschichte rein. Wirklich sehr gut. Ja, aber es ist so gut. Es ist so furchtbar. Nein, mir geht's gut, sorry. Ich finde, das ist sehr dramatisch. So. Dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir zu der Soul-Tankstelle fahren. Ja, die müssen auch so... Also grundsätzlich müssen die eine Weile getrennt sein. Also wirklich so richtig getrennt. Weil es ist so mega eingeschlafen alles. Und reden immer aneinander... Hilfe. Aneinander vorbei. Und ja, und wie gesagt, das ist einfach immer nur... Es ist so ein Abfrühstücken eines... Ja, es ist halt... Es kam gar nichts Neues irgendwie. Es war halt langweilig. So. Deswegen, hm. Mal gucken, was da... Was da noch kommt. Es hat immer irgendwie was Neues passiert. Eine Zeit lang ist ja okay, aber ansonsten muss dann immer doch irgendwas Neues passieren. Wisst ihr, wie ich mein? So, wo ist denn jetzt die Tankstelle? Little Soul. Gucken wir nochmal. Äh... Oh, meine Nase, Mist. Oh, mein Gott. Das ist die, glaube ich. Darian und Napier-Shipping. Oh mein Gott, hör auf. So, hier oben ist sie. Oder? War die nicht hier oben? Oder war die unten? Hä? Oh, die war da unten. Sieht keiner, sieht keiner, sieht keiner, sieht keiner, sieht keiner, sieht Scheiße. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Dankeschön, dankeschön. Ja, das Kind macht es einem wirklich nicht leicht, ne? Ich glaube, Larry wird kurz im Ariane-Camp, bereits so zwei, drei Stream-Tage, und ich denke, da wird sich das auch widerlegen. So. Oh. So. Wo ist denn hier? Oh, shit, wo war das? Ich mach mal hier und wo raus, glaube ich. Da mal ab in die Saus. In die Sau seit. Sie will natürlich Larry trotzdem nah bei sich haben, deswegen hat sie auch das mit den Wohnungen angesprochen, damit er halt dahin zieht. Oh, guck mal, da hätte ich auch was gehabt. Na, egal. Damit er halt in die Wohnungen zieht, die ja auch nicht weit weg von Ariane dann sind. Und weit weg von den anderen auch nicht. Und vor allem wirklich nah am PD, die Sau seit. Die Sau seit heute, ey. Hier. Los Santos. Let's go. So, ich überseh das immer. Jetzt muss ich echt mal gucken. Ich überseh den Thrift Shop immer. Hier ist der nicht. Hier ist er auch nicht. Jetzt wird's der nochmal. Wollen wir mal kurz weiter. Ähm. Ist das hier richtig? Nein, ich glaube, ich sollte nicht hier durchfahren. Das ist doch das, wo ich nicht durchfahren soll, oder? Oh. 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 Hallo, Max? Ist das schon losgefahren? Wo ist das? Ich bin's schon wieder nicht. Ich wusste, dass du's nicht wusst. Weißt, wo's ist. Warte, ich bin hier grad in der Strawberry Avenue. Das war doch in der Strawberry Avenue. Ähm. Ja. Wenn du die Strawberry Avenue zur großen Kreuzung hochfällst. Ja. Warte, ich komm mal. Ist da eine Haltestelle in der Nähe? Oder genau, wie David sagt, wenn du auf der Karte des MD nach unten fährst. Warte, warte, warte. Ich bin hier grad bei Unicars. Bei Unicars? Ja, da bin ich grad. Äh. Also, das ist grad bei mir. David sagt, das ist bei mitten im Süden. Guck mal, wenn du auf der Karte bist. Ja. Äh, MD. Warte, warte. Äh, ja. Du fährst komplett nach unten, unter der Brücke vorbei. Ja. Äh, und dann... Irgendwann kommst du zu so einer Kreuzung, wo man nach links abbiegen kann, oder gerade aus, und dann zu noch einer größeren Kreuzung. Ja. Ja. Ich fahr mal da vorne bis zur... Ich fahr mal bis unter die Brücke. Vielleicht seh ich da ja schon was. Nee, das ist schon zu weit. Äh, okay. Ich fahr jetzt einfach mal gerade zurück, weil ich glaub, ich bin schon vorbei, wenn ich hier bei Unicars bin. Warte mal, warte mal. Ich glaub... Ich... Ich guck mal eben. Ich kann mir das... Deshalb will ich das Einzige, was ich mir absolut nicht merken kann. Ich möchte mich hier dann nach vorne. Vielleicht sieht sie uns. Warte mal, ich bin hier beim Unicorn. Ich bin beim Unicorn. Ich seh euch. Ja, beim Unicorn. Oh, warte, ich geh mal hier. Äh... Nee, ich bin da, ich bin da. Ich bin hier. Bis gleich. Was? David! Arianen! So. Ich bin mega ein Verwirrten heute. W-was? Ich bin ein Verwirrten. Ich pass mich jetzt an. Äh... Boah, der Sound passt dazu. Nach dem Satz passt der Sound dazu. Scheiße, okay. Dann geh ich mal. Vielleicht find ich ja so ein Flanell-Ding für Frauen oder so. Ist ja ganz cool. Wow. Ich geh kurz in 5.87 was kaufen. Okay, hüpf mal oder so. Schreck dich mal. Ja. Ja. So, das war... Das wird jetzt aber wirklich doch ein bisschen schwieriger, oder? Also, ich hab die ganze Zeit nur dieses Karierte im Kopf tatsächlich nicht. Also, David wird jetzt auf jeden Fall Mech spielen. Und hat der denn da schon was? Der hat alles. Jetzt, der hat die Jacke, die Grau und ein pinkes Unterteil. Also, so ganz, ganz leicht pink leider nur. Äh... Hose und Schuhe. Okay, geil. Was hast du jetzt? Ein rotes kariertes Hemd. So eins, das ich offen tragen kann. Ansonsten müsste ich wirklich ein blaues nehmen. Oh mein Gott, das ist jetzt furchtbar. Oh. 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 6, guck mal. Wenn man das jetzt noch aufmachen könnte, ne? Ja, geht leider nicht. Aber der Reißverschluss ist leider genäht. Ja, das ist echt, also das ist ja echt ein Ding einfach. Er hat denn sowas Design? Ich weiß ja, wieso ich so will, denn hier bin ich. Dann müsste ich wohl das nehmen, was du meintest mit diesem Blauen. Du hast ja sowas Blaues, meintest du mir. Ja. Ja, weil hier werde ich nicht so fündig. Nope, hier werde ich nicht fündig. Ich guck mal ganz kurz auf mein Handy. Das müsste tatsächlich... Also ich würde es schon gerne in Rot haben. So ein Oberteil ist halt... Hast du das auch gewinnt, Schatz? Ja. Das mit dem Blauen, da hat sie so ein Rötliches drunter. So was Ähnliches habe ich zu Hause. Aber wirklich nur so was Ähnliches. Ähm... Ansonsten ein normales weißes T-Shirt und halt dieses Karierte, Mann. Oh, guck mal, was... Oh, oh! Haben die das doch in Rot? Wie heißt das? Schau grad. Ah, die ist beim... Äh... Kreuzkarohemd. Aber nicht alle lassen sich öffnen. Oh, das Blaue? Oh, ne, das lässt sich nicht öffnen. Ne. Oh, das brauche ich unbedingt in Rot. Aber in Blau ist auch gut. Ich glaube, ich muss zum Binkos nochmal. Unbedingt. Ich glaube, ich kaufe mir das nochmal in Blau. Mach das mal. Äh, ich kaufe mir das so, wo man nicht ist. Ach, ich bin so im Dickkopf. Ich will unbedingt die rote Version haben. Oh, sie müsste ich auch noch gucken. Dann müsste ich eine Kaputte nehmen wieder. Das Blaue, was sie anhat, ist ja auch kariert. Ähm... Es lässt sich aber nicht öffnen. Nein, mach mich nicht fertig. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Oh, Mann. Nein, bitte. Ich meine, ich kann es doch... Soll ich es halt trotzdem nehmen? Das Rote meinst du? Ja, ich weiß nicht. Aber das wirst du da... Oh, Mann. Oh, das Blaue gefällt mir auch so gut. Oh, und das Blaue lässt sich das auch öffnen? Ja. Wie heißen die nochmal? Ähm... Karohemd am Ende. Okay, ich sehe das hier gar nicht. Ähm... Relativ mittig. Okay. Ja. Ich kann. Karohemd, Sekunde. Ähm... Scheiße. Äh, schade, dass ich das nicht öffnen lässt. Da hängt mir ja die halbe Titte raus. Mann, ich brauche das in Rot unbedingt. Das ist eigentlich egal, wenn das da raushängt. Wirklich. Wenn ich da jetzt irgendwie ein weißes T-Shirt drunter hätte... Okay, merkst du, wir müssen zum Binkos. Es ist ganz dringend, wirklich. Und da können wir auch David gleich einkleiden. Oh, David hat doch schon alles. Oh. Okay, dann will ich nur... Dann muss ich nochmal in diese Kiste gleich gucken. Okay. Ja, mit dem bin ich zufrieden, auf jeden Fall. Kauf mir nochmal. Okay. Willst du die kurz für mich bezahlen? Äh, ich habe 48 Dollar. Ich gebe dir das Geld. Äh... Okay, warum bezahlst du die nicht? Einfach so! Nee, boah, du bist so introvert, ne? Ich bin das auch. Ich will auch nicht... Scheiße! Moment, meine Stimme! Achso. Oh, äh... Hallo! 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 Hey! Ich hätte einmal zwei Hemden. Wen, wen gebe ich dir am besten? Am besten ihm geben. Er macht Kasse. Okay, gut. Sekunde. Einmal. Mhm. Und zweimal. Ist klar. Mal kurz. Mhm. Ach, guck mal, Max, hast du schon geguckt hier? Weiter unten im Regal? Ja, da sind aber Männer. Äh, bin ich. Achso. Sind wir bei 40 Dollar insgesamt. 40 Dollar? Oh, das ist ja... Okay, Moment. Ja, bitte schön. Ich danke Ihnen. Einmal... ...beine Hemden für Sie. Und... Andere Frage, wollen Sie eine Kundenkarte haben bei uns? Oh ja, sehr gerne. Alles klar, dann brauche ich einmal Ihren Ausweis. Ja. Und danach Ihre Telefonnummer und dann schreibe ich Ihnen die Kundenkarte. Okay, super. Du musst den Leuten auch erklären, was wir davon haben, Mann. Ach, ich hab... Ich... Ich mag Kundenkarten generell. Ich hab auch überall hier eine. Also nach 5 Stempeln gibt's 10% und nach 10 Stempeln 20% auf den Einkauf. Aber wisst ihr was? Ich will einfach nur die Kundenkarte haben. Ich geb mir immer Trinkgeld und so. Eigentlich ist es mir egal. Ich will nur die Kundenkarte. Ich hab irgendwie so ein Cable für. Okay. Ist ganz schlimm. Nee, ach, ihr nehmt so viel für die... So wenig für die Klamotten. Also da will ich jetzt wirklich nicht. Ist schon in Ordnung. Klar, dann hab ich... Dann brauche ich noch einmal die Telefonnummer. Ja, das ist die 5 und 5. Mhm. 6, 6, 6. Yes. 9, 9. Okay. Und nochmal die 6. Und bei uns kann man Gutscheine kaufen zum Shoppen, zum Verschenken. Ja, das müsste ich wirklich mal machen. Mächtest du, was müssen wir wirklich mal machen? Kundenkarte? Das ist halt einfach voll die Schatzkiste hier. Ja. Ich bin immer noch happy bei meiner Stripper-Maske. So. Oh, super. Vielen, vielen Dank. Und ja, dann wünsche ich noch einen schönen Feierabend. Und bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Aber ihr arbeitet nicht mit dem Unicorn, alright? Tschüssi. Tschüssi. Was ist das gehört? Der hat gefragt, ob wir im Unicorn arbeiten, der eine Tüte in der Kasse malz wollte. Wollte ich schnell weg. Ja. Oh Gott, sehe ich so aus. Obwohl, eigentlich sehe ich doch dann gut aus. Und neue Frisur. Gib mir meine Hämten, warte mal. Bitte was? Achso, ja. Ja, guck mal, ich bin heute so verwirrt. Ich fühl mich als der dich gekifft, hab ich aber nicht, David. Wann gibt's dir mal wieder was? Heute. Ich kaufe es dir ab. Ich schenken. Dankeschön. Nein, musst du nicht, David, wirklich. Dankeschön. So, und jetzt mach ich dir einen Rachel-Move. Äh, Chloe-Move. Was? Dann rein da! Wo fahren wir hin? Äh, Suburban. Okay, ich fahr mit meinem Auton. Oh. Dein Auton. Ich fahr mit dem. Suburban? Ich wollte zum Binko's. Max? Von allen. Äh, Arian ruft auf Max. Äh, zum Binko's wollte ich. Den weißt du wieso nicht, wo den ist. Also zehn Jahre werden wir brauchen, um den Baum da anzukommen. Ich höre das. Oh, jetzt hab ich sogar meine eigene Stimme nicht verstellt. für den Ohr, Entschuldigung. Ich meine, Ohr. So. Ich muss mich echt auf die Straße konzentrieren. Ich fahr wie ein Assi mittlerweile. Ihr habt da gehört, was heute passiert ist, ne? So schnell kann es gehen. Also hat die Spielerin von Frau Connets wirklich zwei echte Welpen, oder wie kann man sich das vorstellen? Weil die Ausrede kam so random irgendwie. Ich würde zwar feiern, wenn die wirklich zwei Welpen hätte und die das gewesen wären. Wow, da kann man ja schon mal klatschen. Hä? Was? Wow. Kann man echt schon mal klatschen? Warum? Erstens. Und was sind wir kerieren gefunden innerhalb von zwei Minuten? Fünf, zehn. David? Wollt sie auf die Fresse? Willst du einen Joint oder nicht? Gut. Rachel, beruhig dich, sonst stirbst du noch einen weiteren Mann. David, das geht gar nicht. David, Spoiler! Du Arsch! Mensch, will sowas nicht? Willst du mal Platz dafür? Na ja. Ist ganz schön frech heute. Ähm... Oh, ich muss mal eins fliegen. Ich finde den Baufrein echt schön, ich weiß nicht. Ich muss den öfter tragen. Hab ich schon ganz vergessen. Er ist mir grad wieder aufgefallen. Ich muss einfach mit dir so weiter. Ich muss mal grad hier... Nein, ich muss mal grad ein bisschen schreien. Boah, boah. Alles gut. So, kariert also. Ist da nichts Neues. Ich fühl's aber auch. Boah, so ist's voll schönen. Was ist denn weiß? Ähm... Okay. Ich guck jetzt erstmal wegen einem karierten Hemd. Ich geh Geld ab. Okay. Max, hattest du da gerade... Da. Wir können dir aufmachen. Rotes. Blaues. Ich glaub, das kann man sogar aufmachen. Kauf die schnell. Ach, selbst wenn nicht und... Oh, ich hab gar nicht mehr genug Geld. Lieb direkt 300 Dollar ab. Sind sie verblühter. Ich hasse na, dann versuch du mal. Oh Mann, David, ich wollte gerade einen Raubüberfall machen. Boah, dann solltest du ihn lieber in Zukunft lassen. Oh, nein. Mhm. David, ich gucke. Geht denn auch nicht? Nein. Äh, wo ist ja der nächste Automaten? Da vorne am Stadtpark. Ähm... Machen wir einen Marathon? Ich kann nicht. Guck mal, meine... Was sieht denn aus? Sekunde. Deine Füßen sind sowieso dreckig. Warte, ich hab andere Schuhe bei. Jetzt kann ich. Okay. Und, let's go. Okay. Ich hab andere Schuhe bei. Du bist außer Betrieb. Wieso habe ich jetzt wieder so viel Geld? Warte mal, ist deine nicht außer Betrieb? Nein. Verarsch du mich? Nein, geht. Schau mal. Hä? Okay. Sollte man wieder Miete überweisen? Den geht auch. Okay. Nichts Problem. Hä? Bei mir ist der gerade außer Betrieb, ich schwöre es. So. Okay. Weiter gehts. Und los. Ja, ich kann nicht. Ja, diesen Po habe ich nicht von allein. Ich bin schon Opfer gerannt in meinem Leben. Ich fühle mich wie Max und Chloe, als sie zu den Müllhölten gerannt sind und das ausgegrabt haben. Nein, das ist so furchtbar. Ich hasse dich. Das sind auch alle. Ich finde es so gut, dass du mitmachst. Kein Problem. Ich meine Chloe. Oh, und danke Chloe. Ja, hallo Herr Weiß. So Frau Barnes, wir hatten nämlich heute eine Beförderungszeremonie. Das ist seit Ewigkeiten geplant. Was ist jetzt los? Also, Frau Collins geht es soweit gut. Sie war ansprechbar. Sie muss auf jeden Fall noch im Krankenhaus bleiben. Die kann nicht arbeiten. Genau, die kann nicht arbeiten. Vielleicht gehen sie mal so Dienstag besuchen oder so. Ja, ich habe gerade versucht sie zu erreichen, aber sie geht nicht ans Telefon. Ja, sie ist schlafen gegangen. Also es war schon ziemlich heftig. Hat er auch Schmerzmittel und sowas alles. Weißt du mal, wer den Unfall verursacht hat? Ähm, tatsächlich war sie die Unfallverursacherin, weil sie abgelenkt war, weil zwei Welten, nämlich zwei, ich glaube, der Martina Welten über die Straße gelaufen sind und sie dann ausgewichen ist. Okay, ja gut. In der Labrador Welten, Entschuldigung, ich glaube, das war ein Labrador Welten, ich weiß es nicht. Und dadurch war sie sehr abgelenkt, ja. Ja gut, Gamble, gehen Sie jetzt in den Feierabend? Nee, äh, Frau Barnes, wo sind Sie denn? Äh, also jetzt bin ich wirklich gleich im Laden. Oben im Salon. Okay, alles klar. Ja, dann hat sich das. Danke, ja? Okay, tschüss. So, jetzt aber. So. Müsste ich noch mal gucken, wie in den Unterteil war. Was wollte er jetzt? Äh, er wollte fragen wegen Frau Collins, weil er konnte, ähm, er war in einem Einsatz, deswegen konnte er da nicht nachfragen, hat gefragt, wie es ihr geht, wie der aktuelle Stand ist und so. So. Okay. Boah, bitte lass dich öffnen. Ach, scheiße. Sekunden. Guckt jemand? Nee, nee. Reicht sich trotzdem los. Nein, nein. Ja, David, du hast ja schon so viel gesehen. Ah, ha, 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 ha. Ja. Oh, 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 oh. Äh, ähnlich. Kannst du was runter anziehen? Ja, David. Ja, David. Ja, das ist ein weißes, warte mal, ich hoffe, dass es funktioniert. Unterhemd, weil... Das ist gut. Ja, ne? Und das müsste auch darunter passen. Warte mal, ich guck mal, ob es das noch ein bisschen enger gibt, ja? Mhm. Oder vielleicht sogar ein bisschen mit Muster oder so. Ja, das wäre natürlich das geilste. Warte mal, ich guck mal, die haben nämlich hier ja so T-Shirts. Manche sind auch bemustert. Warte ich jetzt mal schauen. Ja. Hast du eigentlich so eine leicht zerrissene schwarze Jeans? Ne, leider nicht, aber guck ich gleich nochmal hier drüben. Dann schau ich schon mal. Ah, was ist denn? Was ist denn zerrissene Jeans? Äh, weiß ich gar nicht mehr. Ach, von hier, warte mal von hier. So. Ihr müsst eigentlich auch in schwarz gehen. Oh, das hier. Warte mal. Nee. Scheiße, nein. Scheißen Dreck. Ich würde es sagen gefühlt. Warte. Ja, genau so eine wie ich. Tag gibt's auch in schwarz. Okay, perfekt. Oh. Das können wir uns merken. Schulterfrei ist top. Aber das geht, glaube ich. Wir nehmen das schulterfreie top, glaube ich. Ja. Und dann nöcheln passende Jeans. So. Schulterfreie top. Ah, ich würde natürlich auch gerne so ein weißes mit. Ähm. Druck wäre natürlich am geilsten. Aber das gibt es hier auf jeden Fall. So wie es aussieht nicht. Nein. Hier vielleicht. Aber das ist nicht. Hier hat einen schwarz-weißen Druck so drauf. Warte mal. Bisschen mal hier gucken. Da. Ja. Schwarz-weißen Druck hat's hier vorne drauf. Muss ja nicht genauso sein. Also das geht ja eh nicht. Aber es muss, äh, einfach nur aus dem schwarz-weißen Druck vorne drauf ist. Das sind sehr coole T-Shirts, ja. Wir müssen echt mal irgendwann hin. Ah. Monkeys. Ah. Der Cowboy-Schuh. Sad. It is so sad. Oh man. Heartbreaking. Das ist ja alles mit, äh, Ariane Skinner-Erinnerung verbunden. Alles. Ja, vielleicht. Okay. Okay, dann. Hab's sofort. Ich, ich hab schon was. Ich, äh, kauf mir das jetzt. Aber passt denn dann auch gut zu diesen, ähm, karierten da? Ja, müsste eigentlich. Okay. Müsste. Äh, was? Erschreckt euch nicht, okay? Nur ganz, ganz kurz. Okay. Oh. Ach du Scheiße. Zieh nur die Hose. Nein. Oh nein. Oh nein. Oh. Oh, hör auf, wie ich meine. Bitte. Oh nein. Du, 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 du. Ach ja, ne schwarze, ne? Warte mal, da könnte ich aber, die müsste ja nicht zwingend zerrissen sein, aber. Ja, die schwarze gibt es aber zerrissen im, äh, Suburban, ne? Die gibt's aber auch hier genauso an wie ich trage. Echt? Ach so, ne. Ich find die passt eigentlich. Okay, warte. Also meinst du fetter Arsch. Bei dir nicht, ja. Bei mir. Ja gut, da ist doch ein Hemd drüber. Wie ist mein Arsch so wichtig, weißt du? Ah, hier, die hier? Ja, genau. Da ist ich toller. Ja, okay. Ganz schwarz ist das nicht, aber es würde passen, ja? Sekunde. Ich würde das dann mal, ich würde mich mal ganz kurz umziehen. Oh, ich fühl das alles so. Ich bin ready, oh mein Gott. Warte, wir müssen unbedingt... Ich kenn gar nichts anderes. Oh mein Gott, das ist so perfekt. Wir müssen Fotos machen unbedingt. Ja. Okay, David braucht ne andere Frisur. Und Hosen und Schuhen hab ich zu Hause. Das ist super. Da fahren wir erst mal zu dem nach Hause. Fee? Wo bist du gerade? Sag mir, wo bist du gerade? Äh, ich bin grad, ähm, äh, in der Stadt beim alten Emdi. Ja? Beim alten Emdi, wir kommen mal kurz vorbei, ja? Ey, wo bist du denn? Wir kommen kurz vorbei, wir sind bei Binko. Ja, ich bin, ich bin grad am Paaren. Wo, wo bei Binko? Äh, Binko ist beim, beim, äh, PD, das so braun ist. Äh, wir fahren aber erst mal zu David, dass er sich da auch umziehen kann. Okay, ich bin auf dem Weg. Warte mit deinem Auto. Okay, warte. Sie ist, sie ist jetzt schon auf dem Weg, also sie ist ja gerade in der Nähe. Mach das Lied an, wenn sie kommt. Komm her. Ja, okay. Oh, wir laufen, wir machen das, wir klauen das jetzt von, von David und Frau Collins. Wir laufen auf, ne, warte mal, wir machen, wir machen eine Pose. Oh mein Gott. Was ist denn für eine Pose? Ich weiß welchen. Du musst tot auf den Boden legen und Chloe nehmen bei, wie den Verzweifelter sitzt. Oh mein Gott. Soll ich das machen? Dann spielst du den Lied Mountains ab. Okay, warte. Ja, mach das bitte. Warte, warte, warte mal, meinte ihr Fee, kennt das? Nicht das da, was grad von Karim? Mountains, den Traurigen da. Okay, Sekunde. And we could run away. Oh Gott, ich glaub, ich schau, ich glaub sie. For the light of day. Oh stimmt, wie kennst du das? The mountains say, the mountains say, setz dich verzweifelt hin, Max. Äh, Chloe. Äh, äh, wie noch immer. Und spiel, oh mein Gott. Oh Mann! Magnus Hielo! wer war komisch! Oh Mensch! Ich glaub ich bin im Hielo! Ich glaub ich bin im Hielo! Das war es. Wir sind ein Regretory-Animal. Guck, David ist noch nicht fertig, aber David macht euch, Mac. Was ist das denn? Wie sieht das denn aus? Was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Halloween! Oh mein Gott! Ich schaue es. Entschuldige. Warte, warte, warte. Oh mein Gott. Ich brauche kurze braune Haare, ein Reh-Shirt. David ist schon Max. Reh-Shirt gibt es nicht. Und du bist Max? Nee, er ist noch nicht fertig. Wer könnte denn Fee sein? Es gibt so viele. Victoria Price. Ich bin, wie heißt der? Der alten Lehrerin. Hier. Der Lehrer. Oh mein Gott, das ist richtig geil. Als Max hat heute das Oberteil sich geholt. Das sind eins der neuen Oberteile im Up-to-Date. Ich habe heute auf dem Weg hierher fast einen Unfall gebaut, weil ich so schnell gefahren bin. Auf jeden Fall, apropos Unfall bauen. Ah, ich muss aufs Klo. Scheiße. Was du jetzt mitbekommen hast, ihr geht es unständlich entsprechend. Sie muss jetzt ein bisschen im MD bleiben. Habt ihr eine Information bekommen? Ja, weil... Wie ist das passiert? Ja, nun, das ist ja ein komischer Zufall. Ich war da nicht dabei, aber zwei andere Personen. Okay. Also, ich wollte links abbiegen und Isabelle wollte uns von links überholen und dann ist den reingeknallt, als ich abgebiegt bin. Und witzigerweise haben wir sie davor zum Motorrad gebracht und zu ihr gesagt, komm gut nach Hause. Ach du Scheiße, ich gebe auch was mitbekommen. Wir könnten Kate sein. Den Christlöschen. Oh, stimmt auch. Die andere Kate könnte Kate sein tatsächlich voll. Oh, stimmt. Wirklich. Ja. Sie ist so ein bisschen so... Und dieser Messi-Bander wird so gut passend zur Frisur. Wisst ihr, wie... Honey sehe ich so krass als Victoria. Die könnte das hundertprozentig voll gut spielen. Uuuuh. Aber Adi... Und Barbara als den Mutter von Chloe. Ja. Aber wie... Ciao und ciao. Äh... Oh Gott, wie ist die noch mal? Ich komme jetzt von der Talente wieder. Ciao. Ich mache nur nicht. So was... Soll uns mein Auto einschließen? Ich habe jetzt nicht mehr gepackt. Ah ne. Ach, wie sucht er. Ich gucke gerade in den Spiegel. Sie hat sich so bedrohlich an. Äh... Aber alles cool. Ich meine hier gar nicht so. Ach, keine Strößen. Wird mich das Schicksal ereilen, das den Charakter ereilte, den ich spiele. Wird Max, Chloe, das Schicksal ereilen? Ja. Ja. Das den Charakter ereilte, den sie spielt. Bleiben sie dran bei Episode 3. Ui. In ungefähr 8 Monaten. Ui. Oh Gott, ja. Bis dahin haben sie wirklich alles vergessen. Oh, genau. Schrecklich. Oh, Leute, ey. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich mit Larry machen soll. Oh, war das furchtbar. Oh, war das furchtbar. Wirklichen vielleicht. Weiß ich nicht. Jetzt sogar versuche ich mit der Freundin von Nico, äh, eifersinnig zu machen. Was siehst du? Da hat er sich wohl geschnitten. Weil da wusste ich ja schon, ne? Ich wusste ja wahrscheinlich. Was siehst du? Na ja. Er war wirklich süß. Wach. Er hat gesagt, dass ich so geworden bin, dass ich wohl keinen anderen Dickkopf mehr, den mir dulde. Weil ich heute wohl in nichts irgendwie eingeklemmt bin. Guten Morgen. Fee, du geile. Guten Morgen. Mein zukünftiger Mr. Jefferson. Dann werden wir mal loslegen, ne? Genau. Oh. Also. Ich fand der nicht cool und so, ne? Aber der war schon. Der sah richtig geil aus. Oh mein Gott, was ist der mit euch? Fee. Der sah richtig geil aus, meine Güte. Was? Ja. Hey, oder auch. Ja. Hallo. Weißt du, Ariane, ich hab auch mal Rachel und so, ne? Das ist, äh. Ich sah mal aus wie du. Was? Achso. Du sahst mal aus wie ich? Mhm. Da war so ein Event. Und auf diesem Event war ich. Und da hab ich mich so verkleidet. Nein, wirklich? Mhm. Okay, das ist ja cool. Mhm. Ich sah richtig, richtig authentisch aus. Fee, hast du einen Grau... Warte mal ganz kurz. Ich muss mal kurz nur was menschern. Sekunde. Nein, ich werde Jefferson nicht cosplayen. Okay, wie wärs dann mit, äh, mit der unschuldigen Kate? Unschuldige Kate, so seh ich aus, ja. Wen, wen könntest ihr dann, dann vielleicht die, äh, böse Victoria? Ja, böse war der ja auch nicht wirklich. Missverständlich. Die war voll die Mauberin. Ah, die war voll die Mauberin. Okay, wie wäre es mit, hm... Im zweiten Teil gab's nur Kacke. Moment. Bitte kann ich spoil zum dritten Teil, danke. Okay. Ditto. Ja. Ja, ihr habt ja auch gar keine Zeit. Ihr müsst hier mal, äh, reingucken in die Serie. Ich muss... Mhm. Ich, ich, ich hab das daraus liegen. Hast du, ähm, David? Hast du da schon mal... Okay, gut, ja. Woher? Ich hab keine Zeit für sowas, ich muss... Ah, da was denn. David, ähm, ich, weil, ähm... David könnte perfekt, also wirklich in Perfektion... Oh! Ein Charakter aus... Oh! ...Light of Strange 3. Ich glaub, ich weiß, den du meinst sogar. Ja. Oh, den fand ich ganz toll, tatsächlich. Ähm, boah, bin ich froh, dass ich... Ja, okay, alles klar. Ja, ja, ja. Das klingt jetzt so gut. Deine Augen sind aus so lieb und süßen. Oh mein Gott. Das klipp aus. Das ist eigentlich gut, oder? Das stimmt. Ja, 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 ja. Ich hab Hunger, hat jemand was zu essen? Ja. Ja. Ich hab Hunger, hat jemand was zu essen? Ich würde es nun annehmen. Oh, dankeschön. Oh, lecker. Ich geh mal kurz ran, Frieza. Okay. Mach den. Ich pack noch kurz was zu machen. Ich pack noch kurz was zu machen. Morgen Style Hallöchen. Wie geil sieht das alles bitte? Oh, ich hätte gern Fae auch noch dabei. Und das ist... Oh, das ist alles so cool. Fae wird von außen her sogar zum Max passen. Aber das ist jetzt halt schon David. Und das find ich super lustig, dass David das macht. Ach so. Oh, die Frisur passt auch echt gut. Wir haben dann dieses Geflochtene. Das ist ein bisschen doof, aber an sich passt die Frisur halt voll gut. Ja, Ryan, ne? Ja, ey, und es gibt ja auch dieses blaue Shirt hier für Männer. Ich muss weg! Bis dann! Bis dann! Boah! Bist du sicher, dass du nicht Jefferson bist? Oder Victoria? Ich glaube schon. Sie ist Victoria. Ja, doch. Nein, Viktorin. Gut, wir fahren jetzt zu David nach Hause. Ich fahr nur bei Winter, weil ich muss nicht ausstemmen. Weil ich hab wieder vier Stunden sehr fleißig gearbeitet, wie ihr sehen könnt. Genau, und ich darf nicht mehr als vier Stunden arbeiten, laut Vertrag, aber ich bin schon über vier Stunden, deswegen muss ich jetzt schnell machen und mich aufstemmen. Okay, alles klar, ich schau euch nicht her. Bis gleich. Marian weiß sowieso nicht, wie man dahin kommt, Max, deswegen. Ich führte sie. Vergiss mir jetzt, Davi. Schnell, ich war grad tanken. Ich hab jetzt richtig Heißbiet drauf. Das ist direkt über die Ariane. Wir werden schneller da sein. Ich mach einen Trick. Ich fahr über die durchgezogenen Linie. Na, wo seid ihr denn, Polizisten? Ich dachte, sie war nicht. Nee, ich war grad eben da. Hast du überhaupt noch einen aktuellen Verbandskasten? Ja, hab ich tatsächlich. Hast du mir ja gegeben. Vielen Dank übrigens nochmal dafür. Ah, David hatte keinen Verbandskasten. Ich hab mir grad eben einen für meinen Motorrad gekauft und dann hab ich ihm den gegeben, bevor jemand nachfragt. Oh Mann, du bist voll lieb. Ah, ich freu mich so, dass es jetzt die noch in Rot gab. Ja. Das ist so cool. Ich bin so happy. Das Foto wird auch nice. Merkst du, ich bin um eine Sache gerade wirklich sehr froh. Ach so? Ich bin froh, dass Larry diesen Schnäuze hat, weil er sah heute in den Klamotten eigentlich gut aus und dann hat er sich ungedreht und er hat diese komische Muschi-Bremse angehabt. Das hat's gleich gerettet. Aber wieso hat er geheult? Weil ich so böse bin, weil ich mich von ihm getrennt habe. Das ist dann nicht böse, das ist dann recht. Und dann hat er gesagt, dass er weiß, dass er halt da irgendwie, dass er das hätte machen sollen mit dem Wertschätzen, weil ich mal hab den zu ihm gesagt, ich hab mich einfach nicht wertgeschätzt gefühlt. Weil er hat erst aufgezählt, was ich alles gemacht hab, aber das weiß ich ja, weil ich bin verdammt süß als Freundin. Nee, aber ich war... Entschuldigung. Aber dann hat er... Es kann sogar so ein bisschen einsehen, ich hab mir jetzt fast verstanden. Aber es ist so spät. Es ist so spät einfach. War das nicht beim ersten großen Streit genauso? Am Stund? Nee. Dass er es dann eingesehen hat, und dann aber doch nicht? Nee, da hat er einen richtig dicken Kopf gehabt. Also er hat gesagt, so, ja, hier, ich werde versuchen, daran zu arbeiten. Ach, Larry ist einfach Larry. Der Mann, der nicht so lange stehen ist, in tausend Gesprächen erstmal führt. Aber heute... Ach, scheiße, das tat mir echt von Leid. Der hat gesagt, er wird auf jeden Fall um mich kämpfen. Und das war nicht sogar süß, und ich hasse mich dafür, dass du süß warst, weil ich will mein Leben weitermachen. Äh, warum will er kämpfen? Du hast Schluss gemacht, was will er denn noch machen? Ich weiß es nicht, aber ich bin standhaft geblieben. Das ist bei ihm echt schwer. Ähm, wo wollten wir nochmal hin? Zu David? Zu David, aber park hier, dann können wir mit einem Auto fahren. Nee, ach, er wollte ja zu Venture, aber dann sind wir ja schneller bei ihm da. Wuhuuh. Geil. Okay. Wir sind so cool aus. Wir sind wieder aufsteigend, ne? Ja, aber wir sind doch so verdammt cool aus. Einfach. Ich fühle es so hart. Wir müssen gleich in Davids Wohnung ein kleines Fotoshooting oder so machen. Ja, unbedingt. Ich würde gleich bei David kurz auf Toilette gehen. Okay. Lass die Kette mal im Auto. Irgendwie habe ich dir heute echt besonders Angst. Wir sind ja bis jetzt noch nicht an den Hotspots unterwegs. Ich habe natürlich ein bisschen Angst. Ich habe immer irgendwie Angst, dass wir im Laden mal überfallen werden, aber das erste, was ich dann mache, ist, ob wir mich auf den Boden legen. Und... Das ist tatsächlich auch meine Angst. Das hat wirklich die Kette auch stehen lassen. Ja, stell dir vor, da kommt jemand mit Waffen rein und maskiert. Alter, ich würde mich so einschleißen. Ja, das ist ja sie noch passiert. Ja, boah, das tut mir auch voll leid. Ey, die sitzen jetzt ein paar Tage in der Heimat, meinte er. Du warst ja dabei heute mit Santi. Ja, ich habe mich ein bisschen mit Santi unterhalten. Der wollte dann vorbeikommen, wenn wir den Laden öffnen. Dann haben wir jetzt doch Outfits. Aber der ist... Ist der ja noch fach? Ich weiß es nicht. Ne, der wollte vorbeikommen, wenn wir eine Party finden, aber wir haben ja keine. Ich habe zu ihm gemeint, wir öffnen den Salon. Der wollte dann vorbeikommen. Oh, meine Güte. Müssen wir jetzt in deinen Kofferraum steigen. Rachel auf jeden Fall. So, und schon ein paar Klamotten mit. Ich gehe da mal rein, ne? Okay. Ich sehe dich dann unter der Erde. Einen schönen Müllsack. Wo ist Barbara heute eigentlich? Äh, keine Ahnung. Ich glaube, man hat keine Lust auf uns. Na ja, selbst schuld. Barbara hätte auch jemanden machen können. Aber ich hätte die Levin machen können. Oder die Mutter. Den Obdachlosen von den Dinach. David, das ist gemeint. Wieso? Das glaube ich immer nicht. Also, ich finde ihn identisch. Da habe ich da mal so viel reininterpretiert einfach. Ich auch. Ich auch. So ein Zukunfts-Max von 100 Jahren oder so. David, komm her. Ich muss einmal ganz kurz. Das ist wirklich ganz wichtig. Guten Tag. Ich hatte zwei Fragen. Also, eigentlich habe ich drei Fragen. Ich glaube, ich gebe mir einen High-Five. Ariane, warte kurz. Komm mal kurz her, Ariane. Sekunde, eine Sekunde. Das muss sein. Oh, ja. Okay. Oh, meine... Äh. Nein. Jetzt. Sehr schön. Sehr schön. Cool. Hallo. Ich hätte eine Frage. Ja? Leg dich mal hin, Ariane. Okay. Oh, nein. Wollte jetzt keinen ganzen Show noch ziehen, oder? Sekunde, ich muss kurz in mich gehen. Okay. Äh. Kommt Ihnen die Stelle bekannt vor? Ja. Sehr schön. Oh, Sie sind ein Frau von Kultur. Ja. Tatsächlich kommt mir die Stelle bekannt vor, ja. Sehr schön. Und traurig, meine ich. Ja, sehr traurig. Oh, Sie ist es. Okay. Denn, ähm... Ja, dann machen wir mal unsere Maxi fertig. Darf ich dich jetzt drogieren? Oder noch nicht? Hm? Wir machen dich jetzt fertig. Achso, und stimmt. Da war ja was. Wir sind da. Dankeschön. Bis dann. Kein Problem. Schönen Abend noch. Auch so. Ebenfalls, aber jetzt gehen wir wieder in dieser Durchschnitt, meine Güte. Ich glaube, ihr verstöpftet den Leuten. Welches Wohnung ist es? D. D? Oh, hier ist noch eine Wohnung freigewohnt. Nee, die wird renoviert. Oh. D2. Äh, D1. So, wie ich mich diesmal hingelegt habe, war es sogar noch besser. Kann man das bitte mit ganz vielen Leuten machen? Nee. Du musst doch bitte die Zeit zurückdrehen. Ich liebe es. Oh nein. Oh, das ist so geil. Barbara ruft an. Ja? Oh mein Gott, sie macht das. Oh mein Gott. 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 Wie geht es dich? Oh, dann müssen wir Barbara auch fragen, ob sie es geht. Ich habe nicht verliebt angerufen. Barbara, nein. Ich schicke dich keinen Nudes. Es ist darauf zu fragen. No. Kommst du zu dem Kassenburg? Dann machen wir Friseur auch und wir machen gerade ein Cosplay in allen zusammen. Boah, ich frage noch. Wir machen einfach dann so ein Event, wer die Anspielung kennt, bekommt 20% Rabatt. Ja, wer mir die Gutscheine... Wer die Antwort kennt. Das machen wir im Laden auch einfach bei jedem. Wer die Anspielung kennt, bekommt einen Gutschein von 20%. Ja. Oh mein Gott, Barbara muss einfach Kate machen. Warte mal. Ein grauen Bleistiftrock, ein grauen Blazer und ein weißes... Ich habe einen grauen Bleistiftrock. Blazer hat sie bestimmt. Ja und ich habe... Okay, ich habe einen schwarzen Blazer, aber... Und sie müsste dann noch ein weißes Hemd, das habe ich tatsächlich auch. Geil. Jetzt musst du noch... Oh, der Wiese anrichten. Oh, ich will mich gerade auf die Zehenspitzen stellen und deine Nase küssen, aber die Schuhe lassen es irgendwie nicht zu. Wieso meine Nase? Weiß nicht, weil ich das alles so toll finde, weil ich es pinkeln muss. Oh mein Gott, die sehen den Charakteren so ähnlich. Ich freue mich so, wie es einfach jeder kennt. Jeder von euch sollte übrigens Life is Strange gespielt haben, ne? Wie es einfach... Das war so... Das ist so cool. Ich freue mich so... Boah, ich habe schon wieder voll Bock, Life is Strange 1 und die DLCs alles durchzuspielen, ne? Boah, ist das cool. Ich hoffe, wir machen euch richtig geile Fotos, ey. Heute ist echt geiler LP-Screen. Ja, wir hatten Drama, wir hatten alles dabei, ich freue mich. So, ich habe mir noch auch noch was zu essen und zu trinken. Ja, bis gleich. Warte mal, hattest du den Start dann? Oh. Warte mal, ich muss kurz mal überlegen, ob ich das kratzen würde. Also, wir würden tatsächlich besser passen, aber hast du auch Start dann? Und da haben die Bombs. Äh... Ich brauche jetzt, Moment. Ja, machen wir. Okay, aber auch auswendig, wenn ich die Haare habe. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sturmschaltungen! Sturmschaltungen! Was? Ähm... Ähm... Oh, ich finde das sieht ganz toll, aber irgendwie ist es manchmal so... Weiß nicht, ich hab mich so satt dran gehört! Ist es so schlimm wegen deiner Stelle? Es ist so schlimm, weil... Stelle ist das richtige Wort! Verstehe? Ich hasse mein Leben! Wirklich, ne? Das steht halt gemutet in der YouTube-Ausnahme! Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll! Wohin? Äh, nochmal nach Hause, wenn's geht! Wieso? Weil ich noch immer zur Bilddonner muss und mit meinem eigenen Auto fahren wollte! Weil ich geh doch hier in die Person! Ja, weil ich kann heute nicht so lang! Oh, kannst du dann, ähm... Boah, den wird echt Konsequenzen mormen! Kann ich denn was? Ähm... Kannst du Geralt mitnehmen? Äh, ja, klar! Oder willst du alleine mit dem Auto fahren, damit du selber entscheiden kannst, wenn du gehst? Ja, das war der Grund tatsächlich! Aber wir sind ja dann sowieso noch zu, also zu viert! Also kannst du Geralt endlich mitnehmen, wenn... Ach so, ja stimmt, den könnten wir zur Not jagen! Wohl! Ja, gut, okay! Barbara, dass du auch einfach losgerannt bist, oder? Ja! Das ist, das passiert manchmal, wie in Trance bin ich dann, und ich bin richtig flott unterwegs, habt ihr gemerkt, ne? Ja, das ist, wenn man so rum in dem Hintergrund hat, eigentlich! Ja! So, man! Oh, wer hat denn da so gut geparkt? Du! Dankeschön! Ähm... Dann treffen wir uns gleich bei, äh, wo? Äh... Bei mir, bei mir erst mal! Okay, super! Aber vorher geh ich zum Mühe! Tschüss! Wir sind dann! Tschüss! Oder soll ich nur ein weißes Hemd versuchen zu tragen? Äh... Nee, dann ist schon... Das ist ja richtig Schiefhaus, meine Güte! Okay, mal hin, Geralt! Das ist Mr. Jefferson Barbie! Du kleines Leckerchen! Äh... Oh! Ja, ist Barbara! Ohje! Schlag ein! Guten Tag! Okay! Das war Geralt so schlimm! Geralt! Ich will nicht, dass du denkst, ich mach dich an, aber ich muss das manchmal auch einfach loswerden! Alles gut! So, und für Sponsenbees! Wir sehen alle gut aus! Ach, du bist doch so lieb! Und dann zu Arianen! Achso, zu Sponsenbees erst? Oder... Wollen? Weil, äh, zuerst zu mir, Barbara warte glaube ich bei mir jetzt gerade! Aber dann geht jetzt sowieso noch in den Müll Dings machen! Ah, okay! Wird ja keinen Stressen! Weil dann können wir aber von dich aus, äh, zu den Laden fahren eigentlich! Perfekt, hast recht! Mh... 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 Merkst du siehst so gut aus, ne? Dankeschön! Sehe ich aus wie... Das passt so gut! Ja! Richtig! Das ist einfach so hundertprozentig so ausgefüllt! Mh... 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 Das war ne geile Idee! Ja, die hattest du ja tatsächlich! Nee! Du hast es ja dann komplett durchgezogen! Das ist so geil! Ich komm nicht drauf klar! Ich komm nicht! Das sieht so komisch aus! Da geht wer bist du eigentlich! Woll Mh... Oh... Da waren auch noch anderen Schuhen! Ich glaub hier, oder? Äh... Oh, ich brauch erstmal... Wo finde ich das? Äh... Hier eigentlich direkt! Ja... Ja... Oder doch... Oder doch bei dem anderen? Ich weiß es nicht! Hm... Ja... Hier müssen... Ja... War das nicht das? Weil ich hab auch so einen gekauft! Woi, oi, oi... Oh... Sag mal... Er kann wirklich alles tragen, ne? Den, den, den... 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 Der... Den... 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 wenn du da nach vorne links fährst direkt dann wieder nach links genug geld mit ein fahrzeug also ich brauche 20 dollar ja mehr brauche ich gar nicht so und dankeschön wenn wir weiter solchen aktionen machen bei den up to date fragen ob denn für uns extra sachen bestellen können eigentlich schon ja das hier das mit den langen ärmeln ok dazu dann die schwarze und noch eine andere frisur und obwohl die frisur stimmt schon technisch aber ich habe eine schwarze oder blaue jeans aber das sagt du passt jetzt nicht so noch drüber nie leider keinen anderen schwarzen doch perfekt und dann noch den jeans sehr schön ich will ich muss wirklich sagen deshalb ist da richtig lecker aus ich kann ich kann also ich würde was willst du ich habe damals bei meinem bruder ja zu geguckt wenn er was gespielt hat wer ist denn euer lieblingsspiele charakter den ihr lecker findet lehrer kraft hat schon super ein träumchen ist ein träumchen den frau ach ja die alte oder die neue in neuen echt und du gerald ich weiß gar nicht gab so viele da muss ich überlegen ja ich zieh mich kurz um weil wir wollen fragen was den lieblingsporno von den ist vielleicht ich muss ja hier auf jeden fall was das ist so krass weil es halt auch mit dem tattoo und so von weiten ist es so es ist so chloe einfach so krass es ist so ich frage mich echt wie dieses bild da aussieht kate heult nebendran während ich über rachel heult wegspult die zeit zurück und jeffers gibt einfach erde auf oh scheiße das geht nicht aber eine schaufel im büro hinten bestimmt ne wir müssen auf jeden fall sowas machen ich habe jetzt auch eine schaufel noch mitgenommen ach ja ihr seid super wir bräuchten diesen truck von klo oh mein gott ja ja barbie so ist äh warte mal äh wo sollten wir jetzt hin äh zu mir zu mir zu mir äh ja wir kommen jetzt aber merkst du musst mir die haare glaube ich noch bis gleich ich rufe noch kurz die kundin an ich habe ja auch keine kreide zuhause ich hatte die ja mitgenommen äh max unten im badezimmer schranken oh mein gott wer warst du alles gut ich rufe trotzdem die kundin an oh war heute viel los mit kunden gestern bohr gestern so explodiert die ganzen kunden hm ich kann jetzt eigentlich kaum ich habe mich nicht angerufen da bin ich aber nicht dran ja wow boah das war so unangenehm wirklich äh ich war ja jetzt noch bei der kreide ne und dann wollten wir und meine freunde wollten dann noch einen absacker trinken und sind zu mir nach hause und wer hat sich selbst eingeladen sam oh und dann hat sich sam bei mir selbst eingeladen und ich war schon so hm ne und danach hat er noch isen dazu eingeladen oh hallöchen ich wollte nur bescheid sagen wir verspülen uns leider aber wir machen sicher auf oh oh und dann sind sie gegangen nachdem wir alle eine tüte verraucht haben vor der Tür sind sofort da das ist par das ist par wie wäre das so unangenehm wenn alle kiffen und ich bin da die einzige die es halt nicht macht aber ich kann nicht nein sagen ich bin so schlecht da drin ne jetzt dr br mit schon mal kurz die sachen Okay, okay. guck mal ein aschenhaus das war für das für die schnitzeljagd das ganze wieder wegschmeißen ach ja dann machst du und dann mache ich barbys haare ich muss kurz was essen glaubt 29 28 ich bin angezogen es gibt ein problem der bläse der passt einfach nicht so gut zu dem hemd ich vermisse meine sonnenbrille ich finde die sieht irgendwie steinisch war aber das passt nicht zu mr jefferson ich weiß deswegen ich fühle mich auch gerade irgendwie als wenn ich gleich so einen langen stab zeiger raushol und euch dann die hinterher solle ich habe gehört sie haben sich heute nicht gut benommen im matheunterricht ich hatte keinen bock ja gucken sie meinen spiegel sie sehen jetzt nicht so gut aus dass sie sich in der schule keine mühe geben müssen ja das sage ich jetzt natürlich nur um streng zu wirken ach frau bahns reißen sie sich zusammen im leben kommt man mit holen immer weiter ja jetzt stehen sie auf ich bin blot ich komme mit dem heil weiter auch das recht ok ok ich übernehme jetzt hier der herr chat was den übernimmt jetzt nein oh mein gott nein komm bitte mit mir mit nein nein Barbara komm bitte nicht Frau bahns kommen sie doch sie kriegen jetzt der bock ist voll los rein da ruhigen sie sich ich mache ihm jetzt die haare ja oh mein gott das ist ja wieder nicht komm sie komm sie ja oh wie unangenehm du bist warte warte machen die zwei die rücken machen du bist gut oh ok Sekunde ich mal mal mit der Haarkreide rüber ähm ok warte ich muss einmal doch ich hm ok ok kurz wenn schon eine Sekunde ja wenn ich sag genau richtig mal also diesen dutto ja die messi bahn doch das muss für kate sein doch der messi bahn ist der perfekteste äh ein abend lang hässlich was das sieht doch richtig schön aus ich fühle mich als hätte ich als möchte ich in der lage die haare zu machen ja ok ok ja dann schau ich doch mal schau gerade nochmal guck mal bitte ähm merkt ihr wie es äh ne du meine Haare machen musst damit es wieder so aussieht wie vorher ja ne das aber hell ne gut das wäre dann 561 so ähm ne warte lass mich mal was anderes probieren Sekunde warte mal ne das ist äh ne äh ich glaubst du ist sogar besser äh 58 58 mhm glaub den ist zu gelb tatsächlich so oder noch ein bisschen zu ähm kenn das ja nicht aber ich hab das Gefühl ich fühl mich als wär ich ein bisschen leicht brünett mhm warte mhm warte mhm ja dann würde ich das nehmen würde ich hier einmal den ist gut den ist gut schade okay deine variante war wirklich besser äh äh das ist doch gut das ist sehr gut ja das wird schriegel okay super ja guck mal ich setz mich hier hin ja ich muss mich doch in New Jefferson Rolle reinfühlen die hatte doch immer so eine beruhigende Stimme oder so ich versuch das jetzt mal wie mach ich ohne Akzent zu sprechen okay Frau Barnes haben sie ja ein Problem ja nein mir geht's total gut müssen wir müssen wir mal reden bin ich finde ich vertrauenswürdig ich vertraue ihnen Herr Leere das freut mich aber wollen sie vielleicht dass ich Fotos mit ihnen mache oh das können wir auf jeden Fall tun da wäre ich nicht abgeneigt vor Bar wissen sie sind der Schwarm an der Mädchen hier in der Schule oh das ja oh echt ja und ich vertraue ihnen wir bisher oh das ist mir noch nie so raufgefallen bin ich auch ihr Schwarm ein wenig ich mag ältere Männer ja oh da fühl ich mich aber geschmarrn bild ja ich guck mich grad dieses Video an ich fall ja gar nicht aus der Grunde des Schmarrn und nimm uns raus runter also und da soll ich sagen Meg Meg das ist ja furchtbar das ist lustig das Traumatisieren oh Gerell würdest du mal gucken oh oh guck mal rein oh mein Gott oh Gerell schau auf so zu reden Meg red ich red ich gut ich werde ich gut so Barbara ohne Scheiß du siehst wirklich aus dem Lehrerin ja gibt's auch glückliche Menschen oh Barbara weißen sie sich zusammen oh jetzt ist bei mir grad eine wir sind zusammen das Kollegium jetzt jetzt ist bei mir grad eine Werbung ausgegangen von deine Schönheit mein Schwanz war mein Feind jetzt ist er mein bester Freund geworden was die Geschichte ich hab irgendwo drauf gedrückt die Geschichte wie ich zum König Meg Gerell ich hab irgendwo drauf schon wieder Meg findest du das der Jefferson so redet so nah wie geht es euch soll ich euch helfen das kommt gut zu ihm ja müssen wir Fotos machen wir müssen Fotos machen ich wollte ein Model werden tatsächlich und schaust dann sehe ich so schlecht oh ja sie sind sehr faszinierend ja sowas habe ich auch zufällig spontan dabei ich mach dein Make-up noch ein bisschen anders das sehe ich genauso Arian ich das perfekte Model wo machen wir denn die Fotos da müssen wir noch mal überlegen aber ich kenne schon gute Orte ok das darf nur mein derzeit der Freund nicht mitbekommen er wurde in einen Trailer ich geh mich im Spiegel keine Sorge das wird niemand erfahren warte ich muss kurz ok gut dann habe ich mich jetzt in die Rolle rein versetzt ne ich bin gespannt gleich im Salon Barbara wie cool irgendwie fühle ich mich nicht so cool so ich finde das so cool warte man trägt die Orte weiß ich nicht die mich mal angucken lass mich ruhig die Orte aus Babi Babi wir sind jetzt das Kollegium ja nein die ist Katie die ist die depressive Schülerin oh ok dann muss ich euch alle verfügen ich habe nichts gesehen warum kommst du von der Toilette und dein Mund ist voll ich bin gar nicht in der Schule egal ich mach dich trotzdem an ich will es gar nicht wissen mach das nicht ich bin schwach gegenüber Jefferson aber ich bin ja sehr gut auch von denen ich bin Du bist nicht mit der Zeit wenn die so aussie wie ich jetzt aussehe ist doch kein Wunder das die von dem Gebäude gesprungen ist das ja furchtbar Schrecklich, das kann man nicht mehr retten. Wir müssen jetzt wirklich loswerden. Egal, ich tue das für euch. Ich ertrage das jetzt. Kommt jetzt, meine lieben Kinder, wir müssen noch ein paar Fotos machen. Einer mit dem anderen. Fühl dich so. Aber ist das das Oberteil, das Kate trägt? Ja, sie hat das schwarze Sakko noch rüber und es geht hier nicht. Aber sie hat, glaube ich, auch manchmal in einer Szene das Sakko nicht, sondern nur die Bluse. Ach so. Sehr schön. Ich habe Hunger. Dennis, danke für den Rates. Guck mal, Leute, wir sind die Life is Strange Charaktere einfach. Das ist so gut. Wir sind die ganze Zeit hier voll drin in den Rollen. Das ist so cool. Dankeschön für den Rates. Frau Bartz, ist das wichtig? Ich bin gerade noch auf der Saison. Der Chat hat sich auch so kaputt gelacht. Es ist nur noch was klein, aber... Oh, wie schön. Dankeschön. Danke schön. Hallo, vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet einen spannenden Schönen zu sehen. Ja. Ja. Das ist ja wenigstens etwas. Ich bin vielleicht ein bisschen depressiv, weil ich hier wohnen muss, aber sonst geht's mir ganz gut. Okay, dann los. Aber ich muss mich jetzt in die Rolle reinführen. Ja. Okay. Ab geht's. Fucker Braun. Also Kate, jetzt ist es schon depressiv, wollt ihr sie wirklich alleine lassen? Ja, Polizei-App ist anders geil, I know. Aber das hier ist gerade halt so eine geile, spontane Aktion, weil wir haben es so gut hingekriegt mit den Life is Strange Charaktären. Es ist so krassig. Und wir haben auch so ein kleines Stück irgendwie, dass wir dann Leuten zeigen und sagen, hier, kennen Sie es? Und das haben halt Leute schon gesagt so, ja, ich kenne es und haben sich gefreut. Irgendwie. Es war auch so cool einfach. Es war so cool. Und David ist einfach Max. Profit. David hat auch dieses, hat eine Pose, ich weiß nicht, welche Pose das ist, aber wo er halt wirklich, die haben es so hält und dann die Zeit zurückspurt, das ist so cool einfach. Es ist so cool. Es war spannend und gab Musik. Oh. Ist Walter Weiss gestorben. Ey, ohne Scheiß, ich feiere jetzt immer noch dieses. Wopanz! Ist das gerade... Ich wollte nur sagen, ich habe ja gesagt, Herr Weiss, kennt Sie das Leben? Ist seltsam. Wopanz! Ich bin gerade in Optimation. Es war so gut. Ich muss irgendwie immer noch die ganze Zeit lachen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Äh, wer ist denn die Kundin? Äh, kenne ich nicht. Ich kann auch nicht. Ach so. Aber wir müssen ein kurz... Wir machen ja, denke ich, noch eine Stunde, ne? Und dann müssen wir nochmal ein wunderschönes Gruppenfoto von uns machen. Ich hoffe, ihr alle grinsen möchtest. Das kriegst du bestimmt ganz schnell hin. Du kannst ja unsere Mundwinkel noch so ein bisschen auseinanderziehen, weil ich krieg die nicht so weit hoch. Ähm, ich hätte gesagt, wir machen einmal eins zur Eröffnung. Das macht Babi, während wir dann die Kunden machen. Ja. Ähm, und dann machen wir nochmal ein richtiges für uns alle. Ja. Das wär schön. Da freu ich mich. Hm? Deine Kamera ist ja ein bisschen besser als meine... Oh! David, was war das? Wenn der... War das die Polizei gerade? ...und versucht Kuchen zu essen. David, wir können sterben dabei! Hast du das gemerkt? Was? Das wird ausgefasst. Klaue und ich sind noch nicht so weit! Oh Gott, wir müssen die Autos schnell wieder ausziehen. Wir sind im Tode neu. Ja. Oh nein, ich hoffe, dann kommt es jetzt nicht hinterher oder so. Denkst du? Nee. War das Polizei? Ja. Oh. 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 Die brauchen wir schon lange zum Drehen. David, du solltest nicht auf die Demo fahren. Ich will Kuchen essen. Ich wollte was... Ich will wieder ran ch哈囉 mal sein. Ich möchte das nicht auswählen, wo ich Ich liebe dich. Waren? Weil dein erster Sohn... Der Warren. Der hat das Ding gemacht. Der hat voll gestalkt. Sein Wissenschaftsmann. Waren? Entschuldigung. Weil dein erster Sohn, Waren. Waren? Weil sag ich auch Waren. Oh Gott. Ich bin ein Vorwirten. Du bist ein Toten. Ich bin ein Toten. Ich hab das Gefühl, ich hab grad wieder die Musik im Kopf. Somewhere. Somewhere. Rettflecken. David, ich werd's nie vergessen. Ich hab einen Hoffnung von Rettflecken. Es gibt doch kein Lied. Wir haben heute Search gesehen, David. Oh nein. Er ist uns entgegengefahren. Wir sind einfach weitergelaufen. Oh. Es war so unangenehm mit ihm im Auto. Hab ihr auch nichts gesagt? Nein. Tatsächlich. Er hat nichts gesagt. Aber er fällt so hart auf. Oh mein Gott. Was ist, wenn er in den Salon heute vorbeikommt? Ich werde mal sagen, es wieder mit meinem Ex-Freund zusammen. Dann bundelst du den professionell. Natürlich. Ich werde aber lügen. Natürlich. Ich werde mit meinem Ex-Freund zusammen. Nein, mach das nicht. Ja doch. Nein. Die Lüge wird aufgeschossen und dann wird's aufliegen und dann wird's noch peinlicher. Der kennt doch Larry gar nicht. Der geht doch nicht da hin und da hin. Ja trotzdem. Mann, lass mich doch lügen. Aber du bist mit mich zusammen. Ah, da sind sie schon. Ja, okay. Das sag ich. Die armen Leute erwarten drei Stunden. Das ist, oh meine Güte. Oh, ich glaub, die hast du nicht gebraucht. Der fällt nicht aus, wie ein Pferd. Hallöchen. Hallo. Hi. Salut. Gut sieht ihr aus. Danke auch so. Dankeschön. Erkennt wir, was wir darstellen. Warte, wir müssen noch mal. Warte, warte, warte. Wir müssen aber noch. Wir müssen auf unsere Gruppe warten. Ich möchte mich einmal kurz auf den Boden legen. Oh Gott, was... Ich bin stark, Kloch. Alles gut für euch. Oh nein, eine Leiche. Warte, die wollen nicht, dass wir erraten, was uns darstellen. Sekunde. Steffassen, mach. Chloe, äh, Kate fang an zu heulen. Mach die Pose. Wie? Ähm, ja, ich weiß bloß nicht. Entschuldigung, wir werden euch da richtig schön die Augen machen. Ich mach das zum ersten Mal. Ich bin nicht so gut im depressiv sein. Moment, das ist irgendein Spiel, oder? Ja. Wer verzweifelt, Barbara. Wer verzweifelt einfach. Ähm, ich versuch's doch. Boah. Oh. Warte mal. Das ist ein Spiel, wo Mädchen und Junge irgendwie von seinem Paar... Paaa... Äh... Äh... Doch, ich weiß schon welchen Szenen glaub ich. Bei die einfach verzweifelt seien. Ich... Ich kenn das nicht. Ich weiß... ... Bin jeden Tag verzweifelt, das ist schon zu meiner Standardhaltung geworden. Ähm... Oh, hier spürt keiner auf die Bucht. Ich bin schon zauzauk. Aber ihr habt schon begonnen, dass es ein Spiel ist. Ich bin traurig. Wir sind professionelle Flasöre. Oh, das ist unser Laden. Der CEO pudelt mich zu. Ich muss noch aufstehen. Okay. Leben ist seltsam. Ja, Leben ist seltsam. Leben ist seltsam. Das ist das Hochzeitskleid vom Afrodonis, oder? Ja, genau. Wie schön das zusammen ist. Das sieht voll gut aus. Auch mit den Haaren, mit der Maske, einfach alles. Ja, mit der Maske schon, aber ohne Maske sieht es scheiße aus. Zeig mal. Glaube ich nicht. Doch, die Haare passen so nicht. Ach, das geht aber tatsächlich. Hanni. Hi. Hallo. Oh, komm mal her. Ich würde sagen, wir gehen aber erst mal in den Laden, weil der Motorrad, der hier die ganze Zeit rumfährt, macht mir so langsam Angst, weil er das Thema jetzt hier rumfährt. Oh, das ist der stimmte Stalker. Oh, ein Stalker? Ich weiß es nicht. So, los geht's. Ich muss noch ein Foto machen für Wönscher. Stimmt, eigentlich müssten wir das Foto nochmal nachstellen, um ehrlich zu sein, ne? Ja. Äh, Barbie, kommst du noch mal schnell wissen? Die halten jetzt, die halten jetzt, ich hab Angst. Ich hab Angst. Oh Gott. Du bist Chloe, du hast gar keine Angst. Hört auf an, so ein Schaum ist mit euch. Ja. Ja. Ich hab die Tür zugemacht. Ey, was ist das denn? Wow, Barbara. Mach die Tür nicht auf, Barbie. Oh. Äh. Warte mal, ne schwarze Double Tee. Ja. Der ist wirklich komisch. Wie bei YouTube immer. Ja, wie bei YouTube, ich glaub. Äh, sind die gefährlich? Ja. Tür zu. Äh, im Hinterraum gibt's nicht, oder? Äh, doch. Doch, im Hinterraum. Oh mein Gott. Jetzt hab ich aber... Ähm. Okay. Äh, ach ja. Passt, passt bitte auch auf euch auf, ja? Ist aufgeschlossen. Ähm, lass uns von den Fenstern mal weggehen. Ja. Ähm. Regelmäßig, vor allem verspiegelter Helm. Kannst du das gut haben? Mann und Frau waren beide. Wir sollen ruhig reinkommen. Oh, ich bin selbstmord gefährdet. Ich hab vor gar nichts gesagt. Babies. Warte, das war die Depressive, oder? Ja, ich bin total nicht meiner Meinung. Das war die Depressive. Okay. Ja. Das Leben ist furchtbar und schlicht. Oh nein. Das Leben ist seltsam. Oh. Oh nein. Ähm. Gut machen wir haben. Ich denke, die sind weg. Hoffentlich. Wie? Warte mal. Denk mal, die waren jetzt abgeschreckt. Moment. Ja, abgeschreckt, weil so viele... Ich glaub, ich weiß, was du darstellst. Bist du aus... Ist das ein klassischer Einspiel? Oh. Mit Tanzen? Vielleicht. Oh mein Gott, ich hab's erkannt! Oh mein Gott, wie besonders ist das denn? Wie geil ist das denn? Jetzt feierst du hart gerade. Hauen. Geilo. Geilo. Und was machst du, abgesehen davon, dass du wirklich echt gut aussiehst? Ähm, eigentlich sollte das... Also ich war mal Catwoman, dann hab ich den roten Schlauchschar gefunden, dann dachte ich Assassinen und dann hat Hanni was gesagt? Ähm, Mortal Engines, die Hauptdarstellerin. Aber Underworld würde auch passen. Diese Vampiren. Das sieht echt gut aus. Stimmt. Eigentlich bin ich beschmascht. Bin ich immer unentschlossen. Ich find's voll gut, dass ihr auch so kleidet seid. Oh, das Halloween, ne? Oh, 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 da fällt mir was ein. Was denn? Was Fantastisches, Moment. Ich hab mich vorbereitet auf diesen Tag. Oh, okay. Bitte schön. Ja. Oh, danke schön. Oh, Bonbons, so schön. Warte, wir kacken, jetzt stinken wir alle voll gegen sie ab. Okay, die nehmen wir auf. Oh, okay. Ich kenne das, ähm... Bitte schön. Scheiße, wie hieß das denn? Ja, die sind ein bisschen alt, aber da ist nichts dran. No, war fluss. Hast du gerne eine YouTube-Videos drin? Wie hieß das denn nochmal? Bitte schön. Danke, ich. Hallo, X-Surveys. Ich hasse den stücklichen Erklämen. Wir müssen jetzt noch kurz dieses Bild machen für Venture und dann kannst losgehen eigentlich. Aber da müssen wir kurz nochmal raus, ne? Da müssen wir öffnen. Ja, wir kommen mal mit, wir passen auf. Ach ja, wir kommen wieder. Ja, wir passen mal rechts und links auf. Viele sind sonst so vielleicht abgeschreckt. Wir sind jetzt aber auch nicht mehr dran vorbeigefahren. Andi, guckst du rechts, ich link? Tatsächlich. Wieder am besten nicht gegen das Licht, oder? Ja. Also wo? Vielleicht, dass wir die Kamera hier so hinstellen, hier, dass man den Laden von der Seite sieht. Ja, ich glaube, das ist eine jute Idee. Okay. Wird ich schon mal... Dann... Okay. Dann macht euch eine Position hier, Rachel und Chloe. Aber... Dann muss ich dann neben Chloe stehen. Ich muss euch was sagen. Und ich vergrabe sie von hinten. Mein Telefon hat nur noch ein Prozent, das heißt, ich kann das heute leider unmöglich machen, diese Werbung. Also... Ah, okay. Das muss jemand anders tun. Max, kannst du? So schön kann ich es nicht, ehrlich gesagt. Ich kann so rum. Also ich... Ja, ich mach das schon. Ich mach das schon. Okay. Warte. Wir müssen ein bisschen mehr, sonst bin ich da so an der Dings. Du weißt schon, was ich meine. Dann kommen von den anderen Seiten da. Vorsicht. Oh. Vielleicht. Leute, ich weiß nicht, ob ihr das machen sollt. Ich glaub, wir sollen doch lieber wieder rein. Ich mag es. Ja, pop mal rein. Ein Streifen. Sollen wir... Ja, ich wollte gerade sagen... Wir müssen es im Laden machen. Ich mach eben. Okay, wir müssen es im Laden machen. Wir machen es im Laden. Wir machen es im Laden. Dankeschön fürs Aufpassen. Danke schön. Ja, Space Channel 5. Wie gut ist denn bitte ihr Kleid? Bitte gib mal Space Channel 5 ein. Oh, das hört's. Okay. Ich schieß mal ab. Ja. Ja. Nee, 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 nee. Oh. Oh, da ruhig. Ich kann das aber nicht so gut wie Barbara. Okay, warte. Okay, ich kann's versuchen. Aber dann bin ich wirklich... Nein, 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 nein. ...eventuell nicht ansprechbar für fünf Minuten oder so. Weil dann muss ich das Handy ins Kabel stecken und dann muss ich mich an die Steckdose setzen. Nee, das ist kein Stress. Es geht wirklich nur darum, dass mein Handy alle ist. Nee. Warte, warte. Ich muss verzweifelt sein. Wie geht das? Ach so. Setz dich einfach ein bisschen abseits an. Ariane. Genau, warte, warte. Bitte nicht gucken. Entschuldigung. Entschuldigung. Warte, ich muss mich so in die Ecke stellen. Ja, ich darf noch mal ein Stück nach hinten. Ich müsste noch mal ein Stück nach hinten. Okay, nur als Info für euch. Es kommt jetzt jemand gleich vom SD vorbei. Okay, danke. Danke schön. Alles gut. Scheiße, das geht so nicht. Okay, vielleicht sollte ich nicht liegen, oder? Vielleicht bin ich einfach nicht mit drauf. Das ist doch auch eine Idee. Ich könnte euch ja umarmen, so Rachel und Chloe. Ich stehe hier so mit meiner Hand. Oh, warte. Weiß nicht. Aber so, dass man unsere Kostüme sieht, ist... Also, ich kriege alle drauf, wenn ich nicht mit auf ein Foto bin. Das finde ich auch gar nicht schlimm. Da muss mich nicht jemand in diesem Schabrack genau... Nein, aber du musst, Barbara. Ich will aber gar nicht. Mach ruhig, so wie es war. Oh mein Gott, jetzt will ich doch ihnen liegen. Das ist lustig, wenn der Gerhard dich vergräbt. Los. Nein. Nein. Geh noch ein paar Schritte nach vorne, Ariane. Warte mal, wir... Los. Gehorch mir. Ja, aber warte, jetzt habe ich keine Pose. Scheiße. Ich mag unsere Posen. Ich bin so dickkopfig gerade, so hart. Ich bin so hart dicker. Leuten und hinter uns da oben auf den Wand den Reh noch drauf. Ich will es trotzdem versuchen. Ich will es trotzdem versuchen. Esst du mir leid. Hey, warte, jetzt bin ich verwöhnt. Was willst du versuchen? Mach mal das mit dem Boden. Ach so? Ja. Anderen. Aber wenn gleich das es dir tun können, müsst ihr euch draußen machen. Einen Moment. Genau, wenn das es dir... Jemand ruft Mountainhead Salern. Okay. Oh. 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 Ich finde, du machst das gut. Bisschen Naturtalent. Also ich finde auch, du solltest Schauspielerin werden, Ariane. Oh, ich tue einfach so, als würde ich Perioden krimpfen. Wir machen gleich eure Haare. Hast du nicht so... Wer hat was gesagt? Ja, das war das damals auch. Was ist passiert? Ich bin da wie in Flaschen. Mich, es geht in den Rollen. Und Knie nieder. Oh, 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 oh. Klingt ein bisschen falsch, egal. Nee, es klappt wirklich sonst nicht. Das ist... Die Kamera, die fällt sonst immer wieder um. Oh Mann. So. Ich schmal mich als Geist dazu. Ich bin halt... Wir haben halt einen schlechten Spielverlauf gehabt. Okay. Wieso ist mein Finger so lang? Moment. Okay, dann mach ich dich aber wirklich dazu. Ja, ich mach noch ein Foto von mir. Da tue ich das da so ganz schlecht rein. Ja, das sieht toll aus. Super, fertig. Jetzt mach ich noch ein Selfie. Was ich so anhörte. Okay, jetzt mach ich die beiden mal. So, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Die warten die ganze Zeit, meine Güte. Ich leuchte... Oh ja. Hey, macht euch doch keinen Stress. Alles gut. Ist schon viel zu viel Stress, aber wir hören schon wieder die... Ich glaube, das ist ganz gut, dass es dir jetzt gerufen wurde. Ja, vielen Dank. Das ist auf jeden Fall echt nicht normal, dass die jetzt zum fünften Mal hier vorbeifahren oder zum sechsten Mal. Die Kundschaften raus. Was schwebt euch denn so vor? Was wollt ihr denn haben? Ich würde auf jeden Fall gerne die Zöpfe wieder aufmachen. Mhm. Und äh... Ich liebe Farbe Pink. Ich musste halt nicht gucken. Ich hab momentan äh... Eigentlich Türkis und Pink. Oh, sehr lecker. Scherif jetzt. Und je nach Frisur wirkt das halt unterschiedlich. Da müsste ich mal schauen. Ich hätte gerne wieder eine Frisur, wo der Rücken frei ist. Ich hab gar nicht. Aber nachdem du bist wie so ein Hund, den man ein Leckerchen gibt. Die Haare offen oder zumindest einen Seitenzopf. Warum lecker denn? Auf jeden Fall wieder meine langen Haare. Ich schneide. Wenn du den Sheriff siehst. Ähm... Merk, wen... Wie möchtest... Was möchtest du denn machen? Also, möchtest du sie übernehmen? Oder wie machen wir das? Äh, ja, kann ich. Okay. Perfekt. Und ähm... Also nur du bist jetzt... Ähm... Ich würde auch noch was machen. Ja, leider auch. Dann sind sie bei mir. Okay. Das glaube ich. Ich helfe mir das. Ah ja, super. Ach so. Oder wissen Sie was? Ja. Unser Praktikant, der tatsächlich super talentiert ist... Bitte ein. Ja. Wäre es für Sie okay, wenn er sich mal an den Haaren versucht? Ja, klar. Unter Aufsicht von Ariane. Ich brauche noch deine Kontonummer, Herr Praktikant. Das du dich auch einsteigen kannst. Also, die Phase würde ich erstmal lassen. Es kommt halt auf... So, Sekunde. Ich mach mal ganz kurz den Sitzen. Genau. Weil ich zwei Farben habe, eigentlich typisch und rosa. Ich überlege. Ich habe gerade extra ein Oberteil geholt, was ein bisschen neutraler ist, weil äh... Hast du das bei? Ja, dann zieh ich das mal eben an. Ja, also wenn du magst, kannst du sonst hinten rein. Und ansonsten, ähm... Ich glaube, hier kann man nicht so sehr reingucken. Okay, ich geh mal eben hinten in die Ecke. Okay. So ein Seitenzopf. Geflochten auf der, ich glaube... Rechts-Links-Schwäche. Äh, ja genau der. Aber hier ziehst du schon. Ähm, das ist immer ein bisschen schwierig bei... Schau mal, vielleicht ist das ein bisschen neutraler. Deswegen würde ich schauen, dass ich vielleicht... Oh ja, das ist super. Oh, du hast ein echt cooles Fettel. Der Farb verlauft vielleicht ein bisschen besser aus. Ja, ich habe auch den ganzen Rücken. Zeig mal. Okay, weiter, vielleicht ziehe ich mich doch mal eben aus. Genau. Ja, ich ist gerade mit dem... Mit den Haaren auch schön. Oh, das sieht gut aus. Okay, man sieht ihn, glaube ich, noch nicht so ganz. Aber gleich vielleicht. Ähm, wie gesagt, ähm, David macht tatsächlich gute Arbeit. Ja. Ähm... Okay, ich stehe jetzt hier halt... Okay, ich bleib jetzt einfach hier halb lang. Weißt du was? So wie du die Figur fühlst, ist doch eigentlich egal. Okay. Einen Moment. David? Kurz meine Nummer schicken. Moment. Ja. Oder Kontonummer. Ich verkrieche mich nach hinten und mache Werbung fertig, ne? Sag mir Bescheid, wenn der Sheriff kommt. Und dann komme ich kurz nach draußen zum Gucken. Das ist gar nicht schlecht. Ja, ich bin ganz ruhig da. Okay, David, dann. Wollen wir vielleicht auf den Stuhl, damit wir ein bisschen mehr Rapschand haben und wohnen? Warte mal, ich mache den nochmal kurz sauber, ja? Mal. Alles gut. Wir sind da im Sandyshaws. Da ist so viel Sand. Wenn es okay für dich ist. Wenn es okay für die Cafarin. Also der Laden ist auch sauber. Alles gut. Ich habe so einen Sauberkeitsfilm, der ist ganz schön. Stimmt. Ich gehe mal kurz abschillen. Wollen Sie sich hinsetzen? Achso, kann ich auch machen? Obwohl ich das immer gerne irgendwie im Stehen. Ah, okay. Können wir auch machen, so. Kein Problem. Danke, David. Habe ich eingetragen. Okay, super. Okay, also was stellen Sie sich vor? Erzählen Sie. Ehrlich gesagt, ich bin sehr offen. Farbtechnisch vielleicht eher was Dunkeleres. Boah, der Charakter ist echt schön. Ich bin halt sonst immer dunkelbraune Haare, Naturfarbe. Aber wenn ihr irgendwas findet, eine Farbkombination mit einer Frisur, ich bin da echt offen. Ich brauche echt Veränderungen. Oh, weißt du, woran ich denke, Ariane? An einen leckeren Cappuccino vielleicht. Cappuccino wäre eine krasse Veränderung, aber ja. Hast du die Katalogdaten von Cappuccino? Nur für Männer. Okay, eine Sekunde. Nee, Gerald, kennst du die Katalogdaten für Damen für die Cappuccino-Farbe? Ich habe 529. 529, okay. Entschuldigung. 529. Kann ich nicht kurz sprechen? Ja. Ich habe David jetzt ab und zu beobachtet. Der hat den Farbkatalog also ziemlich gut im Griff. Und vielleicht kannst du ja auch nochmal hier mitgucken. Also er macht das auch mit der Beratung tatsächlich ziemlich gut. Ja. Ach, ich vertraue dir da. Du hast da ein Hähnchen für und du bist ja eigentlich die Gott-Mother, ne? Bin ich überhaupt gar nicht. Ich mache am wenigstum. Bist du schon. Aber meine Zeit wird kommen, Gerald. Ach, du hast so viel. Gerald, hör auf zu reden. Du bist das gleich weit. Ach, das stimmt. Ähm, hallo, du bist Kussi. Oh, da kannst du dich schon auf die Schulter klopfen, Ariane. Echt? Gerald, du bist zu nett. Ich muss dir das austreiben. Ich bin nicht zu nett. Du musst mit den Hintern versuchen, wenn ich nicht genug arbeite. Oh, da ist das Ding. Oh, da ist dann, äh, ich schon. Aber hier ist die Polizei. Was mache ich? Oder den PD. Das hier vielleicht mit. Also, wenn ihr irgendwas seht, ne, gerne. Schreibe hier. Also, das steht hier so in schwarz ganz gut. David, willst du zuerst Cappuccino machen und dann mal gucken? 5,29 hast du gesagt, oder? Ich glaube, das war 5,29, ja. Moment. Ansonsten würde ich nochmal ein Netz fangen. Ja. Du. Oh, ne Farbe, ne Farbe, die trage ich tatsächlich. Das ist sehr cool. Oh, ja. Aber den ist auch natürlich sehr kräftig, sag ich mal so. Sie haben halt ein sehr hübsches Gesicht. Sie kann echt... Das sieht auch gut aus. Das hatte ich schon mal. Das war... Hm. Genau, hier wären wir wieder auf den ersten Seiten. Genau. Genau, ich meinst auch mal, ich geh immer zurück. Genau. Irgendwie sehe ich bei ihr auch die Bomben. Das könnte auch... Ist so kühn, ist so kühn. Aber die Pommels fand ich gerade am besten. Also so mal... Oh, oh, das sieht auch gut aus. Na? Nee, ähm... Ja, das... Das sieht auch gut aus. Also unentschlossen. Alles gut, das... Also das sind wir tatsächlich selber auch. Wir sind auch noch lange am Überlegen. Hm. Das ist auch schön. Oh, da war jetzt der Rücken frei. Okay. Ich... Da muss ich einmal... Jetzt gucken. 96 war das eine andere Menge. Oh, schon. Also Style. Ich kann von hier aus gar nicht das Tattoo sehen, war das nicht so... Aber warte, ich... Ich probier mal eben... Ich zieh mal eben... Oh, okay. Oh, Moment. Jetzt ist es SD da und ich mach mich nackig. Wurde sie schon mal hier... Super. Das Fahrzeug ist ihnen hier aufgetragen. Ich verdecke dich. Wir machen das gleich. Okay, hattest du irgendwelche... Irgendwas damit zu tun? Hatte du schon mal Probleme damit gehabt? Oder... Das steht hier sehr gut. Ich weiß ja nicht, wie ist denn so dein Kleidungsstil? Also wenn ich jetzt... Also eher sportlich. Eher sportlich, okay. Ja, dann wird sowas hier tatsächlich eher stören. Dann eher irgendwas mit Zopf, hätte ich gesagt dann, oder? Ja, die Bommel. Ja, okay, mit Zopf, genau. Also Bommel, so doch Zopf, ja. Na Gott, ich kann mich nicht entscheiden. Es ist so schwierig. David, ist das dein Lieblingsversuch? Nein. Also ich sehe die Bommel, ich habe mich jetzt dafür entschieden, aber jetzt muss die Dame sich doch entscheiden. Also die zwei Zöpfe kann sie halt auch voll gut tragen. Das können auch die wenigsten. Den hier auch meinst du? Ja, irgendwie schon. Sie hat halt das Gesicht dazu. Ach, ich kann... Scheiße. Ansonsten einfach... Ansonsten kann man es auch so machen. Er geht den Katalog durch und du sagst hier die vielleicht. Und dann schreibe ich mir dann die Nummern einfach dazu auf. Okay, das wäre vielleicht gut. Also das finde ich schon richtig gut. Mhm. Und ich nochmal... Welche Nummer ist das da jetzt? Äh, bei den 114. 114, okay. Es tut mir leid. Alles gut, keinen Stress. Ich bin genauso. Das ist wirklich völlig in Ordnung. Ja, irgendwie. Okay, sohn. Haben Sie noch Interessen so an den alten Katalog oder eher so an den Neuen? Von was Sie so kennen, sag ich mal so. Also ich denke mal eher ein neuer. Okay. Ab welchen Seiten fängt den Anarion an? Weißt du den? Keine Ahnung. Irgendwas mit 120, glaube ich. Nein, da hast du den auf. Da wurde ich mir noch mit Flipsen zu machen. Ah ja, sind noch okay. Weil 80, 81 fängt den Neuen an. Ich gehe den immer rückwärts. Ich gehe den halt immer rückwärts. Achso, weil 80, 81 fängt den so an quasi. Genau, einfach mal durchgehen. Und wenn er eine Frisur gefällt, einfach... Okay. Den ist doch dein Lieblings Frisur, Ariane, oder? Nein. Nein. Maus? Nein? Okay. Ähm. Ach so wenig, hast du dich. Äh. Genau. Kann ich die Polizisten nochmal an euch verweisen eventuell? An dich verweisen? Ähm, einem nochmal zurück. Also jetzt zwei. In you? Ach nee, doch nicht. Okay. Der liegt von hinten wunderschön. Wartet mal einen kurzen Moment. Ich kriege gerade... Alles gut. Hi. Hörst du mich? Achso. Ja, gut. Okay. Wir sind eigentlich schon fertig. Okay, was kriegst du denn? Ach, gar nix. Alles gut. Du hast gar nix. Ich muss auch auflegen, weil ich werde eine Besorgen bekommen. Achso, ich habe ehrlich gesagt, sehe ich auch, da ist eine Nummer drauf, aber war da doch nicht. Also wir haben den Anruf nicht mitbekommen. Bis später. Okay. Boah, die Haarfarbe ist ja mega da hinten. Ja, gut. Äh, okay. So, ein kleiner weiter. Genau, so trage ich tatsächlich meine Haare, also wie auf der Katalogseite. Okay. Ich glaube, da ist der Rücken da. Nee, leider nicht. Ja, das ist auch nicht. Ich habe auch ein Tattoo hinten, das man im Moment nicht sieht. Ja, die Person hatte ich die ganze Zeit immer. Das ist leider ja auch das Tattoo verdient, ne? Ja. Den lassen wir dann weg. Das fand ich eigentlich auch gar nicht. Ja, das... Ja. Ich schreibe die Nummer auf. Welche Nummer ist das denn? Äh, den 100. 100. Ja. Ich dachte jetzt, ihr macht einen Verrühr mit dem... Das finde ich auch gar nicht so. Nein. Ich finde den hier auch, mit dem... Also ich weiß nicht, was sie von den Farben halten, aber so den Mischungen. Ja. Finde ich an sich ganz schön. Ähm, achso. Wolltest du eigentlich jetzt mit der Polizei noch reden oder nicht? Wegen YouTube oder so? Achso, nee, nee, das wissen die schon. Achso, okay, gut. Ähm, die waren immer da. Ähm, das davor einmal nochmal? Nein. Den ja. Wollen wir kurz in sein Augenstück machen? Obwohl, das sieht immer so ein bisschen aus, als hätte man mal so ein bisschen in den Regen bekommen, ne? Weil genau so ein bisschen lassen Haaren. Ja, dann lieber nicht. Äh, äh, stimmt. Ja, die ist halt... Den ist natürlich... Äh, äh, okay. Aber weil sie halt sportlich gekleidet sind, weiß ich nicht, inwiefern sie den dann stirbt. Ja, ich finde das immer vorne so ein bisschen... Das verdeckt irgendwie so... Ja, Ketten sind schon da drin, ne? Ja, die sieht halt auch voll geil aus. Ja, ich finde, das steht ihnen auch. Ja. Aber sie müssen es fühlen. Sie müssen es auf jeden Fall fühlen. Ähm, ich geb dir mal meine, weil deine hab ich ja eigentlich schon. Ich hab ja vorhin angerufen nochmal. Soll ich die Nummer ausschreiben? Ja. Und auf 6. Ja, doch, passt, genau. Ähm. Das finde ich auch nicht schlecht. Das mit dem so seitlich. Und auf 7, oder? Ja. Das eher nicht so meins. Mhm. Ja. Ich mag das immer nicht so ganz, wenn das so auftopiert ist, ne? Ah, okay. Ja, das ist halt auch schön. Da sind wir schon wieder vorne, ne? Komm mal, ne? Ja, aber danach kommen, glaube ich, noch welche. Wie ist das? Ich find den, ich, ich find den eigentlich ganz okay. Ja. Ich bin immer so zwiegespralten. Aber ich find den erinnert, den erinnert mich halt so immer an ein Kill Bill. Ich weiß nicht, ob sie den Film geschaut haben. Ja. Auch mit den, mit den, äh, Klamotten geraden. So, Leder und so. Es sieht bei ihr tatsächlich gut aus. Ich, 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 ich find den, ich find den so schön eigentlich. Echt? Also, bei ihr, sie kann's halt voll tragen. Ich weiß nicht, wie praktisch sieht so zottelig aus. Ja, ne? Also, ich, wenn der Pony ein bisschen luftiger wär, das... Mhm. Oh, oh, oh. Ich verstehe. Was, wie die Farben dann gleich wieder anders wirken, ne? Ja, ne? Ja, gut. Oh. Du hast jetzt grad voll unschuldig ausgeschaut. Hm. Das ist in der Fall nicht schlecht, ne? Oh, ja, das sieht das richtig cool aus. Äh, welchen Menschen? Äh, 122. Dann ist der Katalog, glaub ich, jetzt auch durch 123. Oh, ja, genau. Kennt ihr das am liebsten? Dann haben die jeden Tag eine andere Frisur. Ja. Und die Haare danach. Fühlen wir ja. Das wär so cool. Bei uns kein Problem. Kommen sie jeden, äh, jeden Tag dahin, dann machen wir den. Ja, aber zur Not, wir fertigen ja auch Perücken an. Den stimmt. Ja, wir hätten die 114, die 100, die 106, 107 und 122. Wollen wir wieder von... Oh, ist ja ne kleine Ausweitete, die da zusammengestellt hat. Ja, wie gesagt, bei dem Zollpony hab ich ja auch schon was gesagt. Okay, den ersten Zoll, Ariane. Ähm, die erste Zahl, fang mal bei 100 an. Aber wenn ich das jetzt im Vergleich mit den anderen sehe, dann würde ich die rausschmeißen. Ja, das sieht ein bisschen aus, als wenn du einen Ansatz hättest und der wächst raus. Ja. Okay, dann machen wir 100 weg. Ähm, dann kommt die 106. Genau, das ist die. Dann haben wir die 107. Ich glaub, die 106 kommen wir auch raus. Weil ich das mit dem anderen Zopf besser fand. Okay, dann 106 raus. Dann haben wir den 107 hier. Ja. Genau, die nächste wäre dann die 114. Ach, wie süß. Das ist ja sehr pflegeleicht, das ist ja süß. Und dann die 122. Tatsächlich von der Farbe her sehr geil. Ja, find ich auch. Das stimmt, die Farbe ist einer Wahnsinn. Und man, also 3 zur Auswahl. Genau. Also mir gefällt echt die jetzt am besten. Ja. Das ist einfach mit der Farbe, das sieht so genial aus. Also ich wäre auch tatsächlich da froh. Weil die Augenfarbe so krass raussticht dadurch. Ich find's stimmt toll. Mit welcher findest du dich denn am hübschesten? Oder wo fühlst du dich am wohlsten? Ach, du weißt immer, ich bin immer so in Momenten... Überfordert. Ja, ich weiß immer nicht, was gut aussieht oder was nicht. Aber das ist halt richtig hübsch. Mhm, das ist wirklich sehr hübsch. Ach, dann machen wir das einfach. Das ist echt... Ich glaub, das ist bei Sport ganz gut, echt super aus. Wir bekommen das hin. Okay. Na dann, David. Let's go. Äh, ich brauche nur den Hilfen, weil der Darm trägt eigentlich gerade einen Perücken. Das heißt, den nochmal abzunehmen. Ja. Und dann, äh, wie machen wir den ganzen Prozess? Genau, ach, komm mal kurz mit. Mal. Ähm, du... Du nimmst die Perücke einfach ab und fängst quasi direkt an mit dem Styling der neuen Frisur. Okay, aber wegen den Farben, weil der hat seine Naturhaarfarben, der ist so einen dunklen braun. Ja. Hat der gesagt. Soll ich dann irgendwie mit Kreiden was versuchen oder wie genau? Frag sie mal, ob sie Haarkreide haben möchte, aber wenn sie eine intensive, schöne Farbe haben will, dann sollte sie färben. Okay, bei Färben musst du mir helfen, weil ich hab da keine Ahnung von. Das können wir zusammen anmischen. Okay, okay. Oh, Schnupfnase, vielen Dank für den Raid, dankeschön. Wir müssen dann unbedingt das Ding umzuschauen, ob wer 20% Rabatt bekommt. Oh ja, das machen wir dann gleich einfach, wenn alle hier gerade, da warten ja noch ein paar Leute, ne? Äh, ich rede mit mir selber, okay. Ich wollte jetzt nichts sagen, aber okay. Guck, Entschuldigung, hat sie mir über die Tür für die Nase zurückknallt. Okay, dann lieber Färben. Okay, dann fang ich schon mal damit an, den Perücken abzunehmen. Okay, super, danke. Machen wir denn schon. So, ist gut. So. Ähm, Sie werden schon bedient? Ja, ja. Äh, äh, ja. Ähm, also, ja? Also, komm, Entschuldigung. Ja, ja. Okay, alles klar. Geh halt. Ja. Ähm, komm mal kurz. Äh, Max hatte die Idee, dass wir gleich das nochmal kurz spielen und diejenigen, die erraten, woraus das ist, kriegen halt einen Rabatt von uns. 20%, ne? Ja, genau. Ja, machen wir. Können wir jetzt gleich machen, jetzt wo so viele Leute im Laden sind. Okay, machen wir. Ja, ich habe auch gerade mal, wie gesagt, beim Hochladen soll sie dann halt, äh, ich bin halt noch kurz hier still auf dem Stuhl, ja. Eigentlich reicht das, wenn wir beide das machen, oder? Ich würde das trotzdem gerne zusammen machen. Ja, nee, zusammen machen. Achso, ja, können wir auch. Okay, ja. David macht das so gut, tatsächlich. So, Rüstet wegen den Perücken, aber sollten so dann den originellen Frisur sein von Ihnen, oder? Ja, perfekt. Okay, und so. Dann, Ariane, braucht dann Hilfen wegen den Färben. Genau, kommen wir mit. Wohin. Ich liebe dich so sehr, das ahnst du mich. Oh Gott, ist das süß, aber ich müsste kurz zum Beispiel... Bis gleich. Oh, Entschuldigung, ich stehe mich. Oh, süß. Ich habe auch immerhin geliebt, ich liebe ihn immer noch. David, wir nutzen, also wenn du hier die beiden, die beiden Komponenten anmischst, ne? Die beiden Flüssigkeiten. Dann pack immer ein bisschen hier von der Flasche rein, das ist Olaplex. Und wenn du mit Olaplex fährst, das ist sehr schonend für die Haare. Das heißt, du kannst theoretisch sogar dreimal hintereinander Haare blondieren und die brechen nicht ab. Genau. Das ist halt teurer, aber das ist bei uns in der Färbung ganz normal mit drin. Deswegen am besten drei Flüssigkeiten dann zusammen. Dann machst du hier diese zwei Komponenten und dann machst du halt einmal noch, ich sag mal so eine Handvoll Olaplex rein. Mhm. Genau. Ja, und dann, äh... Okay. Das ist gar nicht so schwer. Guck mal, auf dem Messbecher, da stehen nämlich auch drauf, so wie viel du hast füllen musst bei den zwei Komponenten. Und wie gesagt, Olaplex dann so eine Handvoll. Woi, 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 woi. Keine Ahnung, was ich hier erzähle. Ah, so. Aber so in etwa muss es bestimmt funktionieren. Okay, so, dann machen wir mal einen mit hier. Genau. Okay, diesen Teilen dann. Ja, genau. Mhm, dann ein Handvoll Olaplex in den Farben. Du musst nur aufpassen, wenn du von der Einflüssigkeit zu viel nimmst, dann kann es sein, dass ihre Haare schmelzen. Oh nein. Ja. Ich finde es dann immer den Messdingens da. Ich färbe tatsächlich immer mit Olaplex, mein Blond. Also das ist halt wirklich teurer beim Färben. Aber ich mach nie ohne. No joke, ich hab alles geglaubt. Ja, so ungefähr muss es auch sein. Ich hör bei den Friseuren immer zu, wo ich hab keine Ahnung, wie das genau geht. So, okay. Ich bin bereit, glaube ich. Okay, die Farbe ist tatsächlich, wir haben dann hier so eine super intensive Farbe auf Wasserbasis. Und die braucht auch tatsächlich noch fünf Minuten zum Einwirken. Das reicht schon. Oh, okay, okay. Dann hast du es zum Bestellgebnis. Okay. So können wir jetzt loswerben, oder? Ja, wir müssen noch vorher noch warten. Soll ich es jetzt kurz machen, weil... Ja, sofort. Genau. Wir machen das schnell mal am besten, oder? Dann machen wir das gleich weiter. Da bin ich den Max. Kommt schnell. Ja, wofür? Äh, für das Dings darstellen. Weiß schon unsere... Soll, warte. Max, kannst du das denn gleich großkundig hinlegen? Ja, jetzt. Genau, jetzt ganz kurz. Das ist ja für alle, für die Kunden. Klingel rabatt. Ich störe nur ganz kurz. Und zwar, es war zumindest vor zwei Stunden Halloween. Und wir haben uns auch verkleidet. Wir haben ein Cosplay gemacht von einer bestimmten Serie oder einem bestimmten Spiel. Und die Kunden, die erraten, von welchem Spiel oder von welcher Serie das ist, bekommen 20% Rabatt. Life is strange. Nein, warte. Oh. Ui. Das war zu schnell. Wir müssen noch unsere Posen einnehmen. Das war auch schnell. Ich habe die Party gecrasht. Okay, hi. Kann man trotzdem noch schön unsere Posen einnehmen? Ja klar, leg los. Ganz kurz. Oh, okay. Sekunde. Ich muss das eben kurz füllen. Oh. Genau. Und dann hätten wir gesagt, bitte, ich will jetzt... Oh, schade. Oh, and thanks, Chloe. Genau. After five years, you're still Max Caulfield. Ja, das war's. Das war's. Ich krieg groß aus. Mega. Richtig gut. Ja, ihr kriegt also 20%. Ja, genau. So, okay. Soll ich mich noch mal hinsetzen? Kann noch sein, dass ich mir eben kurz noch durch die Haare gehe. Okay. Ich, äh, durch den Katalog an den Haaren. Dankeschön. Du? Also, keiner hat mehr einen Haarwunsch? Ja. Äh, ich darf bis zum Elf nicht. Ja, wir dürfen leider nicht. Ah, macht ihr auch bei... Achso, ist das euer Beitrag zu dieser Charity-Aktion? Genau. Okay, das find ich cool. Sehr nice. Aber dieser Herr hat gar kein Schnurrchen. Hab ich eine gemacht? Nee, hat er nicht mehr. Den hab ich mir heute wachsen lassen wieder. Er hat aufgegeben. Wir haben gesagt, er soll sich die Haare rot färben, aber... Nee, mach ich nicht. Also, wir könnten noch. Ja, wenn ich... Nein, nein, nein. John, 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 John. Jetzt kommen Sie doch. Ich lass mich nur noch mal klagen. Mach schon. Komm jetzt. Ach Mensch, schade. Muss ich schimpfen. Sie haben es versucht. Aber gut, dass Sie das direkt erkannt haben. Respekt. Ja, perfekt, David. Genauso. Ja, genau. Super, David. Wirklich super. Achso. So, und dann muss ich noch was auf den anderen Seiten. Achtung. Ah, ja, Entschuldigung. Wir haben lange drüber nach. Kannst du mir kurz den Fachdienst erreichen, Marianne? Ja. Da auf den Tisch. So, und halt mal kurz. Danke. So, und noch mal oben auf den Kopf. Meine Freundin wird ja ein richtiges Kunstwerk. Ja, und das ist nur unser Praktikant. Das macht er richtig gut, ne? Ja. Ja, dann habe ich schon dich gelernt. Denk einstellen. Ach so, er ist ja schon eingestellt, ne? War er fast. Und wie sieht denn aus, Ariane? Gut oder noch mehr? Das ist wirklich perfekt geworden. Ich bin sehr stolz auf dich. Ach nein, da fehlt doch bestimmt irgendwas. Nein, da fehlt wirklich nichts. Du hast auch heute so gut schon beraten. Nur den Farbkatalog hast du auch gut im Griff. Oh, okay. Also ich finde, ich habe gerade auf den Gerhard gesagt, dass du das richtig gut machst. Dann fünf Minuten einwirken. Mhm, und dann abwaschen. Du kannst mich rufen, dann kann ich beim Abwaschen dabei sein. Weil, wenn sie wollen, können sie raus, ein Rauchen gehen oder so, wenn sie rauchen. Sofie? Ja. Hallo. Süßer Schneider. Ja, ich war auf dieser einen Party da. Da ging es um Schlafanzug und Bikinis. Oh, cool. Ja, wenn ich jetzt im Schlafanzug gehe, ich glaube, das sieht sehr witzig aus. Fandt sie das sauber bequem aus, wenn ich ehrlich bin? Ja, ist es auch. Also es war eine sehr lustige Party. Ah, cool. Wo war die denn? Kannst du das neck up? Oder ist das wieder so eine geheime Party gewesen wie mit dem Omega? Nee, das kann es auch auf Venture sein. Das war eine Villa mit einem Pool. Wow, was? Da muss ich echt mal gucken. War ganz cool eigentlich. Nur leider waren echt wenige Leute da, was ich gar nicht verstanden habe. Ja, heute ist insgesamt ja so irgendwie nicht so viel lebendig. Ja, also dafür war gestern sehr viel los. Warst du auf unserer Redis Taxi Party? Äh, nee, leider nicht. Ach, schade. Ja, wir haben alle gesagt, es war so toll, aber leider nicht. Ich wäre aber gerne da gewesen. Wir dachten halt am Anfang wirklich, es kommt keiner, ne? Und es war einfach richtig voll. Wir haben das nicht erwartet. Okay, das ist cool. Und wie lange ging die Party? Ähm, bis vier. Boah, okay, das ist wirklich groß. Oh, ich sehe die Party leider nicht hier. Mist. Obwohl, warte mal, die Party läuft after hours. Die Party war es nicht. Ne, doch. Doch, das war da die. Oh, cool. Wo ist das? Okay, das sieht ja mega geil aus. Oh, da hast du schön dekoriert. Ja. Das war da beim, ich glaube, das heißt Ententeich. Das kenne ich überhaupt gar nicht. Ich glaube, das ist süß. Ich bin mir selber nicht ganz sicher. Hat eins, also eine der Söhnen war das. Bist du hier, um deine Haare zu machen? Genau. Erkennst du, was ich darstelle? Boah, oh Gott, jetzt. Ich weiß wen, ich weiß wen, ich weiß wen, glaube ich. Ich bin, warte, ich weiß nicht. Dein Auto, wo? Nein, ich weiß nicht. Hey, guck mal, ich habe einen Schlafanzug und ich schlafe sehr lange, bis mich mein Prinz küsst. Mein Prinz Lami. Dein Röschen. Achso. Oh, dein Röschen im Schlafanzug. Okay, die Idee finde ich gut. Dankeschön. Sehr geil. Ähm, dann, äh, macht Gerard dir die Haare oder wartest du jetzt einfach nur aus dem Platzfeierst? Äh, ich habe Gerard noch meine Haare, weil ich habe eine sehr spezielle Haarfarbe. Okay, alles klar. Ja, ich muss ja auch noch lernen. David, ich muss übrigens auch noch lernen, ne? Bald kann ich bei dir lernen, wenn es so weitergeht. Mhm. Haben wir oben was zu trinken? Wann ist es gut? Ähm, ein bisschen Kaffee? Oh, das ist schon was zu trinken. Bei dir? Der Laden ist einfach zu klein. Wer war das? Oh, na. So. Bitteschön. Ähm, können? Ich glaube, du kannst ihn langsam ausmachen. Ja, ich glaube, das war der Mann in der Mette, da ist es nicht auch so. Weißt du, was ich mal, ja? Ich kann so. Ich kann so. Ich kann so auch bei uns eintragen lassen können, diesen Schwarzen davon eben. Ich habe mich den Sachen aufgeschreibt. Ja, ähm, ich weiß, wie will sie... Ob man denn bei uns quasi, äh, wie nennt man denn? Hat sie denn einen Zettel dafür bekommen bei dem anderen Friseurladen? Weil es ist nicht, wieso? Ist ein Wächtstück? Ja, weil, ähm, sie die Perücke ja quasi bei uns dann einlagert und nicht bei dem anderen Friseurladen, weißt du? Deswegen, ähm, da würde ich aber, da würde ich wirklich, äh, Mr. Jefferson fragen. Weil, äh, das kann ich tatsächlich gar nicht entscheiden. Ich weiß nicht, wie er das handhabt. Achso, dann, dann mach du den mal. Weil so ein Fluch ist immer recht. Und ich wasche ihn dann auch an den Zeug, glaube ich. Ja. 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 Genau. Und, und? Entschuldigung. Ja? Eine kurze Frage, ähm, eine Kundin würde gerne eine Perücke, die, äh, von einer anderen Friseurladen, also sie hat auch eine Perücke auf, würde die gerne bei uns einlagern lassen. Ich weiß jetzt nicht, wie das läuft. Chloe, warum hat man das? Also eigentlich ist das kein Problem, weil viele Perücken auch von anderen, äh, Friseuren abgenommen werden, ne? Okay, perfekt. Das geht. Dann sage ich Bescheid, dass David das machen kann, ne? Ja. Okay. Habt ihr schon, äh, Sophie? Ist schon Sophie auch schon dran? Nee, Sophie hat ja eine spezielle Farbe, meinte sie, sie müsste das von dir gemacht kriegen, also... Okay, ja, das mache ich dann. Okay, ja. Perfekt. Okay, perfekt. Ich hoffe nicht übersehen, kein Stellen. Ariane schaut natürlich genau zu. Ja. Oh, jetzt ist es doch ein bisschen kalt. Oh, kür, kür, kür. Alles gut. Ach, perfekt. Ich entschuldige, wie viel macht die Karte? Nein, ich bin schon im Phantom war schon hier. Ich bin einfach eine Mimose bei Kalpenwasser. Du kannst das stehen. So, der ist doch auch schon vorbei. So, okay, perfekt. Sparen wir den Handtücher. So, und dann kannst du dich wieder auf den Platz setzen. Oh, wie David, wie toll David das macht, ne? David ist einmal in jedem Erflegung. Ähm, wait, what? David macht das wunderbar. Dann habe ich jetzt den Handtuch wieder ab. Nehme ich auch den Föhn. Wo ist denn hier? Die Hafferle braucht einen Namen, die... Das ist so ein... Starberry-Fuchsblond. Das sieht richtig gut aus. Das ist irgendwie neu. Oder so Karamell-mäßig. Ja, merks. Also, wenn sie scheiße was sind würde ich. Schau dir mal ihre Haarfarbe an. Das ist eine richtig geile Farbe, ne? Okay. Das ist so ein goldenes Braun, ne? Ja, da sind so ein Hasenusblond. Magic Karamell. Ich wollte Ihnen ja was, wo der Rüsten frei ist. Wirklich cool. Wie bei so einer... Und jetzt habe ich Hunger auch vor den... So eine Haarfarbe-Werbung irgendwie. Aber da gibt es ja in so Geschäften so, äh... Ich weiß. Ich würde mal in den beiden Haugen. Mit den Armen, die so glänzend wirken. So sieht das irgendwie aus. Ich möchte immer du mal spielen. Ich möchte das irgendwie aus. So, nochmal schön den Spitzen. Weißt du denn schon, worauf du das da bist? Ja, langen Haare brauen immer so ewig lang. Oh, das stimmt. Oh, bist du schon... Was sieht total auf, wenn wir dann einfach schlafen. Und wir dann morgens im Auße... Ja gut, wenn wir nicht jetzt mit den Maßnahmen rauslassen, dann werden sie vielleicht krank. Könnte ich nicht daran rauchten. Ja, ist gut. So, sieht doch gut aus. Fehlt jetzt nur noch den, äh... Wenn man so einen Zopf macht. Äh... Was nochmal, bitte? Einen Zopf vorne. Wie macht man den? Okay, komm, komm mal her. Ich kann keinen Zopfen machen. Darf ich doch? Du kannst das. Guck mal. Du nimmst... Ich weiß, dass man drei Strähnen nehmen muss oder so. Ja, das würde ich dir gerade sagen. Ich zeige dir das vorne an meiner Haarsträhne, ja? Nimm mal drei Strähnen. Oh ja? So. Und jetzt leg... Okay. Leg die seitliche Strähne über die... Also schräg über die mittlere Strähne. Okay, neu. Die Strähne, die du gerade in der Hand hast, in der anderen Hand, die legst du dann wiederum über beide Strähnen. Und dann machst du das so weiter. Das ist total gut erklärt. Das musste ich ja noch nie erklären in meinem Leben. Du feilig und scheiß. Ich weiß ja nicht, wie man sowas macht. Das ist ein Fragerichtorch. Ja, du flechtest ihn einfach. Denk dir einfach, das ist fast wie etwas zusammenrollen. Nur, dass du es halt flechtest. Stück für Stück für Stück. Aber das geht tatsächlich relativ schnell. Okay. Vielleicht beim ersten Mal noch nicht. Lockerer auch nicht so fest, oder? Weil den ist ja mehr so locker. Genau. Lass den oben rum. Bei der Frisur ist es so, du lässt den oben rum locker und machst ihn zum Ende hin ein bisschen fester. Okay, okay. Komm mal, warum jetzt? Ja. So entschuldigen, meine Arbeiterin wollte mich was fragen. Den Praktikanten. Echt peinlich. So, dann nehme ich mal diesen drei Strähnchen und wir lassen oben noch ein bisschen locker. Genau, dann nehme ich den seitlichen Strähnchen und mache den über den mittigen. Genau, einfach immer alles über Kreuz nacheinander. Genau. Wenn wir dann so weiter machen, kommen wir. Du kannst noch so ein bisschen über die Strähnen dann nach, also über die Strähnen kannst du dann auch, während du vielleicht jetzt noch einmal so drüber gehen, damit auch keine Haare an der Seite rauskriegen. Mhm. Waja. Irgendwann geht das ganz schnell. Check. Okay. Haben wir auch schon bei den Enden. Wo haben wir diesen Dinger da, um den festzumachen? Haargummi? Sekunde, warte. Weil genau die sind Dinger dabei. Haben auch einen Namen. Ich hoffe, das ist okay. Wir benutzen keine richtigen Haargummis mehr, sondern wir haben diese aus diesem elastischen Plastik, da verhindern sich die Haare nicht so drin und die sind auch tatsächlich abbaubar. Hier dann. Gibt es denn mal her? Okay, danke. So, dann mache ich den jetzt fest. Wie heißen die Dinger drin? Ich habe da gerade so eins drin. Wie heißen die denn? Diese neun Haargummis, die halt besser sind für die Haare. Eins, zwei, und ein dritten Mal und zack. Das ist doch super. Ich glaube, ich bin fertig, ich weiß nicht. Ich bin fertig, fehlt was? Ich glaube, irgendwas fehlt, ich weiß nicht. Zupfe noch mal ein bisschen obenrum beim Zupf, damit das noch ein bisschen lockerer fällt, ansonsten ist das doch super. Sohn ungefähr? Ja, perfekt. Siehst du mal, du hast es doch jetzt raus. Perfekt. Sohn? Ja, genau so, David. Okay, okay. Super. Ich jetzt fertig? Jetzt bist du fertig. Echt? Ja. Man, sie haben den überlebt. David, kannst du schon ins RDP kommen? Ähm, aber ich habe fünf Sachen. Zeitaufassung, Kunden, Preisen und Preiskategorie. Du hast keine Bestellungen? Äh, nein, nein, nein. Aber dann geht ihr überhaupt durch, weil ich bin doch dein Praktikant. Ja, aber das ist, ach Mann, ist doch doof. War ja ja wach. Okay, dann hast du dir ein paar Notizen nebenbei gemacht. Das war, eine Perücke sollen wir einlagern? Genau. Genau. Dann haben wir einmal färben und stylen. Am besten nehmen wir die kleine Schritte. Okay, dann trage ich das mal schon mal so ins RDP ein und sage dir gleich, wie teuer das wäre. Ja, nur. Obwohl, warte mal, die beiden müsst ihr auf Warten. Ich bitte. Rabatt, eine Sekunde. Max? Ja? Die Kunden, die so ewig lange gerade warten mussten, hattest du das umsonst gemacht? Habe ich das richtig mitbekommen? Äh, für die beiden, ja. Achso, okay, dann weiß ich Bescheid. Okay, das geht tatsächlich aufs Haus, weil ihr so lange warten musstet. Oh. Ja. Gehst du, das Spiel Life is Strange? Na, Glückwunsch, glaube ich. Ja. Weil Schmecks erkennt man das besonders gut. Ist das jetzt erledigt quasi? Hä? Wie? Moment. Nein, das Programm von Bali ist gerade abgestürzt. Nein, 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 nein. Äh, 30 Mal nach. Doch, doch, doch. Aber mein Praktikant freut sich bestimmt, wenn wir trinken, hält. Nein, 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 nein. Ich habe ja nicht gemacht, er dir den Namen. Nein, 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 nein. Vielleicht bin ich damit aufhört, dass du wiederumtriert bist. Nein, ich kann dir nicht annehmen. David, nimm's wie ein Mann. Alles Gute. Ja, hör auf den Mann. Okay. Oh, ich nehm den Rezeptor. Ey, warte, ich dachte nicht. Äh, nee, 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 er kriegt auch. Oh, ich nicht. So, sehr Dankeschön an euch beiden. Ach, tschößen. Dankeschön euch. Also seid ihr sicher, dass das aufs Haus geht? Ja, ja, gerade nochmal mit Max hat das auch mal, weil ich so lange warten musste. So, Babi macht gleich noch die Werbung fertig, aber jetzt ladet ihr das Programm einmal abgeraucht. Okay, also ich glaube, wir kommen jetzt auch mal jetzt. Ja, auf jeden Fall. Das ist noch ein paar Sachen. Die Augenfarbe kommt da durch so krass raus, also wirklich sehr schön. Also ich muss auch sagen, wir waren sonst immer beim anderen Puse, also ich glaube, so lange hat sich noch nie jemand Zeit genommen. Ach, chill, du isst in den schlechten Sachen, ich weiß nicht. Nee, ach, die Haare sind so gesund aus, das ist mit dem Ohlerplex, das ist echt gut da. Ja, deswegen machen wir das damit. Ja, okay. Also wirklich sehr zufrieden. Freut mich, freut mich echt. Das sind meine ersten Kunden und so offiziell. Also hast du richtig gut gemacht, ich denke mal, wie kommen wir da. Freut mich, freut mich echt. Habt ihr irgendwie so eine Kundenkategorie, also so eine Kundenkartei? Ähm, lass mich mal schauen. Da kann ich nicht mitdrehen, davon habe ich noch keine Ahnung. Ich wünschte dir euch eben von Kundenkarten, das wäre toll. Boah, Europa, die war so krass, ne? Kannst du noch in RDP eintragen dann, oder so? Genau, Sekunde, ja, jup, haben wir eine Sekunde. Ich hatte gefühlt, ich sehe nur die Hälfte. Alles gut. Einmal den Vornamen. Äh, Leila, L-E-I-L-A. Ja, Nachnamen. Uns mit S-M-I-T-H. Okay, einmal die Telefonnummer, bitte. Öh. Was ist das? Äh, 5, 5, 5. Ja. 1, 6, 3. 1, 6, 3. 5, 3, 9. 5, 3, 9, super. David, kannst du mir einmal die Daten, die Bezeichnung der Perücke geben? Jawohl, von den schwarzen? Genau. Okay, das ist den 100. 100? 61, 61. 61. 61, 61. Perfekt, super. Dann schreibe ich das nämlich direkt mal hier rein und dann ist das auch komplett gespeichert im System. Wo, 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 wo. Ist gut. Okay, klasse. Okay, hast du eigentlich schon deine Post-its bekommen? Wie? Max, hast du die Post-its bei ihr besorgt? Ach, komm. Äh, ich hab die bei YouTube gekauft. Äh, ja, wir haben uns ja mit deiner getroffen. Die Toiletten. Bringt nichts. Die Toilettengeschichte, ja. Wo sie sich keine Hände gewaschen hat, du ekelige. Hast du denn die Toilette-Hände gewaschen bei David? Ja. Da meintest du, du wolltest unbedingt welche haben. Und hab ich gesagt, überhaupt vorne Verkaufsautomaten. Willst du die Haare was? Ich muss aber nur mal sagen, dieses Kacke-Fenster, habt ihr das mittlerweile geklärt? Nein, ich muss da noch eine E-Mail an McVide schreiben, dass sie ein paar Mängel beseitigen. Und das ist natürlich der Hauptmangel. Ja, vor allem, Mc stand halt ungelogen. Die ganze Zeit hat man beim Krankenzug geguckt. Das ist so unangenehm, aber... Ich glaub, sie wollte einfach nur sicherstellen, dass kein anderer gucken kann. Hätte ich... Ja, ja, doch, bestimmt. Ich sag's mal so, ne? Jeder braucht ein Hobby. Ja, oder einen Kink. Ja. Das ist aber ein sehr fragwürdiger Kink in meinen Augen. Sie hätte sich auch rumdrehen können und mir ihren Hinterkopf präsentieren können. Aber nein, sie hat halt genau durchgeguckt, komplett. Vielleicht wollte sie nicht unhöflich sein, wenn sie den Rücken zutritt. Sie hat den ganzen Prozess mit beobachtet. Die wollte sich vielleicht anfeuern. Ja, okay, das... Die Jubelrufe. Ja, wahrscheinlich. Okay. So. So, aus Gottmeldung, was ich bei uns jetzt heute machen. Hm, gute Frage. Ich weiß. Natürlich weißt du das, du weißt ja alles. Mhm. Ich glaub, wir überlegen uns einfach was Schönes. Könnte doch noch eine Runde schwimmen gehen. Ich brauche nicht schwimmen. Schwimm, schwimm, schwimm. Und für alles zu haben, was nicht mit unnötiger körperlicher Betätigung zu tun hat. Treiben lassen im Wasser einfach. Wie ein Stück Holz. Ja. Nö. Also nicht am Wasserfall schwimmen gehen sehr gut. Sonst endet das ein bisschen schwierig. Nur für den Wasserfall. Mhm. Oh, wir könnten aber wirklich zu dem Eulen Wasser fallen, ne? Hält dir das gesehen? So, äh, wem? Ah, ja. Klingt gut. Weil da muss man sich ja nicht groß. Da setzt man sich einfach schön hin und sonst wären wir im Pool. Du meinst bei diesem Matterfall, ne? Genau, richtig. Das Kleid war sehr teuer, oder? Ich überlege die ganze Zeit auch, ob ich's mir kauf. Ähm, ehrlich gesagt weiß ich nicht so genau, wie teuer das war, weil ich das geschenkt bekommen hab. Wer hat ihm das denn geschenkt? Ähm, er doch. Oh, das ist ja lieb. Ich will auch eins. Oh, äh, ja, dann hab ich jetzt, Entschuldigung, ich hab jetzt aber auch nicht den Preis gedroppt. Alles gut. Aber das ist wirklich, boah, das ist ja wirklich lieb. Das Kleid ist wahnsinnig schön. Und das gibt's auch in verschiedenen Farben, ne? Schwarz, Rot. Genau, genau. Weiß. In weiß die Zeit ganz toll aus. Aber ich find tatsächlich, dass, ähm, also ich find tatsächlich, diese knalligen Farben sind bei dem Kleid viel besser aus. Als einfach nur simpel schwarz. Weil eigentlich bin ich eher so eine Schwarzträgerin, aber... Ihr Kostüm war so toll. Ich muss es noch mal sagen, ich hab mich so gefreut, dass es auch noch genau das war. Ich hab's... Ich war mir erst nicht sicher, aber dann hab ich den Knopf im Ohr gesehen, also das Headset, und dachte, Moment mal, das passt euch jetzt einfach viel zu gut. Aber dass du echt auf so einen Detail dann auch achtest, das ist schon erstaunlich. Also ich find's erstaunlich, dass das jemand kennt. Deswegen hab ich mich so gefreut gerade. Hm? Lange her. Ihr Kostüm. Es war tatsächlich ein bisschen Zufall am Anfang, weil ich vorher die Frisur für Harley Quinn hatte. Ah. Und dann bin ich durch Zufall noch drüber gestolpert und dachte, ja Moment, da war doch mal was. Ja, und es passt tatsächlich unfassbar gut. Hm. David, was machst du für Notizen? Ja, ich traf die Juden-Gott ein bisschen, den ganzen Sachen, wenn ich mich aufgeschreibt habe. Sitzt Barbara immer noch hinten? Ich geh mal schauen. Ja, wir haben eigentlich offiziell gar nicht geöffnet, das Posting müssen wir noch machen. Achso, stimmt. Wie spät haben wir denn? Okay. Kurz nach Israel. Ja, Sekunde. Gerald? Ja. Ich glaube, Barbara sollte das Posting erstmal nicht machen. Die, äh, die passt halt wirklich, ne? Achso, ja, soll ich ja sagen. Das ist Kofi, das bin ich. Vielleicht, also, vielleicht können wir das Posting ja dann für, für, für die Tag, als für Mittwoch oder so nehmen. Okay, dann sag ich immer Bescheid. Kofi, die passt wirklich. Einen Moment, ich muss kurz gerühen. Entschuldigung. Dankeschön. Ich hab's mir überhaupt geschenkt. Äh, das bin doch ich. Bitte nicht, das sieht furchtbar aus. Also, ich, ich find, die sieht interessant aus, aber das sieht halt so aus. Wie diese Cola-Schnüre. Cool. Ich find, das sieht aus wie, wie so ein Rechner, bei dem man ganz viele USB-Kabel angesteckt hat. Äh, so fühle ich mich auch. Oh. Okay. Dann, ich hab's mir auf jeden Fall aufgeschrieben. Oh, Michael, da freue ich mich. Ja, das ist es. Oh, ich guck hier auf die Kopie. Die CB-App ist einfach genial. Oh, danke schön. Hallo, ich bin auch noch da. Oh, Barbara, du kannst da allein wegbleiben. Oh, ist das Sophie? Ich will gucken, ich will gucken. Schau, ey, denn sieht echt geil aus. Sophie, ich bin auch nicht Max, ich bin, äh, Kate. Ja, genau. Oh, mein Gott. Super, nee. Guck mal die Werbung. Erkennst du mich? Barbara, hab ich dich? Ja, natürlich. Ich find es so gut. Ja, das sieht sogar noch besser aus, wenn ich mittendrin mein Scheißgerät habe. Ich stürze mehr. Aber Barbara, wie geil das einfach ist. Ja, das ist echt gut. Ich freue mich, dass es euch gefällt. Dann hat das Lach-Hein-Sinn gehabt. Ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Ich bist so perfekt. Ist das Lami? Ist das Lami? Ich würde dich nur dir sagen. Ja, ist du dir Lami? Oh, das gibt's einfach. Ich sitze auch. Und deine Idee, die Schaufelwitte, ne? Der war echt so groß. Oh, man. Muss ich das nochmal angucken? Ich kann dich aufhören. Der ist so gut. Das Leben ist ja jetzt, wenn unsere Frisuren sicher nicht, wer uns erkennt bekommt, ein exklusiver Rabattwirt. Ach, das glaube ich nicht. Ich wollte gerade sagen, ja. Ich weiß. Wie das einfach aussieht. Eben. Ich muss mich einhören und beschreiben. Und einfach den toten Köln mit den Engel scheinen. Beim nächsten Mal bin ich stark, weil ich bin ja selber traurig. Du bist erstmal kaum noch. Ja, toll. Dann werden ja alle gestorben. Ja, wobei, die wären zum Himmel aufgegangen, weil das so schön gewesen wäre, ne? Was? Die sieht tatsächlich sehr gut aus, ja. Ich war halt so viel oben im Rappen. Ich habe ein bisschen schlabern Zug. Ach so. Ach so schön. Lacht ihr noch immer darüber? Oh, oh. Ich glaube, die ist gerade. Ja, was ist? Das ist so krass. Welcher Zug? Das ist so krass, ja. Ach, das ist... Ich kann gar nicht glauben, dass es so ein Foto ist. Das Foto von uns ist. Das sieht ja fast aus wie ein Spiel. Den sieht halt echt... Also... Also du weißt, was ich meine, ne? Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Den sieht halt... Also vor allem so bei Rachel und Chloe könnte man denken, dass das so vom Spiel selbst ist. Ja, ich kann nicht. Das ist so krass. Alter. Barbara hat echt delivered. Blond, blond, ja. Du hast hart delivered. Gut, gleich, wie schön. Vielleicht sollten dein Programm öfter abstürzen, damit du solchen Meisterwerken entstehen lässt. Nein, glaub mir, das war noch viel besser, aber dann war die Hälfte weg. Es war so traumatisch, wirklich. Ich habe kurz überlebt, ob ich doch... Jetzt kann ich leider nicht aussprechen. Also so? Ob ich meinem Charakter sehr treu werde. Ansonsten finde ich es auch noch ein bisschen heller machen. Oh mein Gott. Gut, dann hol ich mal es sitzen. Was müssen wir jetzt noch machen? Ähm... Warten. Ach, stimmt. Ob jemand kommt. Oder was ich immer gerne mache, ist ja einfach... Ich mache manchmal ein bisschen sauber. Ich habe mich halt überall... Ich finde, du siehst ganz süß aus. Aber ich sehe aus wie so eine verbrauchte Teenager, die noch mal jung sein möchte. Können wir kurz nach oben gehen? Babi, du bist Kate. Weil, wenn man kurz ruhig ist. Okay. Oh. So, wegen diesen Perückensachen auf den Post-its. Genau, das steht tatsächlich jetzt in ihrer Kundenkartei drin. Mhm, aber schau mal. Ja? Ähm, wenn wir ja den Leuten einen Perücken anfertigen, dann geben wir immer so ein Post-it mit, oder? Genau, und die... Ja, ich weiß, dass andere das genauso machen könnten. Ja, und ob wir dann vielleicht so gezeichneten Gutschein bekommen. Gutschein. Ja, guck mal. Mehr oder weniger. Den aussehen wie Gutschein, wo wir dann draufschreiben können. Wir haben... Wo den Leuten dann auch sehen, dass der von unserem Friseur ist, sag ich mal so. Genau, guck mal, siehst du das hier? Ich hätte zwei Varianten. Also, schau dir den Gutschein mal an. Mhm, mhm, mhm. Ne? Die Post-its ist halt ein bisschen gefährlich, sag ich mal so. Mhm, ich weiß. Gib mir meine Kundenkarte wieder. Ui, ui. Brötisch. Bin zu froh. Ähm, das... Ähm... Ähm... Ja. Ähm, Gerald, David hat gerade was angesprochen. Was denn? Erstmal, Gerald, guck dir mal ganz kurz das hier an. Das ist die Kundenkarte, die ich heute vom, äh, Thrift-Shop bekommen hab. Oh ja, die kenn ich, die ist schon echt hübsch. Achso, die hast du auch schon bekommen? Okay. Gib mir die wieder dir halt. Nee, noch nicht bekommen, aber, äh, ich kenn sie. Genau. Und, äh, das La-Katrina zum Beispiel hat auch eigene Kundenkarten. Und David meinte gerade... Ja, das weiß ich. Genau, David meinte gerade, dass das mit dem Perücken halt, so wir schreiben das ja auf dem Post-it und theoretisch könnten die ja überall hingehen. Weißt du, wie ich mein? Mhm. Ähm, und, äh, dass wir halt so Kärtchen bräuchten, die halt... Es gibt gezeichnete Kärtchen, wo man auch sieht, dass es von unserem Friseur ist, quasi. Mhm. Oh, ich find das schön, dass du schon sagst, von unserem Friseur, David. Soll ich nichts versorgen? David hat das so gut gemacht, wie wir heute wirklich. Ähm, ja, hat auch die beste Ausbilderin. Soll ich dir gerade mal zum DRL und dann mal anfragen, ob wir da was machen könnten? Ja, das wär super. Oder müsste ich dafür nach Taco? Ich weiß nicht. Also für Kundenkarten, ja, Cypress, oder? Cypress? Mhm. Aber du musst dich bei Cypress melden wegen Kundenkarten. Okay, warte. Ja, da kenn ich mich nämlich noch gar nicht so gut aus. Aber warte mal, ich mach mir mal nen Drehs. Ich auch nicht. Dann hab ich überlegt. Also ich hab... Warte mal kurz. Ich hab noch ein paar Sachen in die Dokumente reingeschrieben. Ja. Warte, was ist denn? Muss ich nur mal gucken. Okay. Joach. Wurde ich einen Kaffee? Ja, unbedingt. Oh ja. Obwohl ich hab grad Whisky bekommen. Oh. Wirst du ein Whisky lieber? Aber Gerard, du fährst ja bei uns mit, ne? Ja, war ich mit. Mr. Jeff Helmson fährt bei dir mit. Ariane. Oh Mann, nein, ich geh weg. Verbuddel mich nicht. Ich geh die so, das ist okay. Ach so. Brauchten, brauchten, wie heißt es, brauchten Kate und Anni noch etwas? Oder standen die da einfach nur? Ähm, ich hatte gerade gefragt. Ich glaub, die standen da nur. Ich bin auch bei den ganzen, bei den rotharigen Mädels und dem Mann hingegangen, aber die meinten auch, die brauchen nichts. Okay. Genau, die sind ja jetzt eh schon weg. Äh, genau. Ich und, äh. Ich geh noch mal kurz einen Kaffee. Ja. Wir können gleich mal nochmal unter, mit Max nochmal unter sechs Augen sprechen. Mhm. So, dann frage ich nochmal und dann, ja okay, nächstes Mal machen wir noch ein bessere, macht Dabi noch eine bessere Werbung, aber sie ist so gut in Werbung. Also das war, das war ja wirklich fantastisch. Also wirklich perfekt. Ich glaub, wenn wir das um zwölf geschaltet hätten, hä, dann wäre die Bude so rammelvoll gewesen. Ja. Ich mein, das, was wir jetzt zweimal gemacht haben, einmal dieses Midnight Cut hier, 20% Rabatt und dann die Idee von Max heute, dass wir uns alle kostümiert haben, dann denke ich mir so, vielleicht sollten wir irgendwann mal zum Beispiel, dass wir an dem Tag alle blau tragen und alle, die sich eine blaue Haarfarbe machen, kriegen halt 20% und wir stehen alle komplett blau im Laden. Oder, oder, oder ein, oder ein Glas Whisky, weil sie blau werden. Oh, das klingt so laut dazu. Oh, das Swimmingpool ist auch blau. Oh, ich liebe das Swimmingpool. Hi Max. Wird echt geil. Ah, perfekt, wir können eigentlich jetzt kurz mal reden, ne? Ah, warte kurz, ich bin noch, haben wir was zu treten. Wunder schon, so, Barbara, dann. Okay. Bis gleich. Bis gleich, David. Die Sache ist, ich... Die Sache ist, ich wollte wirklich, also ich dachte nur, David macht einfach ein Praktikum, ich wusste jetzt nicht, dass er so gut wird. Oh, der strengt sich richtig an, ne? Ja, richtig. Aber du meintest ja, dass wir halt so keine Freunde reinholen, also deswegen, das war jetzt voll doof, deswegen, wenn du gerade keine einstellst, dann sag es einfach ganz offen, das wird ja bestimmt auch verstehen. Ja. Nicht, dass du denkst, wir wollen dich da irgendwie drängen, überhaupt gar nicht. Das hat sich jetzt so überschnitten. Nee, das ist, das ist, ja, darüber reden wir gleich nochmal. Okay. Am besten. Okay. Aber, nee, ich sehe da kein Problem, vor allem er ist ja auch immer dabei, ne? Und, und vor allem, ich sehe ja auch, dass es halt mit Jodi richtig gut läuft, ne? Also ich bin da wirklich so, also sie ist eine Stille, sie sagt nicht viel, aber zum Beispiel, wenn ich heute einfach mal ins RDP gucke und auch gestern oder so, man sieht einfach, sie war vier Stunden da, hat ihre Sachen gemacht, die vier Stunden abgedeckt und dann ist sie wieder außer Dienst gegangen, hat sich auch erinnerungsgemäß bei Max abgemeldet und so und da denke ich mir einfach, das ist halt echt super, ne? Und sie hat auch 280 Dollar gemacht, so, nee, sogar 530. Ich habe halt tatsächlich immer so ein schlechtes Gewissen, weil ich so wenig Zeit habe, weiß du hast aber so viele gute Ideen, Ariane, wirklich. Ja, aber mit Ideen allein, weiß ich, ich fühle mich einfach nicht so wohl dabei, deswegen, ich fühle mich immer wohler, wenn ich dann wirklich ein paar Kunden machen kann. Aber guck mal, du stehst doch hier, wir machen Kunden, wir haben Spaß und da, wir haben darüber geredet, Ariane, darum geredet, ne? Nicht, dass du dich gedrängt fühlst, hier zu arbeiten, sondern einfach, dass ich euch, ja, ich weiße. Ähm, soll ich, eine Frage noch, soll ich, ähm, die, äh, David hat ja jetzt, die Kundin, die hat dich übrigens eingetragen, die hatte gerade noch gefragt, ob wir eine Kartei haben, da habe ich sie direkt eingetragen, ich habe die Perücke von ihr auch eingetragen. Ja. Und, ähm, David meinte dann, äh, ich soll diese Sachen, äh, die, die ganzen, ähm, über Bestellungen halt, weil er kann darauf nicht zugreifen. Ja. Ach, stimmt, weil er ja Praktikant ist, ne? Ja. Soll ich da, das jetzt über mich eintragen oder lassen wir das, weil das eh kostenfrei war? Ja, lassen wir einfach, weil es eh kostenfrei war, da müssen wir nichts eintragen. Also, wenn es kostenfrei ist, ist, äh. Ja, weil Max hatte da anderen Kundinnen, weil die ja gewartet hatte, das auch erlassen, deswegen habe ich dann jetzt bei ihr auf, weil die so lange warten. Nee, nee, alles gut, alles gut. Wenn, das, das lege ich auch in eurer Hand, ne, wenn ihr sagt, boah, die haben so lange gewartet, dann mache ich Rabatt oder, äh, mache ich umsonst oder so, da vertraue ich euch vollkommen. Sollten, sollten Leute hinkommen, die ich nicht mag, dann werde ich das Doppelte abziehen. Nein, Spaß. Ja, gut. Brian Gamble, erst mal glatt zu machen. Entschuldigung. Oh, ja, so, perfekt. So, dann reden wir noch mal unter sechs Augen. Ich sterbe. Ach. Genau, okay. So, dann sind wir unter sechs Augen. Äh, sind wir das? Ach ja, sind wir das? Äh, ach so, unter sechs Augen. Äh, boah, ey, sechs Augen sind, ich dachte gerade, das wäre eine Matheaufgabe. Ach so. Oh, und danke, Chloe. Nach fünf Jahren bist du noch Max Caulfield. Ein Moment, Entschuldigung. Ich komme zu 받아. Oh, ja. ÜB. Vielen Dank. 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 Ich habe hier meine Knöpfe eingespeichert. Vielen Dank. Vielen Dank. Und Ariane, du darfst du mit David wieder übernehmen. Okay, super. Ja, wir machen das gleich. Achtung, Achtung. Ja, das war's. Das war's schon. Ja, das war's. Ja. Ja, ja. Ja, das war's. 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 Ja, ja. Ja, okay. Ja, das war's. 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 erzählt, wie wir fast Colin zum gebracht haben, Skinner wieder da ist, wir ein paar Stunden lang das Cosplay vorbereitet haben, und jetzt hier sind. Wir haben es keine Sekunde bereut. Okay. Max meinte, ich soll dich fragen, wie es der Skinner geht. Das habe ich nicht gesagt, aber ja. Papa, er dachte, er ist aufgewacht. Ja, stimmt. Ich hatte, also er hat mich angerufen und meinte, hier, ich bin im MD und ob ich ihn abholen kann und dass er gemerkt hat, dass ich wohl ab und zu da war und dass er so einen ganz bösen, schlechten Horrortraum hatte und er glaubte aber nicht, dass der Traum wahr ist und so und dann hat er sich so gefreut, mich zu sehen. Da habe ich gesagt, der Traum ist wahr, Larry. Und dann hat er angefangen zu weinen, er hat mir schon so viel geweint und ich fühle mich so schlecht und er sah so gut aus. Und dann hat er sich umgedreht, also er hatte die coole Klamotten, an die ich ihn mitgebracht habe. Und dann hat er sich umgedreht und er hat die Muschibremse noch im Gesicht gehabt. Das ist das Einzige, was mich heute davon abgehalten hat, ihm wieder zu verfallen. Euch auch noch einen schönen Abend. Ach so. Schönen Abend. Macht's gut. Schönen Abend. Tschüss. Kommt gut nach Hause. Danke. Tschüssi. Tschüss. Und dann hat er zu mir gesagt, dass er das versteht und dann hat er mir gesagt, du hast immer so Kleinigkeiten für mich gemacht, hat das alles aufgezählt, was ich gemacht habe. Und dann meinte ich, ja, und das hätte ich mir auch von dir gewünscht. Dann meinte er, ja. Ja, wenn ich zu spät ist, dann fällt ihm das ein, ne? Warte mal, David, ich gebe dir mal die Kontonummer einfach vom Laden. Soll ich es mal einfach so machen? Dann kannst du das direkt selbst überweisen. Dann überweisen. Woher will ich mich? Dann ist da auch was von dir. Warte eine Sekunde. Barbara, ich erzähle gleich weiter. Du wirst das bestimmt hören. Ich hätte mir Geld gegeben. Woher merkst du denn das für mich? Hä? Oh, Max, kannst du das mal... Hä? Ich habe eine... Okay. Sofort. Wer bekommt das jetzt? Ich, ich, ich. Max. Chloe. Äh, David. Was wäre ich jetzt? Ich, ich. David. Max. Also David. Weil, genau. Genau. Diese Dollars werden Konsequenzen haben. Mhm. Ähm, David, schreib dir mal die Kontonummer auf. Ja, ja. 2, 6, 9. Mhm. 2, 3. 3, 3. Nein, 2, 3. 2, 3, okay. 5, 8, 6. 5, 8, 6. Genau. 2, 6, 9. 2, 3, 5, 8, 6. Genau, genau. Okay. Und da einfach 20 Stunden überweisen, oder? Ja, schreibst du einfach das Datum dazu. Praktikan. David, keine Ahnung. David, David, Leroy. Äh, Leroy. 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 Es waren nur den 20 Stunden heute. Leroy. Nein, 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 ich brauch nix. Nein, ich will nur, dass die die trinken. Nein, 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 nein. Wollen wir den Laden. Das ist aber auch geholfen. Hab ich nicht. Ich hab dich nur beobachtet, aber ich wollte nur, dass sie dir auch für die gute Arbeit trinken entgehen. Achso, egal. Wollen wir den Laden schließen? Nee, schau was ist es. Also, mir ist das egal. Äh, jetzt ist ja bald halb vier. Oh mein Gott. Stimmt. Weil geht ja noch, ne? Scheiße. Aber wir hätten auch vier hoch haben können, so ist es nicht, sag ich mal so. Das stimmt. Ist ja doch vier Uhr 14 sein Kind. Auf jeden Fall, Barbara, hab ich nicht übers Herz gewartet, ihm zu sagen, hier, das mit dem Ausziehen auszusprechen, weil ich hab, er steht jetzt im Gästezimmer und er hat von sich aus gesagt, dass er sich dann bald wohl irgendwas Neues sucht und hab ich dir in die Wohnung... Ja, wenigstens etwas, ne? Hab ich dir in die Wohnung vorgeschlagen, die ich ausziehen wollte, damit er noch ein bisschen in meiner Nähe ist, weil er hat gesagt, wir werden in den Norden ziehen und das freut dich nicht. Aber das ist doch gut, wenn ich ihn erstmal nicht mehr angucken muss, oder? Ja, so ist es. Ich bin froh, dass ich John nicht mehr getroffen hab. Ja, man hat geweint, Barbara. Ja, ja, man hat geweint. Der soll sich immer nicht so einstellen, ne? Der ist sein schicksalseigner Schmied. Ja, ich so auch. Du darfst dich jetzt nicht weichkochen lassen, nur weil er ein bisschen auf der Tränendrüse drückt, meine Jüte, das erwachsener Mann. Nein, Jüte, ne. So ist es. Das ist natürlich traumatisierend, ne? Ich verstehe, dass er traurig ist, aber... Ich hab ihm gesagt, dass wir beide halt verschiedene Sachen wollten und dagegen hat er nichts gesagt. Das heißt, er ist halt auch sowieso immer noch der Meinung und deswegen wird's halt so oder so nichts bringen. Ja. Ja, selbst wenn er sich jetzt ähnelt hat, das ist auch nicht der richtige Ansatz, ne? Ja. Damit er dich dann da behält. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen... Ich bin so schwach, Barbara. Er hat so eine Karamellstimme. Ach, der hat keine Karamellstimme. Der trinkt wie eine... Der Lärer, der dir immer ein bisschen zu nahe tritt. Ah, Janna, also nach der Stimme solltest du jetzt nicht gehen. Serge hat eine bessere. Ne, da finde ich Lärich tatsächlich besser. Echt? Re-Talk, ja. Okay. Ich glaube, er manipuliert mich ein bisschen, kann das? Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, der nutzt dann Gutmütigkeit aus. Ja, das kann ich mir... Also ich kenn ihn nicht mehr. Ich will ihm jetzt nichts vorwerfen. Da muss man aufpassen. Da gibt es ganz viele. Kannst du das nochmal abspielen, bitte? Er ist kein schlechter Mensch. Schwierig. Ja, also auf mich hat er auch eher einen netten Eindruck gemacht. Ach so, eine andere Frage. Die anderen das sagen. Die kennen ihn ja besser als ich. Wir müssen auch noch ein gutes Profilbild für mich machen. Ich habe nämlich immer noch keins. Können wir bitte ein Gruppenfoto machen, die er macht sonst in dem Outfit? Machen wir das draußen dann? Ja. Oder soll man irgendwo hinfahren und das machen? Ja, auf jeden Fall. Dann bearbeite ich die Fliege. Wo Licht ist, Wiese und Bäume. Ja. Gibt es in der Müllhalde? Ja, gibt es. Wir bräuchten eigentlich für jeden so ein... Für Max so Licht scheint für mich so ein depressives Umfeld. Für Rachel hätte ich einen Friedhof. Also ich brauche einen Friedhof. Du brauchst einen Autofriedhof. Ja, genau. Für Kate ein Dach. Ja. Ein Dach? Wir brauchen hoch. Ein Dach. Ja. Das ist jetzt und das, was wir als nächstes machen. Oh scheiße. Ja, Mann, ich schau. Ja, klar. Also ich kann uns... Aber ich will nicht, dass du Larry hasst. Ach so, ja. Nur weil ich jetzt da irgendwie dieses Trennungsding mit dem hab. Nee. Er wird euch zeigen. Und ich glaube, er hat keine Freunde. Oh je, ja gut. Schade Schokolade, würde ich sagen. Ich werde ihn jetzt Geralt ausnutzen, weil ich hab mich ein bisschen mit dem Katalog auseinandergesetzt. Ja, das hast du sogar wirklich sehr gut. Das ist jetzt leider nur bei Männer. Bei Frauen konnte ich noch nicht so intensiv schauen. Da hab ich auch ein paar Sachen gemacht, die sehen ganz cool aus. Und ich wollte mich fragen, wie die aussehen. Wir gucken uns das im Katalog an. Also könntest du vielleicht nur deinen Brillen ausziehen vielleicht? Ja. Okay. Dann fangen wir mit den Ersten an. Also wie gesagt, den ist nur so... Erstmal... Den Ersten, den mich so eingefallen sind, den Sachen, sag ich mal so. Ähm, das ist den hier. Nein, den ist nicht den. Moment. Eddie? Ah, hier. Ich nenn den den Golden Charm. Den Golden Charm? Den Golden Charm? Den Prinz Charming. Und weil die so goldig aussehen. Ach, Prinz Charming. Das ist wirklich... Oh mein Gott, das ist so eine gute Idee. Wir könnten eigentlich... Die Philosoph für die gute Fähre hast du ja schon mal. Wir könnten wirklich so einen Werbespot mal drehen, so weißt du. Und dann macht immer irgendjemand irgendwas. Oder einfach so eine... Wovon ich so auch Lust hätte, wäre so ein Recap dann später, weißt du, wie alles angefangen hat. Und was wir alles so gemacht haben. Zum Beispiel jetzt das oder so. Und dann einfach so durchlaufen lassen, weißt du. Ist dann sowas nostalgisches. Oder wirst du das auch machen können, wenn wir den Laden öffnen, ne? Lassen wir einfach eine Kamera vorne am Eingang mitlaufen. Und wir machen Zeitraffer. Wie wir die ganze Zeit für die Kuppen bedienen. Ja, oder das? Na, jetzt kommst, David. Dann hau mal raus. Das hier ist so den männlichen Cappuccino da, den du mich damals gemacht hast, Ariane. Das wird mir aber nicht stehlen, oder? Gerade eben bestätigt hier alles, aber gerade siehst du aus wie so ein schmieriger Mafiosi. Genau, und den Cappuccino gibt es dann auch noch mit dem Prisuch hier. Also von meins. Von meinen Orginen-Prisuch. Äh, äh, äh. Ähm, dann noch habe ich noch den, Moment, den ist auch eigentlich cool. Ich freue mich schon, die Frisurenkarte zu beschreiben. Ja. Sie sieht wirklich aus wie unser Frisörchef. Warte mal. Ich mach noch mal so. Kannst du noch mal machen? Äh, den von eben? Ja, den tut. Äh, warte mal, Moment. Äh, hier. Hier, äh. Stolz auf dich, David? Gera, du siehst voll aus wie, 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 wie halt jetzt ein richtiger Chef, so ein, so ein Chef-Chef, wo man sich nicht traut, was zu sagen. Dann lieber, lieber nicht. Okay, so, dann habe ich noch, äh, vier Stück, Moment. Äh, ähm. Den ist, den, äh, äh, bei dem Blond ist nicht so schön, aber ich nehme dann erstmal den Platinenblonden Rockstar. Ich muss sagen, wie schon an dem Blond arbeiten. Du magst die Frisur nicht. Aber vorher. Ich arbeite mit dem Besten, den es irgendwie gibt, womit man echt was anfangen kann. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Äh, dann gibt es natürlich, ähm, wir hätten den gedacht, den wunderschönen Goldlöckchen-Fisuren. Wo ist denn? Ah, Goldlöckchen, stimmt. Äh. Ja, das ist mein letztes Mal. Den Goldlöckchen-Frisuren, genau. Oder Goldlöckchen-Frisuren, den schönen. Ja, der erinnert mich sehr an dich, David. Ach, echt? Wieso wundert mich der nicht? Weiß nicht. Und dann gibt es auch noch den mit den Frisuren vorsehen. Ist ein bisschen, ähm, Golden Charme, nur ein bisschen, wenn es schon blond. Wollte ich dann auch auslassen, tatsächlich. Äh, dann habe ich noch. Oh, jetzt kommt den Ambition-Crisin, Crazy One. Ja. Wo ich mit mehr Farben gearbeitet habe. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Dann ist so, ich nehme den Galaxy. Oh, Monofficial. Oh, was für eine große Gruppe. Vielen Dank für den Raid. Äh, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich bin wirklich, äh, beeindruckt. Eine Sekunde, ich bin gerade im RP, ich muss kurz weggehen. Dankeschön. David. David, die ist ja von am Gänzen, die Farbe, die ist wirklich gut. Also so richtig am Strahlen. Kannst du mir mal mit dem Dut machen? Äh, Golden Bander. Oder welchen? Diese, äh, diese Farbe mit dem Dut. Nochmal, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön, dankeschön. Dut war den 98. Viertet ein schönsten. Dankeschön. Genau. Nicht wundern, ich gucke hier immer so seltener im Chat, weil ich gerade hier so ein bisschen konzentriert drauf bin. Was ist denn? Das ist da der Epotekant gerade. Guckt mal bitte unsere Gruppe an. Wir sind, also GTA-EPs, ne? Hier, guckt mal unsere Gruppe an. Erkennt ihr uns alle? Erkennt ihr alle unsere Charaktere? Und das an einem Tag? Ariane, wie bildest du die Leute aus? Hä? Äh, nee, das hat David sich tatsächlich selber beigebracht. Ich weiß nicht, wo. Nein, 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 Ariane hat mir stark geholfen. Ach, gut. Aber ich habe mir heute das mit dem Färben, mit den Zusammenmixen gezeigt und wie man einen Zopf flechtet. Ariane, hast du echt sehr gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf David. Ariane verdient eine Beförderung. Hä? Ich bin's, Cosio? Alte, Cosio ist ein Merk. Bis Cosio? Nein, David, ich bin wirklich, wirklich sehr stolz auf dich. Ach, Quatsch. Ach, ich bin eine stolze, große Schwester. Ach, David, du hast ja richtig einen Bussi verdient, ne? Ja, nein, danke. Ja, nicht von mir, keine Sorge. Aber von Gerard. Ach so, okay. Oh. Ariane. Ja, was denn? Das ist dein Bruder. Du bist ja nicht Blutsverband. Und wir haben schon gehalten. So, ihr habt euch die Hände geholfen. Ihr habt euch die Hände geholfen, als ihr euch die Hände aufgeschnitten habt. Ja, ich hab's im Blut schon ausgeschieden. Äh, sollen wir die Fotos machen gehen? Ah, super. Dann müssen wir hier schließen. David? What? Ne, das machen wir später. Ähm. Mach mal bald. Also jetzt nicht, aber bald machen wir eine kleine Prüfung. Dann machst du Gerard zum Southsiler. Oh, echt? Dann gebe ich dir Themen vor und dann guckst du, was du da machen kannst. Oh, okay. Meine Güte. Weil das ist einfach. Was? Southsiler? Weil ich weiß. Also eher Akku oder Rettloch. Einfach so mit der Frisur und Bart, wenn man so Themen vorgibt, dass man sagt, hier, Southside, jetzt mach das mal ausgehen. Weil das ist einfach. Ich mach dann mal, wir sind so post, ne? Bevor ich Slash noch jemand dir antalzt. Noch mal, noch mal so, ne? Barbara. Southside an sich, ne? Hab ich auch schon zu mir gesagt. Das meiden wir erst mal. Echt? Ja. Southside ist nicht so unser Pflaster eigentlich. Wir sind eher so Feinwood. Ich glaub, Southside ist mehr so La Catrina wie Beat von uns. Ach so, okay. Und die Rocker wären aber eher bei uns, ne? Das ist auch gut so. Mein Gott, ne? Weil wir haben ja viele Rocker hier im Laden. Ich werd euch das... Ja, das stimmt. Also eigentlich Sandy Shores und so ist eigentlich unser Gebiet. Ja, okay. Aber, ja, das durchmischt sich ja eh so ein bisschen, ne? Aber ich werd euch nicht erzählen, wer das ist, ne? Aber ich weiß, wer Bambi ist. Wer was ist? Bambi. Die Stripperin Bambi. Oh, unangenehm, Geralt? Äh, nö. Die Stripperin hat dich ja schon sehr angemacht. Das stimmt, aber sie hat gesagt... Sie hat ja sowas für dich nie wieder von dir hören. Oh mein Gott, ich muss dir zu mir daran denken. Aber sie hat gesagt, sie würde sich wünschen, dass wir die Pflanzen machen würden. Naja. Echt? Vielleicht irgendwann mal. Ja. Können wir uns bitte alle unsere Cosplays merken für das nächste Mal? Sehr gerne. Aber es ist wirklich sehr spät. Wir sollten jetzt gleich... Wir machen jetzt noch die Fotos und dann gehen wir nach Hause. Und so einen Salon. Genau. Wir finden doch bestimmt so einen Schrottplatz und einen Müllplatz für mich und Max. Ich meine für mich und Chloe. Schrottplatz. Finden wir doch bestimmt hier im Norden, oder? Den gibt's bestimmt im Norden. Oh, ich weiß, Frau. Oh, ich weiß, Frau. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir irgendwelchen Gangstern begeben. Ja gut, Geld bringen wir jetzt weg und Schmuck hat niemand dabei, oder? Nein. Ähm, nee, aber Geld bringe ich jetzt gleich wirklich nach. Ja, ich auch. Ja. Ich werde mich vertreten. Ich... Äh... Ist das jetzt wieder Werbung? Wir rücken und so abnehmen, oder? Äh, ja, wieder Werbung, aber das ist so, dass man jetzt Werbung ausklicken muss. Also, wie zu... Ich frage nur, ob das jetzt... Ich das wieder als Werbung eintragen muss. Gut, dann hab ich... Oha, wie viele Leute unter unseren... Unsere Werbung gepostet haben. Drei waren wir, aber mehr haben andere auch noch gepostet, ja. Wie viele unsere Werbung? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Barbara, ich bin komplett verbundet. Ach, du Scheiße! Ja? Wieso ist mein Kopf aufgetreten? Wer war's? Ist dir sein gefällt? Ach, du Scheißen! Wie gut! Wann ist das was? Aber wer hat denn noch was gepostet? Ach so, bei unserem ersten Post. Gehen wir auf unseren ersten Post, das war da unten. Ach, jetzt sind ja noch die Kommentare angezeigt. Genau. Wie gut ist das denn? Danke euch für den super Service und wie gut du gerade... Äh... Ach, da sind ja mehr Kommentare. Ich muss da mal kommen. Danke für die Treue und das Vertraut. Oh, das ist es gegen... Okay, das sind nur wir. Ne, warte, da ist noch jemand. Ihr seht alle so Hammer aus. Oh, wie cool. Oh, ich... Ich liebe das Bild. So sehr. Ich wollte, ich liebe mich selbst, weil das total genial ist. Oh, Scheiße. Midnight Hour ist vorbei. Makes Rage Decade. Mr. Jefferson und Klo bedanken sich herzlich für die, die noch hereingeschneid sind. Oh, das ist toll. Und endlich habe ich sie begraben. Barbara, danke schön für das. Oh, echt, Barbara. Ach ja. Ich kann einfach alles... Nee, ist euch schon aufgefallen. Ich bin ein Tottalent, nee. Aber mach trotzdem weiter mit den Komplimenten. Ich bin ein Tottalent. Ich bin ein Tottalent. Oh, ich sterbe, mein... Wie ist das passiert? Oh mein Gott. Dass das einfach so abspringt. Oh, ich... Oh, ich habe oben, hatte ich aber was zu essen. Soll ich kurz mal hinten kommen? Ich bin gerade schon. Ich gucke. Ich hab nichts. Sorry. Barbara, das ist jetzt nicht das gesündeste, es tut mir leid. Oh, was ist das denn? Er hat noch Obst, aber das würde ich nicht lange machen. Ah, Popcorn, ja egal, ist auch lecker. Tut mir leid. Ach was? Wer nicht einkaufen kann? Ich glaube, ich mache das bald mal. Ich glaube, das ist meine Aufgabe, wenn ich ehrlich bin. Oh, dann würde ich. Ich muss ja gar nicht eins sein. Mein Gott, Max, von der Seite wieder aussieht. Wie sehe ich aus? Wie Chloe? Das ist so gruselig. Ich trage noch ein bisschen Geld bei mir. Ach so. Max, sollen wir mal eine Brötchenschmiersession machen und einfach den Kühlschrank ein bisschen föhnen im Büro? Können wir. Wann bist du wach wieder? Also wann gehen wir dann weg noch? Unterwegs bin ich so safe am Mittwoch und ich weiß sonst nicht. Vielleicht Dienstag, ich weiß es einfach nicht. Keine Ahnung. Also auf Dienstag halte ich Schönheitsschlaf bis 10 Uhr. Morgen bin ich noch ein bisschen unterwegs, da habe ich noch keinen Schönheitsschlaf. Und Mitte von Donnerstag auch Schönheitsschlaf bis 10 Uhr abends. Und dann ab Freitag ab 8 Uhr abends. Oh, da ist niemand da, der mich von Larry abhielt. Das müssen die anderen dann gucken. Ach und noch was, ne? Weil die gesagt hat, so Perücken abnehmen und so nicht. Ich finde eigentlich, das läuft ganz gut mit dem Perücken abnehmen. Das habe ich tatsächlich heute auch gemerkt. Okay, dann ab mit uns, würde ich sagen. Warte, ich zahle noch kurz Geld an. Was ist das denn so? Keine Ahnung. Könnt ihr bitte aufhören? Könnt ihr euch das bitte alle mit dem Einatmen abgewöhnen? Ich mache das nämlich auch. Ich mache das auch nicht. Und Mensch, das ist mir alles Mensch schuld. Ich mache das auch jedes Mal. Das ist die Lebensmotte, genauso wie ich. So ist es. Das ist fantastisch. Ja, fantastisch. So, ich sperre noch alles zu. Arjane, wenn du dazu gehören willst, machst du das die Belegste auch. So ist es. Ja, okay. Wir atmen allen so tief ein, weil wir allen so viel Leid in uns tragen. Deswegen. Hallöchen. Sprich mir nach, Arjane. Hallöchen. Hallöchen. Sehr schön. Wundervoll. Hallöchen. Ist du, David? Oh. Was? Du, David. Einatmen und dann. Hallöchen. Hallö. Okay, das ist auch okay. Er bleibt sich treu. Wundervoll. Ja. So, Mr. Chirassen. Alles zu. Ist die Tür zu? Sehr schön. Wo fahren wir hin? Müllhalde. Ich würde gerne Fotos machen. Oh, ich weiß, wo eine ist. Oh, ich wusste mal, wo eine ist. Da bin ich rumgelaufen. Einfach so. Hör es doch allen. In den Nähern. Nee, aber das ist so eine, das ist wirklich richtige, professionelle, installierte, wirklich ganz schäbig aus der Müllhalde. Das ist, wie sie im Buch steht. Wo ist die denn? Weiß ich nicht mehr. Die beachte ich's bei, da wo die Weg und Dreck, Dreck und Weg, wo die da ihre Büro haben, in der Nähe ist das, wo so eine Ecke wie einfach ist. Dreck und Weg ist immer das Putschi. Denn das ist in den Hafen. Ja, vielleicht war das da im Hafen. Oder sollen wir einfach in ein schönes Waldstück gehen? Ja, in den Waldstück. Ja, in den Waldstück. Ich weiß, wo ein guter Waldstück ist, denn es ist gut. Auch ein schön beleugneter. Sehr gewert, oder? Nein, nicht beleugneter. Aber ansonsten haben wir die Taschenlampen, oder? Oder ist das doof? Oh ja, die müssen wir noch nehmen, Max. Aus dem Auto. Die sind bei mir im Auto. Ja, aber wisst ihr was? Ich mein's nicht böse, aber ich glaub, ich mach ihm jetzt schnurstracks auf den Weg nach Hause. Das kann ich verstehen, Barbara, es ist ja spät, deswegen will ich mich auch gerne beeilen. Nein, nein, Barbara, du bleibst. Nee, ich schau mir morgen so eine Seedoku über Fische an. Was? Die heißt, ich schau mir morgen so eine Doku mit Fischen an und die fängt ganz früh, was heißt früh morgens, aber so mittags an. Und ich kenn mich, wenn ich länger wach bleibe, verschlafe ich das. Oh nein. Ja? Das wär natürlich ganz furchtbar. Sonnen, das können wir auch sagen, Fotos machen wir dann an einem anderen Tag, machen wir Themenabend eh nochmal. Früher dann. Nee, ihr könnt doch ruhig machen. Wir müssen zurück. Wieso? Dankeschön. Es tut mir leid, dass ihr jetzt hier in der RPs, wir haben eigentlich immer so voll viel Drama und sowas alles, aber heute ist heute Halloween und wir haben es irgendwie geschafft. Also bitte, Herr Keller hat es geschafft, sich für die Life in Strange-Figur. Vielen, vielen Dank, danke schön für die lieben Füße. Ich würde trotzdem gerne mit Arianna, zumindest Rachel und Trollen. Darf ich euch nochmal verbuddeln? Ja bitte, unbedingt. Mach schnell die Haare auf Lust. Papa, du hast gar keinen Chill. Ich weiß, ich bin immer sehr sofort, sonst gar nicht. Aber gar nicht gibt's bei mir nicht. So, mein Charakter sieht auch eigentlich ganz anders aus. Hat man gerade auf dem Venture-Profil gesehen, wie sie eigentlich aussieht. Ja, das ist eigentlich mein Charakter. Gerade alle Perücken auf. Stehen im Wohnzimmerladen. Im Norden. Ich weiß nicht selbst. Du musst mir denn wann anders mal wieder... Ach so. Zeig mal. Ach du Scheiße. Hey, was ist David? Sprech dich aus. Was ist Scheiße? David, jetzt mal tippen auf den Tisch. Nein, nein. Nichts, nichts. Oh, jetzt bist du feige, wo ein paar Zeugen da sind, ne? Das ist natürlich wieder typisch. Aber wie lieb alle sind. Aber meine Gefühle verletzt, wenn jemand zuguckt, das traust du dich. Ich hab wirklich keine Worte mehr für dich. Das werde ich wahrnehmen. Kannst du froh sein, dass ich jetzt ins Bett gehe? So, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Kommt gut ins Bett. Habe, ich bin froh, dass du noch mal mitgekommen bist. Ja, ich bereue es jetzt schon, aber kein Problem. Genau, und schönen Abend noch und kommt gut ins Bett. Außer David. Guten Nacht. Tschüssi. Ich meinte, ich kriege jemals meinen tollen Smoking wieder in mein Hemd. Bestimmt. Nein, aber ganz im Ernst, ich kann sowas tragen, oder? Na, warum nicht? Eigentlich steht dir das ganz gut. Ich fand das ganz cool. Warte, Felsi, du Felsi. Hä? Warte, was ist denn mit dem Auto? Warte mal, ist das neu? Hat sie das tunen lassen, oder was? Nein. Hä? Aber... Das rückwärts gedreht, ne? Wo ist denn unser Auto? Nee, das tut mir nicht. Wo fahren wir hin für ein Foto? Äh, David, schönes Waldstück mit ein paar Blümchen, äh, tiefgrünem Gras und, äh, beleuchtet? Pfff, Wald, Wald, den Rest, nein. Du kannst die Finger wieder runternehmen, geh halt. Ansonsten können wir zum Golfplatz, ich finde das da immer echt schön. Oh, der hat zum Golfplatz. Ja, okay, dann. Der hat auch schöne Bäume. Warte, ich markiere den mal, ich gehe mal kurz etwas nach vorne. Hier ist der ja, so ungefähr. Äh, ah, ich kann nicht markieren. So. Max. Äh, mag jemand die Markierung rausnehmen, dass ich das markieren kann, den Golfplatz? Hm. Scheiß Navis. Äh, okay. Dankeschön, dann greife ich nur mal nach vorne. Max, kannst du einmal gleich Musik anmachen? Warum weht es wieder hell, das gefällt mir. Was für Musik? Hier, ein Wald mit so Blumen. Gute Laune Musik. Oh. Ja, stimmt. Oh, und die Brücke. Hä, ja hier, es ist super. Perfekt? Ja. Da kommt bestimmt gar keinen Gangster oder so. Auch nicht, oder wilden Tier, nein. Ja, bestimmt nicht. Gott, ich dachte gerade, was leuchtet da drüben, aber ich glaube, das ist nur der Träne. Das ist schon echt hell geworden irgendwie, oder? Ja. Fast. Jefferson, das war jetzt uns zu begraben. Wir wollten eigentlich ein Bild auf der Brücke machen und nicht unter der Brücke. Meine Kinder. Nein, wirklich nicht. Okay, aber das ist eigentlich perfekt für Jefferson. Hol da eine Schaufel raus. Hier ist Schlamm. Jefferson bräuchte eine Hütte. Ein bisschen, okay. Achtung. Ich gebe ihm noch extra Beleuchtung. Ja. Oh, wie ein heiliger Schein. Warte, mich mal ein bisschen. Ich glaube, ein bisschen weiter in der Welt. Aber schau nicht so nach oben. Nimm vielleicht eine andere Pose an, wo du nicht nach oben schaust. Ja. Wow, Geralt. Ich meine, Mr. Jefferson. Ich meine, Mr. Jefferson. Verschränk mal etwas die Arme. Geht das? Ja, das ist auch gut. Hier könnte man das eigentlich gut machen, ne? Wenn sie sich hier hinlegen würde. Warte. Äh. Entschuldigung. Ah, hier wird man sauber nicht sehen. Die müsste sich da vorliegen. Hier so. Das Gestrüpp dazwischen ist ja doof. Kannst du mich auch von Max fotografieren. So. Schatten mit den Schatten mal weggehen. Welcher Effekt raucht der? Äh. Ariane raucht Jefferson? Ne, ne? Ne, ich glaube tatsächlich nicht. Ne. Okay, cool. Danke. 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 Und dann gehe ich auf die Brücke und versuche von oben ein Foto zu machen. Oh ja. Wie hinlegen? Oh, das ist voll nass. Oh. Oh Gott. Scheiße. Das ist wirklich voll nass. Max, ich glaube, hier zwischen geht man ja voll ein. Ja, ist nicht so eine gute Idee. Ja, sehr, sehr schwierig. Ansonsten gehen wir zur Brücke und äh. Was war denn eine gute Pose? Also, ich würde gerne hier irgendwo, ich würde gerne so im Gruppenfutter hier im... Da gab es doch irgendwo, entschuldige Ariane. Ja, ist gut. Da gab es doch irgendwo diese Stelle, wo ich gemeint habe, das sieht doch so aus, wie als diese zwei Bäume, weißt du noch? Wo wir letztens mit Barbara wandern waren. Oh, ey, ich weiß, ich weiß es schon meins. Wo war das nochmal? Ähm, lass mich kurz meine Kraft einsetzen. Max, kannst du auch Fotos von mir machen? So nebenbei gerade. Jeph, was sind wir... Ja, bitte. Die Gerard, komm auf. Moment, ich weiß noch nicht genau. Weiß noch nicht genau. Ich muss noch... Äh, ich muss noch nicht mal ganz kurz finden. Ja. Na? Jeph, sind wir auch hier? Du kannst ruhig ein bisschen näher, Gerard. Geht das? Warte. Jetzt muss ich den Augen... Vielleicht, wenn ich ihn anguck. Obwohl, ich müsste... Ah, irgendwie, ich... Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Sekunde. So unangenehm. Sekunde. Okay, so. Oder warte, Max. Warte, warte. Warte. Ich hab mich auszusehen in meiner... In meiner Hose. Sag ich mich gar ein bisschen so. Okay. Gerard, dann geh noch ein bisschen weiter nach rechts von dir aus. Ja, und dann... Soll ich mich auch noch drehen? Nee. Okay. Gerard, die Pose ist perfekt, die du machst. Mhm. Meine Güte. Ich kann ja vielleicht noch mal... Anders gucken. Vielleicht ein bisschen... Geschockt. Ja, lassen wir das ein bisschen mit den Emotionen, die... Ja, okay. Ich bin ein bisschen zu blöd, um die zu erkennen. Ja. Ist dir eingefallen, wo es war, David? Das war schon gut. Scheiße, es ist so spät. Ich will eigentlich weitermachen, aber es ist so fucking spät. Mist. Okay. Und du auch, weil... Das ist gut. Ariane, sonst musst du mal das da machen, so. Ähm. Ja. Ähm. Du würdest dich am Arm verletzen, weißt du. Würde auch sehr gut passen. Stimmt. Ich wusste gar nicht, dass ich das so perfekt kann. Oh mein Gott. Warte mal, ich bleib mal so. Könnt ihr bitte... Gerard, ähm, stell dich mal hinter... Mh... Scheiße, wie kriege ich euch denn jetzt am besten alle drei drauf? Müsst ihr euch ein bisschen versetzt hinstellen? Ähm, Gerard, äh, lehn dich mal an mit dem Rücken am Geländer. Aber so, dass du zu mir vielleicht guckst. Ja, oder vor Max. Äh, hinter Max, hinter Max? Äh, der Beat muss zwischen uns, oder... Da bin ich grad noch überlegen, weil ich... Zwischen euch, aber halt ein bisschen abseits quasi, damit man dich noch sieht, Gerard. Und so, warte... Hm... Genau, aber so, ähm, das, was du gerade gemacht hast, war so in meine Richtung und ich geh gleich noch mal nach unten. Und, ähm... Und, ähm, David, kannst du die Zeit zum nochmal nochmal zurückspielen? Oh, 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 oh. Sohn. Gerard, kannst du dich doch noch mal ein bisschen mehr zu mir drehen in der Pose, oder, ähm, ist das unbequem? Versuch jetzt. Oh, perfekt. Okay, ich werd mal ganz kurz meine Kamera hier drauf stellen. Woll, woll. Ähm... Sekunde. So, bleib mal alle so stehen, ja? Selbstverständlich, aber auch ein paar Sekündchen. Ähm... Eine Sekunde. Ah, ha, 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 ha. Heute ist irgendwie, äh... Die Pose ist so eng. Nicht bewegen. Fuck, also irgendwie, ähm, bin ich heute tatsächlich nicht so... Ich müsste mich irgendwie... Oh mein Gott, ich hab ne Idee. Warte. Ich will nicht. Okay. Und jetzt haltet alle mal ganz still und konzentriert euch. David, kannst du vielleicht dich noch mal so ein bisschen in Richtung von Max drehen, also ein bisschen mittiger? Genau, dankeschön, ja. Dankeschön. Sag mal, sollen wir das vielleicht irgendwann einfach nochmal machen mit den Outfits, weil ich muss wirklich nach Hause? Woll, woll, woll. Ich bin auch schon ein bisschen müde. Hat jemand was zu essen? Ähm... Äh, nein. Nee, nur was zu trinken. Ich auch. Äh, äh... Ich hab mich nicht... Ich hab mich nicht ausgestempelt. Ich stempel dich aus. Achso, das kann man... So. Ähm... Gut, dann sollten wir uns ziemlich losfahren, weil ich hab echt Hunger. Ja. Oh, okay. Äh, wollen wir dann kurz noch mal drückschneiden und einen Keks essen oder so? Ähm... Nee, ich denke, ich halte es noch aus. David, hast du das Hackfleisch noch bei dir im Kofferraum? Oh Gott, nee. Den liegt ja schon seit zwei Monaten oder so. Und ich hab Oliven. Winsen frisch. Oh, Oliven kannst du essen. Ja, wenn es hart auf hart ankommt, dann lässt ich auch Oliven. Ah nein, ich hab in den Müll geworfen. Vergiss dich. Okay. Ich hab ein rohen Ei, wenn du willst. Oh Gott. Kannst ihn trinken. Oh, Dankeschön. Willst du Max? Hä? Max, willst du den trinken? Nein. Ja. Leute, ich glaub, das ist das letzte Mal, dass ich so spät unterwegs bin, dass mein Leben unter Kontrolle kriegen. Oh nein. Das sagen alle. Ja. Ja, das stimmt. Das züg ich richtig. Ich wollte heute eigentlich eine leichte Schlaftoblette nehmen, dass ich endlich früh schlafen gehe. Oh. Da hilft nur Musik, Max. Ja, hier machen wir Musik an. Ja. Ich hoffe, wir bauen keinen Unfall. Das hoffe ich auch, David. Ich geb mich schwühen. Ich geb mich schwühen. Ich geb mich auf das Ganze. Ich geb mich, ich geb mich nicht schlüp, aber ich werde sagen. Ich geb mich, ich geb mich nachdem. Ich geb mich, ich geb mich nachdem. Ja, ich geb mich im Schlafen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, 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 genau. Komm, bitte. Was willst du tun? Ich weiß nicht. Ich weiß irgendwas, wo ich... Ich will eigentlich die Haare aufhaben, aber irgendwie auch nicht. Ich wollte nur nochmal durchgucken. Mhm. Nein, nein. Oh, das war's. Nein. Nee. Ah, nee, nicht in der Farbe. Ja, okay, wegen der bin ich echt am Überlegen. Echt? Entschuldigung, ähm... 5,29. Ich bin so, ähm... Alles gut, alles gut. Ist ja auch eine gute Übung für David, ne? Ja, David, ganz schön. Oh, was ein Prachtag. Ja, das ist so. Nee, alles wirklich gut. So, ich geh aber schon mal schlafen. Oh, das, das. Genau, einfach die Haare aufmachen. Genau, dankeschön. Schön. Ach. Dann seid sich mal. Gute Nacht, Gerald. Schlafen, Gerald. Oh, schön. Jeffers legt sich jetzt ins Bett und wartet auf Rachel und... Aber ins, ins linke Zimmer, ne? Nicht, nicht in Larry Lane als Jefferson, das ist so strange. Ha, so strange. Du bist wirklich lustig. Ach ja. Oh, mein Gott. Max, du behörst sogar den Körperhaltung von Chloe, den ist echt gruselig. Oder? Ich fühle Chloe. Eins, zwei. Ich fühl's ja wie auch bei dir. Ich meine, du kannst dir noch ein paar Outfits angucken. Die schwarze Jacke. Andere noch. Oh, genau. Da gibt's ja noch einige. Ich behalte einfach für immer diese blauen Haare. Ich find's sau cool. Also wirklich jetzt. Sau cool. Ich hab die Farbe aber auch gut getroffen, oder? Bestimmt, ja. Wieso? Die hat halt auch so ein pures Blau. Ich glaub, wär da noch was anderes mit dabei, wär's echt schwierig geworden. Aber so ist es halt echt perfekt. Ich muss nicht mal mit Barbaras Bild lachen einfach. So, und ist denn gut so? Ja, dankeschön, David. Danke. Okay. Wisst ihr was? Ich hab heute, ich hab's so mit dem Rücken, ich werd einfach auf dem Boden heute schlafen. Ich find manchmal, ich frisch wirklich gut. Ja, einfach auf den harten Boden. Aber dann schläft Gerhardt alleine im Bett. Vielleicht kann ich gegen Gerhardt schlafen, der sieht mir zu Jefferson aus. Komm, ich geh jetzt zu ihm. Ich bin auch von Rihanna. Okay, aber ich schlafe da auf, ähm... Ja, dann schlaf auf dem Boden. Alles okay? Ähm, gute Nacht, David. Gute Nacht. Oh. Gute Nacht, David. Gute Nacht. Schlafschen. Schlafschen. Willst du noch einen Kuss geben? Da ist ihm kein Kuss gegeben. Ich geb... Hey, wieso sollte ich da nicht ein Kuss geben? Oh, ne, ich schlaf auf dem Boden. Oh, ich muss mich ja noch rausziehen, hm? Oh, jetzt war sich klasse, das Oberteil entfahren. Oh, ich spüre ein bisschen Storben an meinem Arm. Gute Nacht, Max. Bis morgen, David. Schlafschen. Oh. Schlafschen. Schlafschen. Meine Güte, vielleicht bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich bekomme gleich einen epileptischen Anfall, wenn ich es weiter hyperventiliere. Oh, verdammt, verdammt. Max. Es tut mir so leid. Ähm, ich konnte es den ganzen Tag nicht rauslassen. Ich konnte es den ganzen Tag nicht rauslassen. Dieser Furz mit Gott, ich kann es nicht machen. Gute Nacht, Max. Schlafschen. – Ich bin dann noch jemand, nur da aus. – Ja, ich bin mit Bootland. – Jungs, ist ja, ich bin nicht mit有沒有 Talent. Ich bin jetzt mal ein Mal. Ich bin jetzt, irgendwie – Also mal richtig. Und Issw.